Sie hören Bio, mein Leben. Hermann Hesse, Stufen Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen, Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen Jungen entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz, nimm Abschied und Gesunde. Liebe Hörerin, lieber Hörer, vor Ihnen liegt mein Leben. Dass das Buch, das Sie nun hören, keine von mir selbst geschriebene Autobiografie ist, hat einen einfachen Grund. Ich kann nicht schreiben. Ich kann gut erzählen, bin ein guter Kommunikator, solange ich Partner habe, mit denen ich kommuniziere. Ich bin aber kein Autor, der sich hinsetzt und zu schreiben beginnt, ohne einen konkreten Empfänger meiner Zeilen vor Augen zu haben. Alleine vor einem blanken Blatt Papier zu sitzen, macht mir Angst. Oder erzeugt zumindest Unbehagen. Ich kenne großartige Autoren, denen es ähnlich ergeht, wenn sie vor einem Auditorium sprechen sollen. Die einzige Schriftform, die mir liegt, ist der Brief, weil er einem Gespräch ähnelt. Auch wenn ich bei diesem Brief den Empfänger nicht persönlich kenne, habe ich doch zumindest ein fiktives Gegenüber. Aus diesem Grund gibt es in diesem Buch wörtliche Äußerungen von mir nur in Form von Briefen und aufgezeichneten Gesprächen. Für alles andere habe ich einen jungen Schriftsteller engagiert, den ich, wie so vieles in meinem Leben, nicht gesucht, sondern gefunden habe. Ich kenne ihn seit mehreren Jahren und er fragte mich eines Tages, ob ich nicht Lust hätte, mit seiner Hilfe ein Buch über mein Leben zu verfassen. Ich hatte Lust. Seit ich im Juni 2003 meine wöchentliche Talkshow Boulevard Bio beendet habe, denke ich viel über mein Leben nach. Nicht etwa, weil ich nun endlich Zeit dazu habe. Für alles, was mir wichtig war, blieb auch früher genügend Zeit, weil ich immer schon gut delegieren konnte. Vielmehr habe ich aus naheliegenden Gründen nicht mehr nur an das Heute und an das Morgen gedacht, sondern begonnen, mich auch mit dem Gestern zu beschäftigen. Immerhin ging ich auf die 70 zu, was mich nachdenklich stimmte, ohne mir allerdings meinen Elan zu nehmen oder mich daran zu hindern, neue Projekte wie die Tournee einer Bühnenshow zu planen, die parallel zum Erscheinen dieses Buches starten wird. An das Gestern zu denken, heißt aber nicht nur, die Stationen meines Lebens an mir vorbeiziehen zu lassen, sondern auch darüber nachzudenken, wer ich bin, wie ich zu demjenigen geworden bin, der ich bin und wem ich dafür zu danken habe. Die Präsidentin des Goethe-Instituts, Jutta Limbach, sagte neulich in einem Interview, ich kann nicht dankbar und demütig genug sein, dass mir das Schicksal so gut mitgespielt hat. Die Frage, wem ich dankbar sein muss, kann ich mithilfe neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wenigstens partiell beantworten. Langjährige Forschungsprojekte verschiedener Universitäten haben inzwischen nachweisen können, dass der Organismus des Menschen ein Produkt der biochemischen Prozesse ist, die im frühen Stadium seiner Entwicklung ablaufen. Und so weiß man heute, dass mütterliche Zuwendung in der frühen Kindheit einen großen Einfluss darauf hat, wie gut ein Mensch im Laufe seines Lebens mit Stress umgehen kann. Für diese Zuwendung bin ich meinen Eltern, besonders meiner Mutter, sehr dankbar. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie groß der Anteil meiner eigenen Leistung am Erfolg meines Lebens ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass bei allem Glück mit der Herkunft, der Gesundheit, bei allen sogenannten positiven Zufällen, die ich lieber Schicksal nennen möchte, ein gelungenes Leben ohne eigene Leistung nicht möglich ist. Mein Leben ist sehr oft nach dem Picasso zugeschriebenen Motto nicht suchen, finden, verlaufen. Aber auch bei diesem Lebensprinzip muss man dem Finden mehr oder weniger nachhelfen. Man muss in den Wald gehen, wenn man Pilze finden will. Auf der Kölner Domplatte wachsen keine. Man muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und das, was man von anderen verlangt, auch selbst erbringen. Man muss sich selbst annehmen, wenn man erwartet, von anderen akzeptiert zu werden. In dem Roman »Ich zähmte die Wölfin« von Marguerite Irsena sagt Kaiser Hadrian über sich. »Diese sorgsam abgestimmte Zusammensetzung aus Vorsicht und Wagemut, Gelassenheit und Auflehnung, aus äußerstem Anspruch und leisem Nachgeben hat mich schließlich so weit gebracht, dass ich mich selbst hinnehme. Und noch ein Grundsatz hat mein Leben bestimmt. Später ist jetzt. Mein holländischer Freund Z. Heikemar hat ihn für mich formuliert. Vor Ihnen, liebe Hörerin, lieber Hörer, liegt mein Leben, habe ich Ihnen am Anfang meines Briefes geschrieben. Jetzt will ich das ein wenig einschränken. Ich habe immer in jeder Hinsicht offen gelebt, aber nie öffentlich. Diesen Grundsatz habe ich auch diesmal beibehalten. Verdient das Privatleben noch das Prädikat privat, wenn es öffentlich gemacht wird? Ich weiß, dass ich mich mit dieser Haltung in eine Gegenposition zu den Prinzipien unserer Medienlandschaft begebe. Vielleicht enttäusche ich damit auch manche Hörer dieses Buches. Aber ich kann versprechen, dass das, was ich als offen bezeichne, das Interesse und die Neugier an meiner Person und meinem Leben befriedigen wird. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich nun gut unterhalten und angeregt fühlen. Ihr Alfred Biolik Zuhause in Köln Nachdem Alfred sich entschieden hat, mit meiner Hilfe ein Buch über sein Leben zu schreiben, lädt er mich ein, nach Köln zu kommen. Als erste Spurensuche wollen wir uns im Keller seines Hauses alten Kisten und Kartons widmen, in der Hoffnung, auf Originalmaterial aus vergangenen Tagen zu stoßen. Bevor wir hinuntergehen, lass uns noch eine Tasse Tee trinken, schlägt Alfred vor, nachdem er mir die Jacke abgenommen hat und wir die Küche betreten. Seit meinem ersten Besuch vor acht Jahren hat sich hier auf den ersten Blick nichts verändert. Mitten im Raum die mehrere Meter lange thekenartige Arbeitsfläche in ihrer Front zahllose Weinflaschen. Rechts im Raum steht leicht abgewinkelt zur Arbeitsfläche ein tiefer gelegter Herd, sodass Alfred seinen Gästen, die meist an seinem großen Bauerntisch sitzen, auch beim Kochen zugewandt bleiben kann. Hinter der Theke die weißen Regale, in denen sich Teller Teekannen und Gläser stapeln. An der Fensterwand sticht ein weißer Bosch-Kühlschrank aus den 50er Jahren ins Auge. Nachdem wir Tee getrunken und ein wenig geplaudert haben, steigen wir eine steile Stiege hinunter in den Keller und als erstes fällt mein Blick auf einen alten Schrankkoffer, mit dem früher das Großbürgertum in die Sommerfrische oder nach Übersee fuhr. Bisher weiß ich nur, dass sich Alfred jedes Jahr einige Wochen in Griechenland aufhält. So, hier entlang, sagt Alfred und führt mich in einen ungefähr vier mal vier Meter großen Raum, in dem sich Kartons und Kisten bis zur Decke stapeln. Wie lange all die Erinnerungsstücke hier wohl schon lagern, frage ich mich, als ich eine erste Kiste aufmache und mir der Staub von Jahrzehnten entgegenwirbelt. Stück für Stück nehme ich ein Heft, ein Buch oder einen Brief heraus und reiche sie Alfred an. Ein paar Sekunden hat er Zeit, es in sein Leben einzuordnen und zu entscheiden, ob er es behalten oder wegwerfen will. Nach einiger Zeit habe ich ein System von kleineren Kartons erstellt, einzelnen Epochen zugedacht. 30 Jahre alte Fanpost, Briefe von Freunden, Veranstaltungshinweise, ein Skript für einen Beitrag und jede Menge Fotos. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß, um was es geht, sage ich Privat, Fernsehen 80er Jahre, Schulzeugnis oder eben weiß nicht. Zwischendurch muss ich husten, höre Alfreds Ja, Privat, Fernsehen 70er Jahre, Urlaub oder das kann weg und sortiere das Zurückgereichte in die jeweiligen Kisten. Auf einmal spüre ich Alfreds Wehmut, schaue auf, und sehe, wie er vorsichtig über ein Foto oder einen Programmhinweis streicht. Manchmal lacht er kurz auf, ein anderes Mal murmelt er, das ist ja verrückt oder das war schon eine tolle Sache. Mir war auch schon ganz schwindelig, bekennt Alfred, als wir am frühen Nachmittag auf die Straße treten und Richtung Innenstadt gehen. Ich habe mir überlegt, dass ich dir zunächst Köln so zeige, wie ich es selbst am Anfang kennengelernt habe. Köln, das ist für mich in allererster Linie das ganz normale Leben. Ist Köln für dich Heimat? Irgendwie schon und irgendwie nicht. Aber was ist das eigentlich, Heimat? Ich weiß es nicht. Nur wenn ich in Amerika, in Asien oder in Afrika bin, weiß ich, dass meine Heimat Europa ist. Wann bist du eigentlich nach Köln gekommen? 1973. Seitdem lebe ich hier in Köln? Ehrlich gesagt, wenn ich mir die Stadt so anschaue, weiß ich nicht, ob ich es hier 30 Jahre aushalten könnte. Es ist jetzt schon der zweite Blick, den ich auf diese Stadt werfe. Mir ging es auch so. Am Anfang war für mich Köln hauptsächlich aufgrund der Nähe zu Holland attraktiv. Ich bin oft mit Freunden nach Amsterdam gefahren, zu Hermann van Veen, Peter Alfering oder zu Seed Geikimmer auf seinen schönen Bauernhof. Aber die Stadt hat sich mir kaum erschlossen. Der Karneval, die sympathischen Kneipen, es war zwar schon viel los in Köln, aber es interessierte mich nicht oder nur wenig. Erst später, als ich mehr Zeit hatte, nahm ich die sagenhaft vielfältige Kunstszene mit ihren Messen und Galerien, mit ihren Happenings und Events wahr. Außerdem lernte ich durch meine Talkabende in Köln und in Bonn natürlich viele Leute kennen. Und es sind immer die Menschen, die eine Stadt liebens- und lebenswert machen und mit der Zeit wird sie ein Zuhause. Langsam entwickelte sich ein Freundeskreis, der in die Lübecker Straße kam, in der ich bis 1978 gewohnt habe. Im Eigelsteinviertel bin ich bis heute geblieben. Ich mag das Viertel einfach, diese Mischung aus türkischem Schlachter, italienischem Feinkostgeschäft, deutschem Gemüseladen. Ich mag die Nähe zum Rhein, zum Bahnhof, zum Wartesaal. So, prostet mir Alfred zu, als wir am Abend in seiner Küche sitzen. Das ist ein wunderbarer Rotwein aus Sizilien. Er ist sehr vollmundig und schwer. Den könnte ich nicht jeden Tag trinken, jetzt passt er aber. Das Kochen hat Alfred entspannt, fällt mir auf, während ich mir das Pilzschnitzel schmecken lasse. hervorragend. Danke. Die Eigenart des Rotweins im Vergleich zum Weißwein ist ja, dass der Rote immer erst reifen muss und mit der Zeit immer besser wird. Es gibt Menschen, die haben ihre große Zeit in ihrer Jugend, wie zum Beispiel Mozart, Fassbinder oder Brigitte Bardot. Das sind also Weißweintypen. Den Rotwein lässt man besser im Keller liegen, solange er jung ist. Der hat seine große Zeit im Alter. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, bin ich eindeutig ein Rotweintyp und darüber bin ich sehr glücklich. Das fängt mit dem Aussehen an und reicht bis zu meiner Fernseharbeit. Ich bin ja erst mit Bios Bahnhof bekannt geworden, da war ich schon 44. Richtig prominent letztlich erst mit dem Boulevard und wohlhabend erst mit dem Kochen. Ich habe meinen Gipfel gerade erst erreicht und jetzt genieße ich das. Am nächsten Vormittag machen wir uns auf den Weg zu Alfreds Produktionsfirma Pro GmbH und bummeln den Kölner Ring entlang. Dass Köln für mich das normale Leben repräsentiert, hängt hauptsächlich mit der Pro zusammen. Sie ist so etwas wie mein Lebensmittelpunkt. Sie produziert nicht nur meine Sendungen, sondern managt mich auch. Und das bedeutet mehr, als nur irgendwelche Verträge auszuhandeln, Sendungen vorzubereiten oder Termine zu machen. Andreas Lichter ist die wichtigste Figur in der Pro. Er ist beruflich für mich eine Art langjähriger Ehepartner. Seit 30 Jahren arbeiten wir zusammen, sind enge Freunde geworden. Aber weil wir uns so oft aus beruflichen Gründen sehen, verbringen wir privat eher weniger Zeit miteinander. Ich bin der Künstler und er ist der Produzent, der alle Sendungen mit erfunden und mitgestaltet hat. Bei ganz wichtigen Entscheidungen besprechen wir uns aber natürlich. Von Anfang an war die Pro mehr als mein Management, hat mich bis ins Private hin betreut. Ein Mitarbeiter, der in der Pro die Stelle des gehobenen Hausmeisters inne hat, tauscht auch bei mir zu Hause die Lampen aus. Wenn eine größere Weinlieferung kommt, dann geht die an die Pro und auch alle Flüge werden hier für mich gebucht. Momentan bin ich ein Drittel des Jahres in Köln, ein weiteres Drittel in Berlin und den Rest der Zeit irgendwo unterwegs. Aber Eng Philipp, meine rechte Hand, steht jeden Tag mit mir in Verbindung, koordiniert alle meine privaten und beruflichen Termine, kümmert sich um die Interviewanfragen sowie um meine Post. Durch diese Rundumbetreuung konnte ich ein Leben führen, in dem viel Platz war für Kultur, fürs Reisen und Lesen und vor allem für viele Gespräche mit vielen interessanten Menschen, die mich sehr geprägt haben. Reise in die Vergangenheit Auf einer leichten Anhöhe ein großzügiger Platz mit einem großen Schalenbrunnen, umgeben von kleinen Barock- und Gründerzeithäusern. Im Hintergrund ein heruntergekommener sozialistischer Plattenbau. Freistadt, heute Friestadt, im Osten Tschechiens. Vielleicht stehe ich gerade auf dem Ringplatz, der immer wieder in Alfreds Erzählungen auftaucht. Dann muss das schon das Schloss des Grafen Larisch-Mönig sein, der bei Alfreds Vater Klient war und das Gebäude daneben die Freistädter Pfarrkirche, in der Alfred getauft wurde. Sie ist verschlossen. In dem Fremdenverkehrsbüro von Freistadt, das ich am Kopf des Ringplatzes finde, warten, umgeben von Postkarten und Broschürenständern, drei Männer auf Fremde, die sie von ihrer Langeweile befreien könnten. Als ich eintrete, sehen sie glücklich und gespannt auf. Guten Tag. Kennen Sie Alfred Biolek? Frage ich auf Deutsch. Nie gehört, antwortet mir nach einigem Zögern derjenige, der am größten Schreibtisch sitzt. Sie kennen den bekanntesten Sohn Ihrer Stadt nicht? Wie war der Name? Alfred Biolek. Ein Pole? Nein, ein Deutscher. Hier aus Friestadt? Ja, hier aus Freistadt. Und Sie sagen, er ist berühmt? Ich kenne ihn nicht. Ich kenne viele. Kennst du ihn? Er wendet sich an seinen Kollegen. Der hat inzwischen ein Telefonbuch herausgeholt. Biolek gibt es hier nicht. Sie müssen sich irren. Drei Häuser vom Ringplatz entfernt stehe ich dann vor der Kirche. Dahinter Alfreds Elternhaus. Grau, ein bisschen unscheinbarer und kleiner als erwartet. Nicht, dass es klein wäre. Für ein Einfamilienhaus scheint es großzügig. In den Augen des zehnjährigen Alfred aber war es riesig. Und da auch der heute siebzigjährige Alfred alles, was mit Freistadt zu tun hat, mit den Augen eines Kindes betrachtet, sind sowohl das Haus als auch die Stadt in seinen Beschreibungen viel größer, als sie sich mir darstellen. Da auf mein Klingeln niemand öffnet, betrete ich einen kleinen Kiosk, deren Besitzerin ebenfalls mit dem Kopf schüttelt, als ich sie auf die Familie Biolek anspreche. Vier Häuser weiter in der Schlossgasse, die wieder auf den Ringplatz führt, stoße ich auf einen überdachten Marktplatz, auf dem eine alte Frau selbst gezogene Tomaten, Gurken und Salatpflanzen anbietet. Weil der Vorname auf ihrem Schild deutsch klingt, spreche ich sie an. Nachdem sie mich zuerst überrascht, dann etwas misstrauisch angeschaut hat, beginnen wir ein kurzes Gespräch, bei dem zum Schluss die halbe Markthalle zuhört, ohne etwas zu verstehen, aber belustig darüber, dass die alte Frau mit einem Fremden plötzlich in einer anderen Sprache spricht. Seit über 50 Jahren habe ich kein Deutsch mehr gesprochen. Sind Sie Deutsche? Nein, ich bin Polin. Kennen Sie die Familie Biolek? Lassen Sie mich überlegen. Biolek, Biolek. Der Advokat? Genau. Können Sie mir etwas über ihn erzählen? Na gut war er. Und jetzt lebt er wohl nicht mehr. Er kann ja gar nicht mehr leben. Ich gehe die Schlossgasse weiter und schließe mit dem Eisverkäufer Bekanntschaft, der akzentfrei Deutsch spricht. Geboren in Mazedonien, kam er als Flüchtling nach Deutschland, ging dort zur Schule, wollte studieren, wurde aber ausgewiesen und ist nun in Freistadt gelandet. Hier ist nichts los, lamentiert er, nachdem er mir das Eis gereicht hat. Wer will denn schon hier leben, wenn er einmal im Westen war? Er kann mit dem Namen Alfred Biolek am meisten anfangen. Ach, Alfred Biolek ist hier geboren? Nun, dann kann er froh sein, dass er nicht mehr hier wohnt. Hier ist doch der tiefste Osten. In meiner Reisetasche liegt noch ein Brief. Alfred hat ihn mir für die Fahrt geschrieben, um mir von seinem Freistaat zu erzählen. Aber ich wollte es erst selbst sehen, den Ringplatz, das Schloss und das Haus, in dem er aufgewachsen ist. So lese ich ihn erst am Abend, nachdem ich mir schon einen Eindruck verschafft habe. Das verlorene Paradies Lieber Veit, ich freue mich, dass du in meine alte Heimat fährst. Ich bin sehr gespannt, was du dort vorfinden und was du mir bei unserem nächsten Treffen darüber berichten wirst. Wie du weißt, war ich seit unserer Vertreibung nicht mehr dort. Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Meine Eltern waren verständlicherweise sehr verbittert darüber, dass ihnen über Nacht alles, was sie sich über viele Jahre aufgebaut hatten, genommen worden war. Es war für sie ein Albtraum, wieder bei Null anfangen zu müssen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. und das in einem Alter, das damals noch stärker als heute das Etikett verbraucht erhielt. Schließlich hatten sie zwei Weltkriege erlebt, mein Vater beide als Soldat. Für sie gab es kein Zurück und der Gedanke, die alte Heimat zu besuchen, war tabu. Das prägte in den ersten Jahren nach der Vertreibung sicher auch mein Verhältnis zu Freistaat. Als sich die politischen Verhältnisse dann änderten und viele Vertriebene der zweiten und dritten Generation ihre Heimat besuchten, waren meine Eltern längst tot. Und ich war mit meiner Karriere beschäftigt, die mich zwang, alle Aufmerksamkeit auf das Heute und auf das Morgen zu konzentrieren. Für das Gestern blieb da wenig Zeit. Ich habe mich auch nie gefragt, ob ich in der alten Heimat ebenfalls diesen beruflichen Erfolg hätte haben können. Er war so eng mit der neuen Heimat verbunden, dass ich das Lamento der vertriebenen Verbände nicht verstehen konnte. Warum habe ich also Freistaat nie wieder besucht? Ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass meine Kindheit in Freistaat die Kindheit in einem Paradies war. Die wahren Paradiese sind die Paradiese, die man verloren hat, schreibt Marcel Proust in Die Suche nach der verlorenen Zeit. Warum hätte ich mich aufmachen sollen, dieses verlorene Paradies zu besuchen? Ich hätte es nie mehr gefunden. Du wirst jetzt vielleicht einwenden, dass dieses Paradies für mich nur deswegen existiere, weil ich wie die meisten Menschen in der Erinnerung alles Unangenehme und schlechte Ausblende. Nein, es ist nicht das Paradies einer verklärten Kindheit. Es war wirklich ein Paradies. Ich will versuchen, es dir zu beschreiben. Zu den äußeren Umständen gehörten in erster Linie das schöne große Haus, in dem ich mit meinen Eltern, mit Tante Elka und mit meinen Brüdern Herbert und Joji lebte, so wie die beiden Gärten. Der eine lag direkt hinter unserem Haus mit Blumen, Obst und Gemüse, der andere hinter dem Nachbarhaus, in dem mein Freund Helmut Palla wohnte. Eine Art englischer Park mit Wiesen, Bäumen, Sträuchern, Gartenhaus und Pergola. Hier konnten wir zelten, Indianer spielen oder mit den Großeltern und Tanten den Nachmittagscafé zelebrieren. Und, ganz wichtig, dort konnte ich Zirkusdirektor sein. Mit meinen Brüdern und Freunden führten wir einen Zirkus mit Artistik, Klaunerien und mit von uns dargestellten Tieren vor und ich dirigierte das alles. Ich dachte damals, später möchte ich Zirkusdirektor werden oder Dirigent. Manchmal auch Priester. Nicht so sehr wegen der Theologie, sondern weil der katholische Priester wichtigster Teil eines mich faszinierenden Spektakels war. Was den Zirkus betrifft, fällt mir eine Anekdote ein, die ich vor kurzem gehört habe. Ein Mann fällt allen seinen Freunden und Bekannten dadurch auf, dass er immer bestialisch stinkt. Auf die Frage, woher das komme, erzählt er von seinem Beruf. Er arbeitet bei einem Zirkus und geht dort jeden Abend hinter den Elefanten zur Manege. Dabei kann er den Exkrementen der großen Tiere nicht immer ausweichen. Auf die Frage eines Freundes, ob das nicht ein Grund sein könnte, sich eine andere Arbeit zu suchen, antwortet er Me, out of Showbusiness, never. Eigentlich sind alle drei Berufswünsche irgendwie in Erfüllung gegangen. Natürlich nur irgendwie. Dass meine Kindheit ein Paradies war, lag auch an den zahlreichen Wochenendausflügen, die wir mit der ganzen Familie gemacht haben. Im Sommer mit der Kutsche und im Winter mit dem Schlitten, beide von den rassigen Pferden eines Bauern aus der Nachbarschaft gezogen. Wir fuhren zu romantischen Ausflugslokalen, wo nach einer üppigen Jause, wie man das in Freistadt nannte, blinde Kuh gespielt wurde. Und mein Vater hielt all das auf Diapositiven und Acht-Millimeter-Film fest. Da war er seiner Zeit weit voraus. Und es ist fast ein Wunder, dass die meisten dieser Filme gerettet werden konnten. Sie waren mit dem Silber und anderen wertvollen Gegenständen vor der Flucht im Garten vergraben worden. Als das Versteck gefunden wurde, kamen die für die Finder wertlosen Filme in den Besitz meines Onkels Hans, der als Ehemann einer tschechischen Frau und Vater tschechisch sprechender Kinder nicht ausgewiesen worden war. Er brachte sie bei seinem ersten Besuch nach Weiblingen mit. Vom Krieg bekamen wir Kinder bis zur Flucht mit dem Pferdewagen so gut wie nichts mit. Wir hatten Dank der vielen guten Kontakte zu Landwirten, denen mein Vater als Anwalt, oft ohne ein Honorar zu nehmen, half, immer genug zu essen. Dazu kamen die Erzeugnisse unseres Gartens, die Produkte der Bauern auf dem Markt, die nicht rationiert waren, und das hinterm Haus gehaltene Geflügel. Mein Vater war zwar seit Kriegsbeginn beim Militär, wurde aber, da er schon im Ersten Weltkrieg zunächst als einfacher Soldat, später dann als Offizier gedient hatte, erst in den letzten Wochen des Krieges an die Front geschickt. Bis dahin leistete er im Wehrbezirkskommando im nahen Teschen seinen Dienst und war jedes Wochenende von Freitagabend bis Montagfrüh bei uns zu Hause. Seine Anwaltspraxis lief weiter und wir hatten keine Geldsorgen. Meine Mutter kümmerte sich um den Haushalt und um uns Kinder. Da sie auch für das bis Kriegsbeginn recht vielfältige gesellschaftliche Leben zuständig war, wurde für mich bis zum Beginn meiner Schulzeit ein Kindermädchen engagiert. Trotzdem hatte meine Mutter immer Zeit für mich. Und nur bei den jährlichen Reisen meiner Eltern wurde ich in die Obhut meiner geliebten Tante Elka gegeben, die bei uns lebte und sich vor allem um die Küche kümmerte. Aber das Wichtigste waren die inneren Umstände, ohne die das eben geschilderte Leben kein Paradies gewesen wäre. Damit meine ich die unendliche Liebe meiner Eltern, die sowohl ihre Beziehung als Paar als auch ihr Verhältnis zu uns Kindern bestimmte. Ich war ja vermutlich nicht mehr geplant. Meine Brüder waren acht und sechs Jahre älter. Aber dann wurde ich mit besonders großer Freude in den Kreis der Familie aufgenommen, verwöhnt und geliebt. Nur einmal wurde ich von meinem Vater körperlich bestraft. Und das zu Recht, weil ich meine körperbehinderte Tante Fanny veralbert hatte. Harmonie und Wärme, aber auch Fröhlichkeit und Ernsthaftigkeit waren echt. Das spürte ich damals und das weiß ich heute. Gerade bei streng katholischen Familien war ein intaktes Familienleben Pflicht. Da wurde die Harmonie manchmal nur vorgetäuscht. Unser Familienleben war hingegen wirklich intakt. Heute würde man sagen, dass es keinen Stress gab. Zumindest nicht für mich. Aus den Biografien meiner vielen Talkshow-Gäste habe ich immer erfahren, wie prägend die frühen Jahre für das spätere Leben sind. Dass ich, wie es Elke Heidenreich einmal formuliert hat, von Beruf Menschenfreund geworden bin, verdanke ich auf jeden Fall meiner außerordentlich harmonischen Kindheit. Sicherlich haben die positiven Erfahrungen in der Kindheit außerdem dazu geführt, dass ich auch später viel von meinen Eltern angenommen habe, statt mich durch Ablehnung ihrer Ansichten, ihrer Werte, ihres Charakters profilieren zu müssen. Zum Schluss möchte ich dir noch die Geschichte unseres Hauses in Freistadt erzählen, die sehr viel über meinen Vater aussagt. Er hatte Anfang der 30er Jahre einen befreundeten Architekten beauftragt, den Plan für eine Villa zu entwerfen. Ich habe diesen Plan nie gesehen, aber ich weiß aus Erzählungen, dass es sich um eine Skizze eines altmodisch verwinkelten, mit Türmchen verzierten Hauses gehandelt hat. Wäre es gebaut worden, hätte die Architektur sicher auch die Einrichtung geprägt. Muffig, altbacken, konservativ. Bevor es aber dazu kam, besuchten zwei junge Architekten meinen Vater. Sie trugen ihm eine Idee vor, wie er das vorgesehene Grundstück im damals modernen Bauhausstil bebauen lassen könnte. Er war begeistert und entschied sich sehr schnell, den ersten Entwurf zu verwerfen, den Architekten auszuzahlen und der Jugend den Auftrag zum Bau der Bauhausvilla zu geben. Dieser Entschluss war typisch für meinen Vater, der im Grunde seines Herzens ein sehr konservativer Mann war, der noch für alles Neue offen blieb und das, Gott sei Dank, nicht nur in ästhetischer Hinsicht. Und meine Mutter war eine durch frühe Heirat und Mutterschaft verhinderte Künstlerin, die mit dem bis ins hohe Alter immer wieder ausgesprochenen Wunsch, nämlich mit Kapitän auf die Reise, sicher nicht nur die nach dem Tod meines Vaters von mir organisierten Reisen nach Wien und Jerusalem meinte. Nun bin ich gespannt, was du finden wirst, in Freistadt oder Frischstadt, wie es jetzt heißt. Dein Alfred. Die Vertreibung »Fredele, die Urbanschiks sind da«, hatte Alfreds Mutter gerufen, »zieh den Mantel an und vergiss die Handschuhe nicht.« Durch die offene Tür, erinnert sich Alfred, sah ich einen großen Wagen vorfahren, vor dem zwei Pferde gespannt waren. Tante Elka und Maria, das Dienstmädchen, brachten die Koffer und Säcke heraus und luden sie auf den Wagen. Seit ein paar Tagen wusste ich schon, dass wir eine Reise machen würden. Meine Mutter, meine Tante Elka und ich. Mit meinen Großeltern, Tante Mitzi und Tante Fanny, sollten wir uns später treffen. Mein Vater blieb da. Auch Herbert, mein ältester Bruder, fuhr nicht mit. Er war seit dem Sommer als Soldat in Russland. Und Joschi, mein anderer Bruder, sollte auf das Haus aufpassen, bis wir wiederkommen würden. Ich verabschiedete mich von Maria und Joschi und nahm meinen kleinen Koffer, den ich am Tag zuvor selbst gepackt hatte. Frau Urbanschik und Tante Elka saßen vorne auf dem Bock, meine Mutter hinten, neben mir und Inge, der Tochter von Frau Urbanschik. Ich weiß nicht mehr, ob die Reise einen oder mehrere Tage dauerte. Irgendwann hielten wir vor einem riesigen Kloster. Meine Mutter und ich mussten uns ein Zimmer teilen, Tante Elka wohnte gleich nebenan, und Inge und ihre Mutter waren auch auf demselben Gang untergebracht. Die nächste Szene, an die ich mich erinnern kann, fand im Keller des Klosters statt. Ich saß zwischen meiner Mutter und meiner Großmutter, außerdem waren da noch viele andere Frauen und Kinder, die in den letzten Tagen dazugekommen waren. Alle verhielten wir uns ganz still und leise. Manchmal nahm ich meine Mutter in den Arm und drückte mich. Manchmal flüsterte sie mir zu, ich solle keine Angst haben. Oben an einer Wand waren schmale Fenster, da kam ein bisschen Licht rein. Plötzlich wurde es noch stiller. Zuerst sah ich Schatten an der Wand, die sich bewegten. Dann sah man in den Fenstern die Stiefel, die vorbeimarschierten. Da spürte ich die Angst. Sie ging von meiner Mutter aus, und als ich mich umsah, sah ich sie auch bei den anderen Frauen. Irgendwann flüsterten sie wieder. Wahrscheinlich überlegten sie, ob wir hochgehen sollten oder lieber noch warten. Im Dunkeln tasteten wir uns dann wieder nach oben in unsere Zimmer. Einige Tage später fuhr meine Mutter wieder nach Hause. Als ich sie fragte, warum sie mich nicht mitnehme, sagte sie, sie müsse erst nachsehen, ob das Haus noch steht. In der Zwischenzeit befolgte ich den Rat meiner Tante Mietzi, den russischen Soldaten, denen ich begegnete, nicht ins Gesicht zu sehen. Nach ihrer Rückkehr verkündete meine Mutter, wir fahren nach Hause. Und ich freute mich auf mein Zimmer. Doch als wir dann fast in Freistadt angekommen waren, erklärte sie, dass wir nicht in unser Haus könnten, weil dort jetzt die Russen wohnen würden. Ein Brauereibesitzer stellte uns, meinen Großeltern und den drei Tanten, in der Brauerei einen riesigen Saal zum Wohnen zur Verfügung. Weil man den Deutschen keinen Unterschlupf gewähren durfte, musste ich leise sein und durfte nicht ans Fenster. Eines Abends holte mich dann Onkel Alphons ab. Obwohl er sehr nett war, habe ich die ganze Fahrt über geweint. Bei seiner Familie blieb ich dann einige Wochen, die ich in sehr angenehmer Erinnerung habe, weil es viel zu essen gab und ich mit der Tochter, die in meinem Alter war, draußen im Garten spielen durfte. Nur Deutsch durfte ich nicht mehr reden. Als ich dann zurück nach Freistadt kam, wohnten wir nicht mehr in der Brauerei, sondern bei einer alten Klavierlehrerin. Vom Fenster unseres Zimmers aus konnte ich hinunter auf die Straße sehen und dort marschierten eines Tages mein Vater und mein Bruder Joschi in einer Reihe mit anderen Männern die Straße entlang, vorne und hinten flankiert von Männern in Uniform. Jeden Tag gingen sie vorbei, als Häftlinge zum Arbeiten in einer Dachpappenfabrik. Auch wir durften wieder auf die Straße mit einer Armbinde, auf der ein N für Nemec gestickt war, dem tschechischen Wort für Deutscher. Einmal gingen meine Mutter und ich auf den Ringplatz und weißt du, was wir gesehen haben? Unseren Wohnzimmerteppich. Der lag im Schaufenster der Sparkasse. Meine Mutter schimpfte leise vor sich hin. Irgendwann musste ich dann in die tschechische Schule, denn eine deutsche gab es nicht mehr. Ich konnte allerdings viel besser tschechisch lesen als die meisten tschechischen Kinder, weil Onkel Alfons mit mir in den Wochen, die ich bei seiner Familie verbrachte, schon lesen und schreiben geübt hatte. So wäre aus mir fast ein richtiger Tscheche geworden, doch eines Abends kamen uniformierte Männer und brachten meine Mutter und mich zusammen mit meinen Großeltern und mit meinen Tanten in ein großes Lager. Wenig später wurden meine Mutter und ich in ein spezielles Mutter-Kind-Lager nach Orlau gebracht, wo es uns besser ging. Meine Mutter durfte sogar einmal das Lager verlassen, um meinen Vater zu besuchen, der ja mittlerweile im Gefängnis saß. Kennst du das Lied Kornblumenblau? Das sangen wir mit den anderen und die Mütter lehrten uns erste Tanzschritte. Und dann, eines Tages, kam mein Bruder Joschi zu uns und berichtete, dass sie am anderen Morgen weggebracht würden. Seit Prag sind die Türen des Viehwaggons zu. Von draußen hatten Tschechen versucht, Steine in den Zug zu schmeißen. Seit über zwei Tagen sitzt Alfred mit seiner Mutter, seinen Großeltern, seinen drei Tanten Miezi, Fanny und Elka und seinem Bruder Josef auf dem Boden. Sein Onkel Rudolf kam mit seiner Familie in einen anderen Waggon. Alfreds Vater Josef und sein Bruder Herbert fehlen. Der Zug hält. Es ist nicht das erste Mal, dass er seit Prag hält. Ist das Deutsch, was man draußen hört? Im Inneren des Waggons macht sich Unruhe breit. Ein Murmeln beginnt. Die Stimmen werden lauter. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Sie reden Deutsch da draußen. Wir sind in Deutschland. Alfred spürt, dass seine Mutter wieder ein bisschen zuversichtlicher wird. Die Türen gehen auf. Alles reckt sich. Alfred kann nichts erkennen. Furt im Wald. Wir sind in Bayern, hört er. Anstatt in dem großen Auffanglager in Furt im Wald oder in der Umgebung zu bleiben, fährt der Transport nach einer Pause, in der es eine Suppe und Brot gab, Richtung Süden weiter. Die Türen bleiben jetzt die meiste Zeit offen. In einem Bahnhof des Ort des Allach bei München hält der Zug erneut. Über Megafon schreit ein Mann, dass der Transport nun aufgeteilt werde. Ein Teil werde nach Freising weiterfahren, für den anderen gehe es nach Fürstenfeldbruck. Am Bahnhof von Fürstenfeldbruck stehen Lastwagen. Alfreds Mutter achtet darauf, dass alle auf einen kommen. Alfred weint nicht. Das ist gut. Vor einer Brauerei halten sie und beziehen einen großen Saal. Denn Alfred abends da liegt, kann er nicht einschlafen. Ob der Herbert noch lebt? Natürlich lebt er noch. Er ist bestimmt nicht gefallen. Gestern hat eine Frau erfahren, dass ihr Sohn nicht mehr zurückkommen wird. Nein, der Herbert lebt. Und Vater auch. Bestimmt. Wohin er wohl geflüchtet ist? Zwei Wochen leben die Biolex in diesem Saal der Brauerei. In einer nahegelegenen Wirtschaft wird für sie gekocht. Alfreds Großvater, der in dem knappen Jahr im Lager schon immer schwächer wurde, wird nun so krank, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Onkel Rudolf darf mit seiner Familie in einen Ort, der Dünzelsbach heißt. Endlich geht es auch bei ihnen weiter. Althegnenberg soll der Ort heißen. Die Gemeinde dort muss Vertriebene aufnehmen. Keine Familie kann sich gegen die Einquartierungen von den Flüchtlingen, wie sie genannt werden, wehren. Man kann höchstens darauf achten, dass Menschen einziehen, die zum Arbeiten taugen oder die etwas zahlen können. Die Familie Biolek wartet drei Wochen im Gasthaus Bergmüller darauf, aufgenommen zu werden. Die Großmutter bekommt das einzige Bett, die anderen schlafen auf den Tischen. Der Großvater wird in das Krankenhaus in Augsburg verlegt. Man hofft, dass er vielleicht noch einmal herauskommt. Schließlich findet Hedwig Biolek mit ihren Söhnen bei einem Schuster eine Herberge. Er quartiert sie in einem schönen Zimmer mit Blick auf den nahegelegenen Wald ein. Hedwig Biolek schneidet die Polster ihrer Jacke auf und gibt ihm etwas Geld. Ihre Mutter und die drei Schwestern kommen bei einem Bauern unter, der sich vor allem über Elka freut, weil die jeden Tag mit aufs Feld geht und sehr fleißig ist. Tante Mizi gibt den Bauernkindern ein bisschen Klavierunterricht und verwöhnt die Bäuerin mit Pädi und Maniküren. Manchmal kommen sogar andere Frauen zur Behandlung und bringen ein paar Eier oder Kartoffeln mit. Nach der Kartoffelernte dürfen die Bioleks mit anderen Flüchtlingen zur Nachlese auf die Felder. Im Wald gibt es Beeren und Bucheckern, die auch schon Alfred mitsammeln kann. Die Nachrichten aus dem Augsburger Krankenhaus sind nicht besonders zuversichtlich. Der Großvater wird immer schwächer. Von Herbert und Vater Biolek kein Lebenszeichen. Eine Nachkriegsjugend Frau Biolek, Ihr Mann lebt. Schauen Sie, da ist ein Brief von ihm. So oder so ähnlich könnte der Mann, bei dem Alfred seine Mutter und sein Bruder nach der Aussiedlung in Bayern untergekommen waren, die große Nachricht überbracht haben. Gott sei Dank, bricht es aus Hedwig Biolek heraus, dann schießen ja auch schon die Tränen in die Augen. Gott sei Dank. Einige Wochen später sitzt Josef Biolek im Zug nach Althegenenberg. Nach abenteuerlichen Umwegen war er nach Schwaben gekommen und hatte von dort aus nach seiner Familie gesucht. Alfred kann sich an die Wiedersehensszenen nicht erinnern. Ihm fehlen die Bilder. Bis zum heutigen Tag erinnert er sich aber an das unglaubliche Glücksgefühl, das ihn überkam. Josef Biolek bleibt eine Woche. Es ist früher Sommer. Während die Frauen, Alfred und sein Bruder auf den Feldern und in den Gemüsegärten der Bauern mithelfen und im Wald Himbeeren sammeln, schaut er sich in den umliegenden Dörfern und in Fürstenfeldbruck um. Kann ich hier eine Arbeit finden, die uns ernähren wird? Kann ich mich hier als Anwalt niederlassen? fragt er sich. Er sieht hauptsächlich ländliche Strukturen und ist sich nicht sicher. Zurück in Schwaben steht sein Entschluss fest. Anstatt nach Bayern zu gehen, will er schnellstmöglich hier eine Anstellung suchen und die Familie zu sich holen. Der Stuttgarter Raum scheint ihm aufgrund seiner Industrie und seiner vielen mittelständischen Betriebe besser geeignet, mit über 50 Jahren noch einmal ganz von vorne anzufangen. Eine Stelle im württembergischen Justizministerium scheint ihm am sichersten und er bewirbt sich. Der Mangel an Männern macht möglich, was heute undenkbar ist. Jeder wird gebraucht. Trotz seines Alters wird Josef Biolek im Landwirtschaftsministerium angestellt. Als Sachbearbeiter soll er die Mitglieder des Bauernverbandes juristisch beraten. Als nächstes begibt er sich auf Wohnungssuche. Die gestaltet sich schwerer als die Arbeitssuche. Er ist nicht der einzige Vertriebene, der sich in der Umgebung des schwer zerbombten Stuttgart niederlassen will. Ende August 1946 sitzen Alfred, seine Mutter und sein Bruder Joschi vor einem Althegenenberger Gasthaus. Neben ihnen ein Stuhl, eine Kiste mit geschenkter Bettwäsche und die drei Koffer, die sie schon auf dem Transport von Freistadt nach Bayern begleitet hatten. Marmelade, Eier, Brot, Äpfel und ein großes Stück Speck liegen in zwei Körben. Frau Biolek trägt das Kleid, in dessen Schulterpolster noch einige Maria Theresiataler eingenäht sind. Bis jetzt ist sie äußerst sparsam gewesen. In ihrer Manteltasche steckt der Brief ihres Mannes mit der Nachricht, dass er endlich eine Bleibe gefunden habe. Mit ihren Söhnen wartet sie auf einen Lastwagen, der sie nach Rommelshausen in der Nähe von Weiblingen bringen soll. Doch der Lastwagen kommt nicht. Um Mitternacht kehren sie auf den Bauernhof zurück. Am frühen Morgen des nächsten Tages sind es das Essen und ein paar in den Koffern verstaute Kleidungsstücke, die zum Bahnhof mitgenommen werden. Als die Zugreise nach Weiblingen beginnt, sitzt Alfred neben seiner Mutter und freut sich. Jetzt wird alles gut, hat sie zu ihm gesagt. Mein Vater holte uns vom Bahnhof in Weiblingen ab, erinnert sich Alfred. Dann ging es weiter nach Rommelshausen. Schließlich hielten wir vor einem kleinen Haus und eine Frau mit zwei Mädchen, die ungefähr in meinem Alter waren, kam heraus. Das war die freundliche und hilfsbereite Witwe Blessing mit ihren zwei Töchtern, mit denen ich in der ersten Zeit viel spielte. Ihr gehörte das Haus. Sie wohnte unten, das obere Stockwerk teilten wir uns mit einer alleinstehenden Frau mit ihrem Sohn. Alfreds Mutter scheint, anders als ihrem Mann, der Neuanfang nicht so leicht zu gelingen. Nur sehr schwer kann sie sich damit abfinden, dass sie nach dem großbürgerlichen Leben in Freistadt und nach der harten Zeit in Lagern und fremden Zimmern nun ein bescheidenes Leben erwartet, hartes Arbeiten und Sparen auf sie zukommt. Wo ist Herbert, fragt sie sich außerdem. Hoffentlich lebt er noch. Alfred hingegen ist glücklich. Er ist jetzt Gymnasiast. Jeden Morgen geht er zusammen mit seinem Bruder Yoshi und einigen anderen Kindern, die drei Kilometer von Rommelshausen bis zur Oberschule in Weiblingen. Nach ein paar Wochen entschließen sich die Biolex, Yoshi nach Königstein zu schicken, wo sich ein Internat und eine theologische Hochschule für Heimatvertriebene befinden. Alfred hat aber mittlerweile Spielgefährten und Freunde unter seinen Klassenkameraden gefunden. Manchmal werden die vertriebenen Kinder verspottet, weil sie kaum etwas besitzen, weil sie anders reden und weil sie katholisch sind. Die alteingesessenen Weiblinger und Rommelshausener sind protestantisch. Für Alfreds Eltern wird die kleine, aber aufgrund der vielen vertriebenen stark anwachsende katholische Gemeinde zum Zentrum ihres Lebens. Alfreds Mutter geht jeden Tag in die Messe und betet dafür, dass ihr Sohn Herbert noch lebt. Der Vater übernimmt ein Amt in der Gemeinde und Alfred wird Mitglied im katholischen Jugendring. Jeden Sonntag ministriert er. Im Herbst findet Josef Biolek dann endlich eine Wohnung in Weiblingen. Ein Schlafzimmer für die Eltern, ein Ess- und Wohnzimmer, eine eigene Küche und ein eigenes Bad. Von den ersten Gehältern und mit Hilfe der Kredite vom Ausgleichsamt werden erste Anschaffungen gemacht. Darüber hinaus ist der Familie ein Schrebergarten versprochen, in dem Alfreds Mutter im nächsten Frühjahr einen Gemüsegarten anlegen kann. Eines Vormittags steht Alfreds Mutter am Herd und bereitet das Mittagessen für Alfred vor. Da klingelt es. Noch ein kurzer Blick auf die vor sich hin köchelnde Gemüsebrühe, dann geht sie zur Tür und macht auf. Oh, Sie sind ja gar nicht Friedele. Entschuldigen Sie, ich habe gedacht, Sie wären mein Sohn, der aus der Schule kommt. Was wünschen Sie? Mutter. Wie? Mutter, ich bin es. Herbert. Dieser dünne Mann mit dem dicken Gesicht? Das ist Herbert? Herbert, mein Gott, flüstert sie endlich und breitet die Arme aus. Frau Biolek strahlt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und Monaten. Alle haben überlebt. Lass uns doch Weihnachten in Alt-Hegenenberg bei meinen Schwestern und Eltern feiern, schlägt sie ihrem Mann vor, dann sind wir wieder alle zusammen. Am 23. Dezember 1946 stehen die drei Schwestern Miezi, Fanny und Elke am Bahnhof von Alt-Hegenenberg und schauen auf den einfahrenden Zug, der ihre Verwandten aus dem Schwäbischen bringen soll. Elke hat vom Bauern, bei dem sie auf dem Feld arbeitet, einen Karpfen bekommen. Den soll es morgen geben, paniert und mit Kartoffeln wie früher in Freistadt. Nachher Birnenkompott und ein Gläschen von einem Obstler, den der Bauer selbst gebrannt hat. Mit Alfred will sie in den Wald gehen, um den ihr versprochenen kleinen Christbaum zu holen, für den Miezi in den letzten Tagen aus Staniolpapier, Sterne und Lametta gebastelt hat. Was ich vom Christkind bekommen habe, erzählt Alfred, habe ich längst vergessen. Vielleicht ein paar gestrickte Strümpfe oder Handschuhe, vielleicht ein Buch oder einen Füller, ich weiß es nicht mehr. Was ich aber nie vergessen werde, ist die unglaubliche Freude, die in diesen Tagen unsere ganze Familie ergriffen hat. Wir waren alle so glücklich, dass wir diese zwei schrecklichen Jahre hinter uns gebracht hatten. Auch meine Mutter, die ja mit dem neuen Leben am schlechtesten zurechtkam, war so beschwingt, ja, selig. Und ihr Glück und ihre Zufriedenheit färbte auf mich ab. Die nächsten Jahre stehen für alle Deutschen ganz im Zeichen des Wiederaufbaus. Die Biolex haben immerhin schon eine Drei-Zimmer-Wohnung, ein paar Möbel und der Vater hat eine sichere Anstellung beim Staat. Alfred integriert sich in die Klasse. Seine Leistungen sind bis auf das Fach Religion, in dem er eine Eins hat, durchschnittlich. Die Nachmittage verbringt er mit seinem Klassenkameraden Hans Dieter oder mit den Kindern des katholischen Jugendrings. Dort lernt er auch Eva Marie kennen, ein Mädchen, dessen Familie ebenfalls aus der Tschechoslowakei vertrieben worden war. Ein ähnliches Schicksal, eine ähnliche bürgerliche Herkunft, dieselbe Konfession, die gleichen Probleme, die dieser Neuanfang mit sich bringt. Die Eltern verstehen sich gut. Eva Marie nennt Frau Biolek Tante und wird Alfreds wichtigste Jugendfreundin. Inzwischen arbeitet Alfreds Vater nicht mehr im Landwirtschaftsministerium, sondern fährt im Auftrag des Bauernverbandes jeden Tag in ein anderes Dorf der Umgebung und berät die ansässigen Bauern in rechtlichen Angelegenheiten. Oft bekommt er ein paar Eier oder ein Stück Butter zugesteckt, kann er Kartoffeln und Äpfel billig erwerben. Manchmal bringt er sogar ein Stück Fleisch mit. Als in den drei Westzonen im Juni 1948 die Reichsmark abgeschafft und die deutsche Mark eingeführt wird, verlieren die, die Geld haben, beträchtliche Summen. Biolex haben keines und erleben die Währungsreform wie auch die Gründung der Bundesrepublik als sehr positiv. Während sich Alfreds Bruder Joschi im Internat auf ein Leben als Priester vorbereitet, beginnt Herbert in München sein Philosophiestudium. Er möchte Journalist werden. Alfred verbringt also auch die nächsten Jahre erneut als Einzelkind. Mutter Hedwig führt den Haushalt und bewirtschaftet ihren Schrebergarten, der die Familie im Sommer und Herbst mit Obst, Gemüse und Blumen versorgt. Die Kirche ist ihr weiterhin eine wichtige Lebensstütze. Manchmal bittet sie die jungen Vikare zu Tisch, die von ihren Kochkünsten begeistert sind. Alfreds Vater engagiert sich mittlerweile nicht nur in der katholischen Gemeinde, sondern auch in der Politik. Eigentlich lag es nahe, sich im Verband der Heimatvertriebenen zu engagieren. Er wurde aber Mitglied in der CDU und saß wenig später für sie im Stadt- und Kreisrat. Ihm war klar, erinnert sich Alfred, dass die Vertriebenen bleiben werden. Also war sein großes Ziel, sich in die Gesellschaft der neuen Heimat zu integrieren. Wäre mein Vater in den Verband der Vertriebenen gegangen, dann hätte er sich in einem Verband engagiert, der sich klar als Minderheitenvertretung begriff. Auch er wollte sich für die Rechte der Heimatvertriebenen einsetzen, aber innerhalb der großen CDU. Ich glaube, dass diese Entscheidung meines Vaters richtig war, zumal ich bis heute ein sehr gespaltenes Verhältnis zu den Vertriebenenverbänden habe, in denen eine Minderheit die endgültige Integration immer noch verhindern will. Man sollte doch endlich zur Kenntnis nehmen, dass wir uns hier schon bald wunderbar integriert hatten, dass wir dank der Soforthilfe und des Lastenausgleichs im Vergleich zu Flüchtlingen in anderen Ländern gute Anfangsbedingungen hatten. Dafür sollte man der einheimischen Bevölkerung ein großes Kompliment machen. Neben seinem politischen Engagement wälzt Alfreds Vater eine Idee hin und her. Im Frühjahr 1948 entscheidet er sich, mit über 50 Jahren will er noch einmal eine eigene Anwaltskanzlei eröffnen. In seinem Alter und als Fremder wird das keine leichte Aufgabe sein. Unter der Woche verwandelt sich das Esszimmer in die neue Anwaltskanzlei Dr. Josef Biolek. Im Esszimmer waren die Akten meines Vaters im selben Schrank wie das Kaffeeservice, erinnert sich Alfreds Bruder. Wenn meine Eltern am Abend Gäste hatten, dann wurden die Akten in den Schrank gestellt und die Schreibmaschine mit einem Tuch verdeckt. Nach dem Essen verwandelte sich das Zimmer wieder in die Kanzlei, in der tagsüber eine Sekretärin saß, eine ältere Frau, die wie wir vertrieben worden war. Oft wird Herr Biolek mit Lebensmitteln, nicht selten auch mit Bildern, mit kleinen Möbelstücken oder mit Uhren für seine Dienste bezahlt. Sollen wir die Uhren essen, beschwert sich Alfreds Mutter, aber Josef Biolek lehnt es ab, seine Klienten zu brüskieren. Mit dem steigenden Wohlstand der jungen Bundesrepublik werden seine Beratungen aber immer häufiger mit Bargeld beglichen. Das Einkommen steigt, man gönnt sich kleine Ausflüge und ein gebrauchtes Klavier. Trotz der bescheidenen Verhältnisse soll Alfred großbürgerlich erzogen werden und dazu gehört selbstverständlich die Wiederaufnahme des am Freistädter Flügel begonnenen Klavierunterrichts. Auf der Suche nach einer passenden Lehrerin wird man schnell fündig. Frau Erhard war keine normale Klavierlehrerin. Natürlich konnte sie erstklassig Klavier spielen, aber sie war darüber hinaus für damalige Begriffe und Ansichten eine mondäne Dame. Sie kam zum Unterricht aus der Großstadt Stuttgart und lebte dort mit einem weitaus jüngeren Mann zusammen, erzählt Alfred. Seine Freundin Eva Marie, die ebenfalls bei Frau Erhard Unterricht nahm, berichtet, sie war eine großartige Persönlichkeit. Die von ihr veranstalteten Konzerte und waren die gesellschaftlichen Ereignisse in Weiblingen. Für uns Jugendliche, aber auch für alle Erwachsenen. Meistens gab es zu Beginn der Nachmittagskonzerte, die im Saal eines Gasthauses aufgeführt wurden, einige Darbietungen auf dem Klavier, manchmal wurden Gedichte vorgetragen. Nach einer Pause, in der gegessen wurde, spielte dann eine Kapelle zum Tanz auf. Ich weiß nicht, ob Alfred dort auch vorgespielt hat, aber ich kann mich erinnern, dass er als Konfrancier aufgetreten ist. Die Karwoche 1951. Die Familie Biolek bereitet sich auf das Osterfest vor. Jetzt, wo schon so viel geschafft ist, wo man sich wieder ein wenig leisten kann, möchte man feiern wie in Freistädter Tagen. Am Mittwoch steht Hedwig Biolek in der Küche und backt Hefezöpfe. Und Prager Schinken soll es geben, wie früher in Freistadt. Die Verwandtschaft hat sich angekündigt. Joschi ist bereits aus dem Internat angereist. Zum Wochenende werden Alfreds Tanten und die Großmutter erwartet. Der Großvater ist im letzten Herbst nach langer Krankheit gestorben. Alfreds großer Bruder Herbert ist gestern schon aus München gekommen. Ein richtiger Dandy, ein Lebemann, denkt Alfred und möchte auch so werden. Genauso wortgewandt. Fast fertig mit dem Studium und der Doktorvater steht auch schon fest. Toll, bewundert er seinen Bruder. Mutter Hedwig ist auf ihren ältesten Sohn auch sehr stolz, doch noch mehr freut sie sich, dass Herbert nicht alleine gekommen ist, sondern ihr und der Familie zum ersten Mal seine Verlobte Elisabeth vorgestellt hat. Es geht weiter, denkt sie und ist glücklich. Herbert ist früh aufgestanden an diesem Mittwochmorgen. Er möchte Elisabeth heute Stuttgart zeigen. Doch seine Migräne, die ihn schon in den letzten Wochen gequält hat, wird wieder so stark, dass ihm schlecht wird. Sie bleiben zu Hause und Herbert legt sich ins Bett. Um sechs Uhr abends ist Herbert tot. Keiner kann es glauben. Als Herbert drei Tage später in der Kapelle auf dem Friedhof aufgebahrt liegt, wird nochmal ein Arzt geholt, um genau zu untersuchen, ob Herbert nicht doch scheintot ist. Später stellt sich heraus, dass er an einem Hirntumor gestorben ist. Amerika 1951, Demokratie und Konsum. Der Schulaushang. Sechsmal die Woche läuft Alfred jeden Morgen daran vorbei, schaut kurz hin. Eines Morgens hängt dort ein kleines Plakat. Im Auftrag der Regierung der Vereinigten Staaten lädt der American Field Service, AFS, deutsche Schüler dazu ein, sich ein Jahr lang mit der amerikanischen Lebensweise vertraut zu machen und Englisch zu lernen. Der AFS wurde im Zweiten Weltkrieg als eine Organisation gegründet, die verwundete Soldaten versorgte. Nach dem Krieg suchte man sich ein neues Aufgabenfeld und entschied sich für den Schüleraustausch. Wir haben gewusst, dass die Amerikaner Kaugummi-Kauen sehr reich sind und dass sie einerseits ganz nah sind – Weiblingen lag in der amerikanischen Zone – und andererseits ganz weit weg, eben in Amerika. Nach dem Krieg wurden sie zunächst nicht so sehr als Befreier vom Nationalsozialismus, sondern als Besatzer wahrgenommen, weil die Mehrheit der Deutschen unter der nationalsozialistischen Diktatur ja ganz gut gelebt hatte. Mit meinen Eltern habe ich zum Beispiel nicht darüber gesprochen, ob sie von den Konzentrationslagern wussten. Ihre jüdischen Bekannten waren einfach nicht mehr da. In ihrem Haus wohnte einfach eine andere Familie. Da haben alle sehr viel verdrängt und nur darauf geachtet, wie es ihnen selbst geht. Für meine Familie waren die Amerikaner weder Besatzer noch Befreier. Im Vergleich zu den Russen und Tschechen, die wir in Freistaat erlebt hatten, haben wir sie vor allem als zivilisiert empfunden. Von Vergewaltigungen, Vertreibung und Plünderungen hörte man nichts. Und spätestens seit der Luftbrücke nach Berlin waren die Amerikaner Freunde. Während im Osten Europas die Deutschen vertrieben wurden und sich dort nach und nach kommunistische Regime bildeten, begann hier bei uns langsam das sogenannte Wirtschaftswunder. Alle Gefühle, die ich gegenüber den Amerikanern hatte, waren nur positiv. Aber ich hatte keine konkreten Vorstellungen. Die Chancen vom American Field Service ausgewählt zu werden, um als einer von 120 Schülern für ein Jahr nach Amerika gehen zu dürfen, schätzt Alfred nicht sehr hoch ein. In Englisch hatte er gerade noch eine Vier und von den Amerikanern weiß er eben hauptsächlich, dass sie freundlich sind und die westliche Welt anführen. Über amerikanische Literatur weiß er nichts. Und die neue amerikanische Musik gilt in seiner Familie als oberflächlich. Was soll er also bei dem Bewerbungsgespräch erzählen, das er bei dem High Commissioner, dem für den Landkreis zuständigen Repräsentanten der Besatzungsmacht, zu führen hat? Als Alfred, ohne es vorerst jemandem zu sagen, nach der Schule im Amt der Amerikaner vorstellig wird, sagt er, guten Tag, ich möchte die Demokratie lernen. Ende August 1951 steht eine kleine Gruppe Menschen auf dem Bahnhof von Weiblingen. In der Mitte eine kleine Frau in schwarz, die erst vor ein paar Monaten ihren ältesten Sohn verloren hat und nun ihren jüngsten, wenn auch nur für ein Jahr, in die Welt ziehen lassen muss. Natürlich ein Taschentuch in der Hand, Tränen in den Augen, natürlich der Versuch eines Lächelns. Alfred sieht seine Familie immer kleiner werden, die letzten Häuser von Weiblingen auch. Bis er in Stuttgart in den Schnellzug steigt, ist Alfred ein paar Mal nah dran, umzudrehen. Nach acht Tagen auf See heißt es endlich Land in Sicht. Über Stunden wächst aus kleinen, weißen Punkten am Horizont ein immenses Häusermeer heran. Während das Schiff anlegt, lehnt Alfred schon mit zwei Koffern und seiner Jacke über dem Arm an der Reling, bereit für das amerikanische Abenteuer. Doch während die Schüler aus den anderen Ländern das Schiff ohne Verzögerung verlassen dürfen, muss er mit den anderen Deutschen zehn Stunden lang warten, bis alle Formalitäten erledigt sind. Als er dann in ein großes Hotel des amerikanischen christlichen Vereins junger Männer gebracht wird, ist es bereits Nacht. Zusammen mit den anderen wird er am übernächsten Morgen zu einer Greyhound-Station gebracht, bekommt einen Zettel in die Hand gedrückt und sitzt, ehe er sich versieht, im Bus. Allein zwischen lauter Amerikanern. Nach zweimaligen Umsteigen und einem verpassten Anschluss ist die Reise am späten Vormittag des nächsten Tages zu Ende. Aus einer Gruppe von Wartenden kommen zwei Jungen auf ihn zu. Welcome in Oak Hill, Alfred, sagen sie und führen ihn zu einem ein wenig abseits vor einem sehr großen Auto wartenden Mann, einer Frau und zwei Jugendlichen. Alfred, these are Mrs. and Mr. Martin with their children, your new family. Oak Hill ist ein kleiner Ort im ärmlichen US-Bundesstaat West Virginia im amerikanischen Süden, mit 3000 Einwohnern, fünf Kirchen, einem Autokino, einem Drugstore, einem Friseursalon und einem kleinen, für den örtlichen Bedarf errichteten Wasserwerk. Die Martins bewohnen ein eigenes Haus, erledigen alle Einkäufe und Besuche mit einem ihrer beiden Autos. Sie haben ein schwarzes Dienstmädchen, das die Schmutzwäsche, die aus mehreren Schächten von den oberen Zimmern heruntergeworfen wird, in einer elektrischen Waschmaschine wäscht, bevor sie sie in einem elektrischen Trockner trocknet. In der Küche steht ein elektrischer Kühlschrank, in dem unter anderem große Flaschen Milch darauf warten, mit riesigen Packungen Cornflakes zum Frühstück serviert zu werden. Auf der Arbeitsplatte über dem elektrischen Geschirrspüler steht ein Toaster. In den ersten Tagen kommt Alfred aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mr. Martin, den Alfred Dad nennt, ist Leiter der örtlichen Wasserwerke. Er ist ein ruhiger, unspektakulärer Typ. Alfreds Mom arbeitet im Büro der örtlichen Gasanstalt, nebenbei noch in einem kleinen Friseursalon. Sobald sie nach Hause kommt, macht sie mit Hilfe des Dienstmädchens Beatrice und ihrer Tochter Lois den Haushalt. Alfreds Gastschwester ist 17 Jahre alt und damit so alt wie er. Mit ihrem 15-jährigen Bruder Herbert teilt sich Alfred das nächste Jahr ein Zimmer, schläft mit ihm zusammen in einem sogenannten Queen-Size-Bett. Sonntags geht Vater Martin zum Gottesdienst der Baptisten, die Mutter zu den Methodisten, die Kinder wechseln sich ab. Alfred wird in die Obhut einer polnischen Freundin gegeben, die ihn in die katholische Kirche im Nachbarort mitnimmt. Er erfährt, dass sowohl der Glaube an Gott als auch die Respektierung von Andersgläubigen und deren Bräuchen ein wichtiger Grundsatz der amerikanischen Gesellschaft ist, den man nie verletzen sollte. Was passieren kann, wenn man die Grundsätze verletzt, erfährt Alfred nach einigen Monaten. Wie für die meisten Amerikaner, die einer der unzähligen protestantischen Glaubensrichtungen angehören, ist für die Martins Alkohol Teufelszeug und sein Genuss eine große Sünde. Kurz nach Weihnachten wünschte mir meine Mom plötzlich kein Good Morning mehr. Am Abend bemerkte ich, dass sie überhaupt nicht mehr mit mir sprach. Am nächsten Tag dasselbe schweigen. Ich hatte keine Ahnung warum. Am Abend des dritten Tages fragte ich sie endlich, was los sei. Meine Eltern hatten zu Weihnachten eine Schachtel Pralinen geschickt und da waren zwei oder drei darunter, die mit Likör gefüllt waren und in eine von denen hat sie hineingebissen. Abgesehen von solchen Dramen führt Alfred bei den Martins ein normales, unspektakuläres Leben, das er jedoch als unglaublich aufregend empfindet. Bereits am Tag nach seiner Ankunft nehmen ihn seine Gastgeschwister mit zum Unterricht in die High School von Oak Hill. In den vorletzten, den sogenannten Junior-Jahrgang eingeteilt, sind für Alfred die Fächer Englisch und amerikanische Geschichte Pflicht. Beides besucht er täglich. Aus dem großen Angebot anderer Kurse kann er frei wählen. Verwundert über diese Großzügigkeit entscheidet er sich für Journalism, Typewriting, Car Driving und Singing. Anders als an deutschen Gymnasien wird in Oak Hill viel Wert auf die Kreativität der Schüler gelegt. Überall wird er aufgefordert mitzumachen. Neben dem Chor ist es vor allem die Theatergruppe, in der er mitspielt. Und schon bald nach seiner Ankunft nimmt er an dem jährlichen Talentwettbewerb der Schule teil. Seiner Klavierlehrerin schreibt er darüber. Sehr geehrte liebe Frau Erhard, in meinem Brief über die Seefahrt erwähnte ich eine Talentshow, in der ich als Komiker auftrat. Diese Talentschauen werden hier in Amerika sehr oft veranstaltet. Unsere Schule hier in Oak Hill hatte ihre jährliche Talentshow letzten Donnerstag. Ich habe zwar kein großes Talent, das ich zur Schau hätte stellen können, aber ich wusste, dass sich alle freuen, wenn der German Student mitmacht. Und so meldete ich mich als Pianist an. Ich sehe Sie und alle anderen, die diesen Brief lesen, jetzt im Geiste verwundert lachen. Jawohl, wenn man so gut Klavier spielen kann wie ich, dann hat man ein Talent. In Amerika. Als ich ein paar Tage später in die Stadt ging, sah ich dann die Plakate, auf denen mein Name prangte. Kommen Sie und hören Sie den German Student Klavier spielen bei unserer Talentshow in der Aula der Oak Hill High School. Ich war entsetzt, weil ich Angst hatte, die Leute mit meinem Spiel, ich hatte mir die Schumannschen Kinderszenen und Menüette von Haydn ausgesucht, zu enttäuschen. Denn sobald ich vor Leuten Klavier spielen soll, mache ich so blöde Fehler, dass man denken könnte, ich sei so blöd wie meine Fehler. In Amerika ist das Gott sei Dank nicht so schlimm. Die meisten Leute verstehen nicht so viel davon und wenn man das weiß, beruhigt es einen. Bei dem ersten und dem dritten Stück der Kinderszenen hatte ich einige Verhauungen, aber es ging insgesamt ganz gut. Die Richter, meine hiesige Klavierlehrerin, eine Nonne und die Mutter eines Schülers, beurteilten jedes Talent und zum Schluss wurden drei Preise verteilt. Der erste 10 Dollar, der zweite 5 Dollar und der dritte 2 Dollar. Als dann bekannt gegeben wurde, wer den ersten Preis gewonnen hatte, hörte ich nur etwas von German, der Rest ging im lauten Klatschen und Pfeifen, das ist hier Beifall, unter. Ich war es wirklich. Die Amerikaner sind sehr höfliche Leute und ein German Student in Oak Hill ist etwas Besonderes. Das Klavierspiel allein war es also nicht. 10 Dollar, das sind immerhin 42 Mark. Das war das Lampenfieber wert. Nach der Talentschau mussten wir zum Radiohaus und für das Radio spielen. Nun bitte nicht ohnmächtig werden, das ist natürlich kein Radio Stuttgart. Hier hört nur Oak Hill und Umgebung zu. Im Studio konnte ich die Noten benutzen und es waren nicht so viele Leute da und so spielte ich die Sachen gut. So etwas kann nur in Amerika passieren. Ein Schüler, der fürs Radioklavier spielt. Oak Hill im November 1951. Ihr Freddy Man bittet Alfred auch, als Botschafter seines Landes aufzutreten und von seiner Heimat und dem Leben in Deutschland zu erzählen. In den diversen Kursen der Schule, aber auch in den Rotary, Women's oder Lions Clubs von Oak Hill und den Nachbarortschaften hält er Reden über das neue Deutschland. In einem weiteren Brief nach Hause beschreibt er dann den Umgang der Amerikaner mit seiner deutschen Herkunft. Alle Amerikaner, mit denen ich bis jetzt zusammenkam, sind wirklich sehr nett und freundlich zu mir und ich werde nicht als Nazi angesehen. Natürlich haben sie viele Fragen über die Geschehnisse während des Krieges. Aber fast noch mehr interessieren sie die Dinge, die in den kommunistischen Ländern vorgehen. Sie wissen wenig über unser Flüchtlingsproblem und ich erzähle ihnen möglichst viel darüber. Von heute aus betrachtet glaubt Alfred, dass die High School in Oak Hill ihm wesentliche Dinge fürs Leben vermittelt habe. Speziell in dieser Schule habe ich erlebt, wie eine Gesellschaft auch funktionieren kann. Vor allem die Offenheit, auch wenn sie eine gewisse Oberflächlichkeit mit sich bringt, dieses Aufeinanderzugehen mit offenen Armen, fand ich großartig und anders als das, was ich von Deutschland her kannte. Das hat mich geprägt. Studium Vor allem vier Dinge sind es, die Alfreds Leben nach seiner Rückkehr aus Amerika prägen. Die Schule, das Theaterspielen, sein Engagement beim katholischen Jugendring und allerdings nicht mehr allzu intensiv der Klavierunterricht. Von Freundinnen oder Herzensangelegenheiten ist nicht die Rede. Obwohl Alfred den Stoff eines ganzen Schuljahres versäumt hat, spricht sich die Schulleitung dafür aus, ihn auf Probe in seine alte Klasse zu schicken. Das nächste Zeugnis gibt Auskunft, dass der Versuch alles in allem gelungen ist. Die frühere vier in Englisch ist jetzt natürlich einer zwei gewichen. In Latein, das in Oak Hill nicht gelehrt wurde, bekommt Alfred allerdings eine fünf. Sonst bleibt alles beim Alten. Er erreicht das Klassenziel. Mehr als für den Schulstoff interessiert sich Alfred für das Schultheater, indem er schon vor seinem Amerika-Aufenthalt bei einer Aufführung von Griffius, Herr Petersquenz, voll Freude mitgewirkt hat. Nach seiner Rückkehr geht er sofort wieder in die Theatergruppe. Selbstverständlich besucht Alfred mit seinen Eltern jeden Sonntag den Gottesdienst. Darüber hinaus geht er einmal in der Woche zum Jugendgottesdienst und inszeniert zugunsten eines Kirchenneubaus ein Singspiel. Alfred, kamen dir erste Zweifel, dass du nicht ganz so leben könntest, wie die Kirche es wünscht? Frage ich ihn während eines gemeinsamen Spaziergangs. Nein, überhaupt nicht. Ich war gerne Ministrant und wurde nach meinem Aufenthalt in den USA sogar Vorbeter in der Gemeinde von Weiblingen. Außerdem leitete ich zusammen mit einer jungen Nonne die Pfarrbibliothek, die nach dem Hochamt für ein bis zwei Stunden geöffnet hatte. Ich erinnere mich noch. Einmal kam eine einfache, ältere Frau und sagte lediglich, ich möchte gerne ein Buch ausleihen. Welches Buch möchten Sie denn gerne leihen, fragte ich sie. Das ist mir gleich. Entweder was zum Weinen oder etwas zum Lachen. An diesen Satz habe ich später sehr oft gedacht, denn eigentlich ist er die Essenz aller Unterhaltung. Wenn man Menschen unterhalten will, dann muss man sie entweder zum Lachen oder zum Weinen bringen. Man muss emotional bewegen. Das ist das Geheimnis des Entertainments. Auch seinen Klavierunterricht bei Frau Erhard nimmt er wieder auf. Doch das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Klavierspielen war für mich viel schlechter als bei der Scharspielerei. Ich musste unglaublich viel Klavier üben und was dabei rauskam, war kein großer Pianist. Beim Theaterspielen hingegen musste ich überhaupt nicht viel tun und hatte trotzdem einen großen Erfolg bei allen Schulaufführungen. Irgendwann habe ich die Klavierspielerei dann gelassen. Das letzte Schuljahr kommt. Schließlich laufen die Abiturprüfungen. In Latein bekommt Alfred nun ein Ausreichend, ebenso in der Leibeserziehung. Sein Biologielehrer benotet das naturwissenschaftliche Wissen mit Gut. Gut, in Englisch erhält er ein kaum verwunderliches Sehrgut. So hielt ich also mein Zeugnis in der Hand und stellte mir wie alle die Frage, was ich studieren sollte. Die Schauspielerei lockte mich, aber ich war zu bürgerlich, um diesen Weg zu gehen. In den 50er Jahren, zumal in einer Familie, die ihren ganzen Besitz verloren hatte und gerade dabei war, einen neuen aufzubauen, wäre der Entschluss, Schauspieler zu werden, sehr ungewöhnlich gewesen. Nachdem mein ältester Bruder tot war und mein Bruder Josef ein Theologiestudium begonnen hatte, war für meine Eltern klar, dass ich Jurist werde. Und ich war zu dieser Zeit ganz der brave Sohn, der die Anwaltskanzlei des Vaters übernehmen wollte. Ich hatte keinen Mut auszubrechen, sah mich vollkommen in der bürgerlichen Tradition. Außerdem war und ist Jura ja sowieso ein Fach, das viele studieren, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich machen sollen. Für mich war es im Hinblick auf die Anwaltskanzlei meines Vaters durchaus sinnvoll und die Auftritte vor Gericht, das Halten eines Plädoyers im Talar, hatten ja irgendwie auch etwas Theatralisches. Im Mai 1954 in der Marktstraße in Schwabing, ein kleines möbiertes Zimmer bei Frau Wanninger. Alfred sitzt an einem einfachen Tisch, vor ihm ein graues, kariertes DIN A5 Schulheft, auf dessen Umschlag Ausgaben steht. Gewissenhaft führt er es sein ganzes erstes Semester in München. Aus ihm lässt sich heute nachvollziehen, wie Alfred damals gelebt hat. Während der Woche geht Alfred entweder in die Mensa, wo es für 20 Pfennig ein Gabelfrühstück gibt und für 80 Pfennig ein Mittagessen, oder zu den Mönchen des Klosters St. Bonifaz, bei denen er hin und wieder eine kostenlose Mahlzeit bekommt. Einmal in der Woche nimmt er in einer öffentlichen Badeanstalt ein Brause- oder Wannenbad. Abends besucht er Konzerte, geht ins Kino oder ins Theater, oft aber auch in die Kirche. Mit seinem Schulfreund Rolf Böhme, der ab dem Sommersemester 1954 ebenfalls Jura studiert, streift er durch die Kneipenszene von Schwabing, geht mit ihm in die Nachteule, in die Schwabinger Sieben oder in den Siegesgarten und hört Dixie bei den Ockham Street Freedwarmers aber alles in Maßen. Seine morgendliche Vorlesung versäumt Alfred nie. Ja, Studium, Kirche, die Studentenverbindung und Kultur, das war mein Leben in den ersten Semestern, die ich in München, in Wien und wieder in München verbrachte. In Wien zog es mich stärker in die Oper, in München interessierte mich das Theater, die Musik und mit der Lach- und Schießgesellschaft dann auch das Kabarett. Beide Städte hatten wirklich sehr viel zu bieten, so viel, dass ich zu fürchten begann, diese Attraktionen könnten mich zu sehr von meinem Studium abhalten. Ich überlegte, ob es nicht sinnvoller sei, in eine Kleinstadt zu wechseln, um dort zügig und in Ruhe das Studium zu beenden. Da traf es sich, dass Rolf Böhme, mit dem ich mich in München näher angefreundet hatte, schon beschlossen hatte, nach Freiburg zu wechseln. Er überredete mich, ihm zu folgen. Freiburg ist im Vergleich zu München und Wien wirklich eine Kleinstadt. Die Universität hat einen sehr guten Ruf, die abendlichen Ablenkungsmöglichkeiten sind auf den ersten Blick, den Alfred in den Semesterferien auf die Stadt wirft, überschaubar. Pünktlich zum Beginn des Wintersemesters 1956-57 schreibt sich Alfred an der fast 500-jährigen Karl-Albrecht-Universität ein. Wie immer hatte er die gerade zu Ende gegangenen Semesterferien bei den Eltern verbracht, wo er tagsüber auf Vermittlung des Vaters in irgendwelchen Ausgleichs-, Landrats- und Finanzämtern oder im Stuttgarter Justizministerium in der Ablage gearbeitet, abends mit Freunden für die Laientheatergruppe Kleine Bühne Weiblingen geprobt und sich nachts im Wohnzimmer die Couch zum Schlafen hergerichtet hatte, so wie er es die Jahre zuvor als Schüler auch gemacht hatte. In Freiburg wohnt er bei einer älteren Dame. Einmal kam ich erst gegen zwei Uhr in der Nacht nach Hause, was ja nicht wahnsinnig spät ist, aber für diese alte Dame eben schon. Am nächsten Tag kam sie dann zu mir und fragte, sagen Sie, haben Sie nicht auch gestern Nacht diesen Krach gehört? Ich weiß nicht, antwortete ich zögerlich, meinen Sie vielleicht mich, als ich nach Hause gekommen bin? Aber nein, das war ja um zwei Uhr, das waren bestimmt nicht Sie. Es war für diese Dame einfach unvorstellbar, dass man so spät nach Hause kommen könnte. Am 10. März 1958 wird der Rechtskandidat Alfred Biolek wohnhaft in der Schützenallee 15 in Freiburg im Breisgau laut eines Einschreibens zur ersten juristischen Staatsexamensprüfung zugelassen und zum Beginn der Klausuren am 19. März in den Hörsaal 7 der Universität Freiburg geladen. An acht aufeinanderfolgenden Wochentagen bittet man Alfred über Fragen des Zivilrechts, des Strafrechts und des öffentlichen Rechts sowie der Rechtsgeschichte schriftlich Auskunft zu geben. Es ist das drittbeste Jura-Examen des jungen Landes Baden-Württemberg. Alfred ist stolz, seine Eltern natürlich auch. Prof. Dr. Ernst von Kemmerer, eine Korrifäe auf dem Gebiet des vergleichenden Rechts, macht Alfred den Vorschlag, ein halbes Jahr als wissenschaftliche Hilfskraft zu arbeiten und dann bei ihm zu promovieren. Die Schadensersatzhaftung des Herstellers und Verkäufers mangelhafter Ware nach englischem Recht, lautet das Thema der Doktorarbeit. Um den Beruf des Anwalts ausüben zu können, muss Alfred ein zweites juristisches Staatsexamen ablegen und zunächst dreieinhalb Jahre als Referendar beim Amtsgericht, beim Landgericht, bei der Staatsanwaltschaft, in einer Anwaltskanzlei und auch in der Verwaltung arbeiten. Mit dem Wunsch, ja fast in dem Wissen, die mittlerweile etablierte und angesehene Kanzlei an seinen jüngsten Sohn übergeben zu können, erwartet der Vater ihn. Alfred kehrt zurück nach Weiblingen und wohnt zunächst in einem leerstehenden Zimmer in der Kanzlei. Nach zwei Jahren nimmt er sich dann zusammen mit seinem Schulfreund Hans Dieter eine eigene dem Haus seiner Eltern gegenüberliegende Wohnung. Bis auf einen dreimonatigen Aufenthalt in Hamburg, der dazu dient, in der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für vergleichendes Recht für seine Doktorarbeit zu recherchieren, verbringt Alfred die Jahre von Mitte 1959 bis Ende 1962 in Weiblingen und Stuttgart. Tagsüber ist er entweder in der Kanzlei des Vaters oder in den Gerichten und Ämtern, in denen er bereits in seinen Semesterferien als Student gearbeitet hat. Insgesamt ist nicht viel zu tun, findet er und beginnt neben Engagements als Konfrencier und Unterhalter für eine Werbeagentur zu texten. Führend im Service an Bord entwirft er einen Slogan für die Lufthansa. Mit dem so verdienten Geld kauft er sich einen nagelneuen Peugeot Dauphin, der ihn des Öfteren nach Stuttgart bringt. Dort geht er wieder häufig ins Theater und schließt sich einem Kegelverein an, in dem außer ihm nur Künstler und Architekten Mitglied sind. Das war für mich der Kontrapunkt zu meinem überwiegend bürgerlichen und provinziellen Leben, in dem ich mich allerdings nicht unwohl fühlte. Es war schön, wieder zu Hause zu sein, und ich kam mit meinen Eltern sehr gut aus. Zudem hatte ich mir ja meine kleinen Oasen geschaffen, in denen es sich sehr schön leben ließ. Den Begriff schwul gab es damals weder in meinem Wortschatz noch in meinen Gedanken. Ich habe nicht geahnt, dass ich einmal mit einem Mann zusammenleben würde. Was ich aber irgendwie schon ahnte, war, dass ich nicht heiraten würde. Berufsanfänge Stuttgart 1963 Der 28-Jährige Dr. Alfred Biolek legt an einem kalten Wintertag im Justizministerium des Landes Baden-Württemberg sein zweites Staatsexamen in Jura ab. Eine Frage über Privatrecht, noch eine über Staatsrecht. Alfred beantwortet sie. Dann nicken die Prüfer, bedanken sich und bitten ihn, das Zimmer zu verlassen. Er hat es geschafft. Die Lehrzeit ist vorüber, das Berufsleben kann beginnen, die Anwaltspraxis seines Vaters wartet auf ihn. Nach zehn Minuten geht die Tür wieder auf. Die Prüfer bitten ihn erneut herein. Alfred nimmt Glückwünsche entgegen, Hände werden geschüttelt. Einer sagt, er solle den Vater bitte recht schön grüßen. Wieder draußen bleibt er kurz stehen, atmet tief ein, atmet wieder aus. Dann geht er los und klopft an die Tür des Ministerialdirigenten Kurt Rebmann. Alfred kennt Rebmann von Auftritten bei Veranstaltungen der Stuttgarter Abendgesellschaft Familienkranz e.V., der Rebmann vorsitzt. Ein gedämpftes Ja, bitte? Schallt durch die schwere Tür. Guten Tag, Herr Rebmann. Ich habe hier gerade mein zweites Examen abgelegt und nun soll ich die Kanzlei meines Vaters übernehmen, beginnt er flüssig. Doch dann wird er leiser und stockt. Ich glaube, ich möchte das nicht. Nein, ich möchte nicht Anwalt in der Kanzlei meines Vaters werden. Ich möchte überhaupt nicht Anwalt werden. Herr Rebmann steht auf, geht um seinen Schreibtisch herum. Bitte setzen Sie sich doch, Herr Biolek, sagt er und nimmt mit Alfred auf einer Sitzgruppe Platz. Ein, zwei Minuten vergehen, dann beugt Herr Rebmann sich vor. Wissen Sie, die Anwaltskanzlei Ihres Vaters, das ist, zumal mit Ihren Fähigkeiten, eine sichere Geschichte und Ihre Eltern warten eigentlich darauf. Was wollen Sie denn machen? Das weiß ich eben nicht, antwortet Alfred, aber ich spüre, dass das nicht das Richtige für mich ist. Herr Rebmann räuspert sich und lehnt sich wieder zurück. Wissen Sie was? Ich war gerade ein paar Monate Verwaltungsdirektor bei einem in Gründung befindlichen Fernsehsender. Sie wissen doch, es wird bald ein zweites Programm geben. In ein paar Monaten soll es losgehen. So viel ich weiß, suchen die noch einen Juristen. Hätten Sie Lust, das zu machen? Ein neues Fernsehprogramm. Alfred überlegt nicht eine Minute. Er ist begeistert. Gut, Herr Biolek, dann werde ich Ihnen Mainz anrufen und Sie als Assessor ins Gespräch bringen. Am 15. Februar 1963, eineinhalb Monate vor Beginn des Sendebetriebs, unterschreibt Alfred seinen Vertrag und beginnt seine Arbeit als Assessor. Ein paar Monate später wechselt er in die Programmabteilung und beginnt, das Fernsehen in Deutschland in kleinem Rahmen mitzugestalten. Dass dieser Wechsel von der Verwaltung zur Hauptabteilung Kultur so schnell gehen würde, hatten weder Alfred noch Herr Rebmann geahnt. Aber wenn man sich all die verschiedenen Aktivitäten vergegenwärtigt, denen er neben Schule und Studium nachging, dann scheint die Abkehr von der Juristerei vorhersehbar gewesen. Das Theaterspiel, das Kabarett, die Moderation von Abendveranstaltungen, Alfred zog es zur Unterhaltung. Ein paar Kostproben mögen davon erzählen. Obwohl schon in München mit dem Studium beschäftigt, zieht es Alfred 1955 noch einmal an das Weiblinger Gymnasium und seine Schauspielgruppe zurück. Diesmal wird zum Abitur Goethes Schäferspiel die Laune des Verliebten gegeben. Alfred ist nicht nur in der Rolle des Eridon zu sehen, sondern führt auch zum ersten Mal Regie. Parallel dazu gründet er zusammen mit seinen ehemaligen Mitschülern Hermann Gramer und Lothar Kühner die kleine Bühne Weiblingen. Am 22. Oktober 1955 geben sie im katholischen Pfarrsaal ihr Debüt mit Molières Lustspiel Der Bürger als Edelmann, in dem Alfred die Rolle des Herrn Jourdain übernimmt. Die Weiblinger Kreiszeitung schreibt dazu Alfred Biolek Student und angehender Jurist breitete sich in dieser Rolle aus als wäre sie gerade ihm auf den Leib geschrieben. Ein Bravo vorweg. Er bot die nuancierteste Genüsslichkeit fast bis zum Exzess ein pointenreiches quicklebendiges Spiel Grimassen und Possen die ihn als Mimen von Geblüt ausweisen. Geriet auch manches etwas derb und karikiert so hatte es doch Witz und kam an. Es gab keine Sekunde Langeweile. In Freiburg entdeckt Alfred außerdem das Studentenkabarett für sich. Von 1957 bis 59 ist er Mitglied des Trojanischen Pferdchens einer Truppe, die unter Studenten bundesweit bekannt ist. Gut Ding will Keile haben heißt das erste Programm, bei dem Alfred mitwirkt. Im Februar 1957 soll es im Audimax der Freiburger Universität gespielt werden. Die Mitglieder des Ensembles zu denen neben den Studenten Lothar Michel, Wilfried Schröder und Peter Goebbels mit Heinz Mayer und Ingeborg Steiert zwei Schauspieler gehören, proben sehr professionell zu festen Terminen im Freiburger Theater am Wallgraben. Wer unentschuldigt fehlt, muss Strafe zahlen. Alfred führt zusammen mit Heinz Mayer Regie und ist auf der Bühne zuständig für die Überleitungen von einer Nummer zur nächsten. Mir fiel das leicht, meint Alfred heute. Mir flog das irgendwie zu. Ich habe weder geübt noch überlegt, wie ich es machen muss. Das kam intuitiv. Im Grunde schon sehr ähnlich wie dann meine späteren Moderationen im Bahnhof oder im Boulevard. Natürlich gab es manchmal jemanden, der sagte, das war jetzt zu schnell. Gegen Kritik verschlossen habe ich mich nicht. Und einen großen Vorteil hatte ich auch. Ich hatte und habe nie Lampenfieber. Schließlich kommt der große Tag. Das Audimax ist voll. Es hat sich herumgesprochen, dass die trojanischen Pferdchen gut sind. Das Anfangslied ist nett. Es wird geklatscht. Es folgt eine Satire über die Kochkünste der Mensa. Save our soups. Dann machen sie sich über die Existenzialisten lustig, die hier in Freiburg überall in schwarzen Pullovern und mit ernsten Gesichtern umherlaufen. Dann wird es politisch. Fünf lebensgroße Puppen stehen auf der Bühne. Aus dem Off hört man die Stimme eines Nachrichtensprechers. Wie von zuständiger Seite verlautet, fand vorgestern 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem Versuchsgelände Nevada wieder eine größere Atomexplosion statt. Der Versuch gewinnt dadurch an Bedeutung, dass man wenige Kilometer von der Explosionsstelle entfernt lebensgroße Puppen unter menschlichen Bedingungen aufstellte, um an ihnen die möglichen Wirkungen einer Atombombe auf den Menschen zu studieren. Der Versuch verlief erfolgreich und entsprach den gestellten Erwartungen. Die Puppen auf der Freiburger Bühne beginnen zu singen. Wir sind die Puppen von Nevada Desert, 2000 Meter vom Trichter. Wir haben den Donner schon nicht mehr gehört, so schlug der Blitz die Gesichter. Und dann enden sie mit folgenden Strophen. Wir sind nur die Puppen von Nevada Desert, bei uns geht es nur um Symptome. Doch wenn ihr von Blitz keinen Donner mehr hört, dann wisst ihr, das waren Atome. Wir sind nur die Puppen. Was fühlen denn wir? Nichts kann unseren Gleichmut stören. Wir sind ja nur Wachs. Aber ihr, ja ihr, ihr müsstet den Donner doch hören. Beifall bricht aus, stürmischer Beifall, wie die Badische Zeitung am 20. Februar schreibt. Der Freiburger Wochenspiegel findet dieses von Peter Goebbels getextete Puppenspiel Lebensgröße, den Höhepunkt innerhalb eines Programms, das sich, was Niveau und Aktualität betraf, durchaus neben den in letzter Zeit in unserer Stadt gastierenden Berufsensembles sehen lassen konnte. Dass wir mit so einer ernsten und politischen Nummer so großen Erfolg hatten, meint Alfred heute, war für mich insofern prägend, weil ich zuvor meinen Erfolg eher in heiteren Rollen und Auftritten fand. Damals erkannte ich, dass man das Ernste durchaus neben das Leichte, Triviale stellen kann. Und diese Mischung aus U und E hat dann ja auch meine weitere Arbeit bestimmt, wenn zum Beispiel beim Boulevard sowohl der Dalai Lama als auch Monika Lewinsky zu Gast waren. Der Erfolg spricht sich herum. Universitäten aus dem ganzen Bundesgebiet fragen an. Eine Tournee wird geplant, ein VW-Bus von den ersten Einnahmen gemietet, schnell einige Semesterarbeiten zu Ende geschrieben oder verschoben. Das weitere Sommersemester ist man unterwegs in München, Hamburg, Mainz, Saarbrücken, Tübingen, Karlsruhe oder Berlin, um an den dortigen Hochschulen zu gastieren. In Hamburg ist es der spätere Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller, der den trojanischen Pferdchen als Rektor, den Audimax als Bühne zur Verfügung stellt. Die Zeitung Die Welt wird am nächsten Tag von einem zum Bersten entzückten Publikum berichten. Unzählige Dokumente in den verstaubten Pappschachteln im Keller seiner Kölner Wohnung belegen auch Alfreds damals beginnende Umtriebigkeit als Conferancier bei diversen Festen und Feiern. Unter der Überschrift »Eine Treibjagd in festlichem Kleid« schreibt die Weiblinger Kreiszeitung im Januar 1961 von einem eindrucksvollen Ereignis und von kabarettistischer und sehr individueller Maßarbeit und lobt den allerersten Auftritt von Alfreds selbst gegründeter kleiner Showbude bei der Silvesterfeier der Kreisjägervereinigung Weiblingen. Der Unterhaltungswert der Showbude spricht sich schnell herum. In der Betriebszeitung einer Maschinenfabrik ist über ein Betriebsfest im April desselben Jahres zu lesen, das war wirklich eine kabarettistische Kostbarkeit, ein Streifzug durch die Länder Europas, bei dem besonders die politischen Schwächen der verschiedenen Länder auf originelle Weise bloßgestellt wurden. Am 9. Dezember 1961 trägt neben dem Amateur-Tanzclub Schwarz-Gelb Stuttgart auch Freddy Biolek mit seinem Kabarett zur Unterhaltung der Mitglieder der Rudergesellschaft Gibelinia auf ihrem Gesellschaftsabend in der Stadthalle von Winnenden bei. Als Alfred im Februar 1963 sein zweites Staatsexamen absolviert und ohne Umweg das Zimmer von Kurt Rebmann betrat, war er also bereits ein versierter Unterhalter mit Erfahrungen als Schauspieler, Kabarettist, Konfrencier und Rezitator. Seine Konfrencier-Tätigkeiten wird er später, als er mit Bios Bahnhof deutschlandweit bekannt wird, wieder aufnehmen. Da engagierte mich zum Beispiel der Taubenzüchterverein Gelsenkirchen, zu dem ich Gerhard Polt mitnahm, der damals außerhalb Bayerns völlig unbekannt war. Vor allem an die Moderation des Schleswig-Holstein- Musikfestivals erinnere ich mich sehr gerne. Viele Jahre lang trugen die Moderationen wesentlich zu meinem Auskommen bei, machten mir aber auch sehr viel Spaß. Alfredissimo Vom Einfachen das Beste Köln-Boclemünd Ende November 2005 Ein grauer, fast fensterloser Flachbau. Ein Schild neben der Tür weist darauf hin, dass hier nicht nur das Rauchen, sondern auch das Trinken und das Essen verboten sei. Nach der zweiten Tür öffnet sich mir eine ziemlich große, dunkle Halle. Von drei Seiten mit Stellwänden umgrenzt, ist in der Mitte eine Küche aufgebaut, in der an die zehn Frauen und Männer kochen, schneiden, spülen, essen, mich kurz anschauen und dann mit ihren Tätigkeiten fortfahren. Von Weitem sieht es aus wie eine Puppenküche. Unter den vielen unbekannten Gesichtern erkenne ich Eng Philipp, Alfreds rechte Hand. Sie geht umher, in einer Hand eine Stoppuhr, in der anderen einen Zettel und einen Stift. Alfred taucht auf, am Ohr ein Telefon, zwinkert mir zu und telefoniert weiter. Hallo Veit, begrüßt mich Eng und legt die Stoppuhr und den Stift beiseite. Alfred braucht noch einen Augenblick. Soll ich dich ein bisschen herumführen oder magst du zuerst einen Kaffee? Ich glaube, ich wähle lieber den Rundgang. Das passt gut, weil ich gerade den Kuchen in den Ofen getan habe, den wir seit drei Tagen immer wieder probieren. Der braucht jetzt eine halbe Stunde, bis er hoffentlich diesmal perfekt aus dem Rohr kommt. Also, das hier ist die Probeküche. Seit Montag kochen wir hier intensiv. Bis morgen, wenn wir mit dem Aufzeichnen der Sendungen beginnen, müssen die Rezepte perfekt sein. Aber ausgewählt habt ihr sie schon vorher oder entscheidet Alfred erst vor Ort, was er kochen will? Nein, das ist bereits alles in den letzten Wochen passiert. Normalerweise läuft das so. Die Alfredissimo-Redaktion sucht nach neuen und guten Rezepten. Die, die gut klingen, testen wir bei einem internen Kochtreffen, das manchmal bei Alfred zu Hause stattfindet und besprechen sie. Da fällt dann die Hälfte gleich wieder raus. Sobald die Gäste und ihre Gerichte für die einzelnen Sendungen feststehen, überlegen wir gemeinsam mit Alfred, was er für seinen Gast kochen könnte. Dann schicken wir alle Rezepte zu Karin und Irmgard, unseren Vorköchinnen, die sie dann jeweils einmal kochen, auf ihre Machbarkeit überprüfen und ob sie zusammenpassen. Auch bei diesem Schritt fallen wieder einige Rezepte heraus oder sie werden umgewandelt. Dann geht's irgendwann ins Studio. Mittlerweile produzieren wir in einer Woche neun Sendungen. In den ersten drei Tagen, also von Montag bis Mittwoch, werden die Rezepte hier ausprobiert. Dabei ist vor allem wichtig, dass die Zeit stimmt. Wie lange ein Vorgang wie Würzen, Schneiden, Schälen und so weiter braucht, wird auf die Minute genau festgehalten. Die Kunst von Alfred liegt darin, dass er trotzdem ganz natürlich wirkt und der Zuschauer diese sehr genaue Planung und Zeiteinteilung gar nicht empfindet. Du hast gesagt, ihr habt drei Leute in der Redaktion, die Alfreds Rezepte recherchieren. Waren früher die Rezepte nicht alle von Alfred? Du hast recht. Als wir anfingen, stammten die Rezepte tatsächlich fast alle von Alfred, von seinen Freunden und natürlich von seiner Mutter. Bei der Anzahl der Sendungen, Alfredissimo läuft ja jetzt schon über zehn Jahre, ist aber auch irgendwann mal Alfreds Fundus erschöpft. Mittlerweile kommt der Großteil der Rezepte aus dem Internet, vor allem aus England. Momentan haben die nicht nur gute Köche, sondern auch viele Kochsendungen, das hätte man vor ein paar Jahren noch gar nicht so gedacht. Und wie werden die Gäste ausgesucht? Die Alfredissimo-Redaktion sucht die Gäste nach Abstimmung mit dem WDR und Alfred für die Sendung aus und lädt sie ein. Schon beim ersten Anruf bitten wir sie, mehrere Rezeptvorschläge zu machen, weil nicht jedes Rezept in Frage kommt. Manchmal eignet es sich nicht zum Vorführen, weil es nicht besonders appetitlich aussieht, manchmal braucht es zu lange oder ist zu kompliziert. Und manchmal hatten wir es schon einfach in einer vorherigen Sendung. Wenn wir uns dann für ein Rezept entschieden haben, wählen wir ein dazu passendes Gericht für Alfred aus und stimmen beide mit der Stoppuhr aufeinander ab. Ein paar Wochen bevor die Sendung aufgezeichnet wird, führt ein Redakteur dann ein ausführliches Gespräch mit dem Gast, um zu erfahren, worüber sich Alfred mit ihm in der Sendung unterhalten sollte. Im Mittelpunkt stehen dann natürlich das Kochen und die Küche. Für Alfred wird dieses Gespräch abgeschrieben und so kann er sich vorbereiten, ohne selbst schon mit dem Gast gesprochen zu haben. Das hat den Vorteil, dass er informiert ist, aber zugleich unbefangen und neugierig bleibt. Und wie viele Leute sind mit Alfredissimo beschäftigt? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Zum einen sind da Oliver, Maren und Christine, die drei Redakteure, die die Rezepte und die Gäste suchen. Zum anderen gibt es den Produktionsstab. 36 Folgen von Alfredissimo werden pro Jahr produziert und gesendet. Dafür haben wir insgesamt vier Wochen Zeit. In den ersten drei Tagen einer solchen Woche wird geprobt, an den drei anderen Tagen werden jeweils drei Sendungen aufgezeichnet. Dann sind wir alles in allem wohl gut 40 bis 50 Leute. Von Alfred selbst über die Gäste und deren Betreuer, über die Köchin und den Einkauf, die Kameraleute, Tontechniker, Beleuchtungsmeister, Bildmischer, die Maske und all ihre Assistenten bis hin zum Fahrer, den Reinigungskräften, Spülhilfen und dem Setaufbau. Eng wendet sich nach links. Wir gehen an ein paar weiteren Stellwänden vorbei und stehen auf einmal in Alfreds Kölner Küche. In zwei Tagen ist sie aufgebaut. Du kennst doch Alfreds Küche. Sag schnell, ist irgendetwas anders? Abgesehen von Kleinigkeiten ist es selbst auf den zweiten Blick eine perfekte Nachbildung. Ich mache die Schubladen auf und finde das Besteck in der gleichen Ordnung sortiert wie in der Wohnung. Unter dem Herd stehen in ähnlicher Unordnung die gleichen Töpfe, hinten in den Regalen die gleichen Gläser. Nur einen großen Unterschied gibt es. Der berühmte Küchentisch, um den die Gäste in Alfreds eigener Küche Platz nehmen, fehlt. So, jetzt ist es aber Zeit, nach dem Kuchen zu sehen. Ich glaube, es ist seit Montag der siebte. Backofenrezepte sind in einer Kochsendung immer schwierig, weil es so lange dauert, bis man sehen kann, ob sie was geworden sind. Und jeder Ofen backt anders. Dieser schwäbische Käsekuchen, den Alfred am Samstag backen will, ist uns zuerst einige Male beim Abkühlen zusammengefallen. Dann hat die Farbe nicht gestimmt, dann konnte noch ein bisschen mehr Zucker rein, dann wieder raus. Der hier sieht jetzt aber ganz gut aus, Klaus. Was meinst du? Klaus Lüttich mustert den Kuchen und stimmt ihr zu. Wie ging es mit der Kochsendung eigentlich los, frage ich ihn, weil ich weiß, dass er von Anfang an dabei gewesen ist. Seit Mitte der 80er Jahre haben Alfred, den ich ein paar Jahre zuvor durch meine Frau kennengelernt hatte, und ich nach einem gemeinsamen Projekt gesucht. Anfang der 90er haben wir dann angefangen, konkret an Alfredissimo zu arbeiten. Franka Magnani, die mit Alfred befreundet war, war unsere Muse, unser erster Gast. Gedreht wurde direkt in Alfreds Wohnung. Unten in der Gästewohnung waren Technik und Regie untergebracht und draußen standen die großen Übertragungswagen und blockierten die ganze Straße. Diese Pilotsendung gefiel dem WDR. Wir bekamen einen Sendeplatz freitags von 16.30 bis 17.00 Uhr und begannen im Studio zu produzieren. Es lag nahe, Alfreds Küche nachzubauen, damit er und seine Gäste, die ja schon zum Teil bei ihm zu Hause zu Gast waren, sich heimisch fühlen konnten. Was, glaubst du, frage ich Klaus Lüttich, hat die Sendung so erfolgreich gemacht? Das liegt sicherlich daran, dass Alfred ein Laie ist und dass die Lust, mit der er kocht, ansteckend ist. Der Zuschauer kann sich mit Alfred identifizieren und seine eigene Lust am Kochen entdecken. Er sieht, dass die Rezepte leicht zu bewältigen sind, etwas hermachen und auch einem Prominenten schmecken. Die Prominenten-Gäste spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Man kann sie so natürlich wie selten erleben. Beim Kochen sind die Prominenten mehr sie selbst und das gefällt den Leuten, das wollen sie sehen. Glaubst du, dass Alfredissimo und die Kochbücher das Kochverhalten der Deutschen beeinflusst haben? Ja, definitiv. Die Bücher stehen ja mittlerweile in Millionen von Haushalten. Aber auch die Sendung selbst scheint direkt zu wirken. Nachdem wir einmal einen Römersalat mit in Butter gebratenen Wachteln gemacht hatten, waren die Wachtelbestände bei Alfreds Wild- und Geflügelhändler in Köln wochenlang ausverkauft. Ich bin wieder im Chateau untergebracht in Alfreds kleiner Gästewohnung. Als ich erfrischt und umgezogen die Hauptwohnung betrete, steht Alfred schon am Herd. Es wäre schön, wenn du den Thunfisch dort in kleine Würfel schneiden könntest. Da in der Schublade ist ein scharfes Messer. Ich schneide den Thunfisch in Würfel, decke anschließend den Tisch und frage Alfred nach der Geschichte dieses besonderen Möbelstücks. Warte, lass mich noch eben schnell den Fisch in die heißen Spaghetti legen, dann bin ich hier fertig. Über diesen Tisch redet es sich am besten, wenn man an ihm sitzt und isst. Vor uns dampfen die Nudeln und Alfred fährt mit seiner rechten Hand liebevoll über die Tischplatte. Dieser Tisch, dieser bestimmt 250 Jahre alte Röntisch, ist der Auslöser dafür, dass ich richtig angefangen habe zu kochen. Wahrscheinlich wäre ich früher oder später sowieso zum Kochen gekommen, allein schon, weil bei uns zu Hause die Gastlichkeit ja sehr geschätzt wurde und meine Eltern oft Freunde und Bekannte bewirteten. Meine Mutter und meine Tante Elka waren hervorragende Köchinnen, von denen ich einige meiner besten Rezepte habe. Aber ihr Kochen war anders. Es fand natürlich auch in der Küche statt, aber in der hatte der Gast damals nichts zu suchen. Der saß mit meinem Vater bei einem kleinen Aperitif im Esszimmer, irgendwann kamen meine Mutter und die Tante heraus und wenig später servierte das Dienstmädchen die Speisen und der gesellige Teil des Nachmittags oder Abends konnte beginnen. In Weiblingen hatten wir dann zwar kein Dienstmädchen mehr, aber trotzdem wurde der Gast nie in die Küche gebeten. Von meinen Eltern habe ich also die Wertschätzung eines guten Essens und die Freude an der Gastgeberrolle gelernt, aber nicht das Kochen. Hat deine Kochleidenschaft nicht auch viel mit deinem Junggesellen-Dasein zu tun? Stell dir vor, du hättest im Alter von 25 Jahren, also um das Jahr 1960 herum geheiratet. Die Wahrscheinlichkeit ist doch ziemlich groß, dass deine Frau in der Küche gestanden hätte und du mit deinen Freunden bei einem Aperitif auf das Essen gewartet hättest. Wahrscheinlich. Aber statt einer Frau kam ja dann der Rhöntisch. Ich hatte ihn in Köln bei einem Großhändler für Antiquitäten entdeckt, der in Deutschland umherfuhr und bei Bauern Möbel aufkaufte. Eine seiner Spezialitäten waren diese Tische mit der typischen dicken Platte, der großen Schublade und den Fußleisten. Für 600 Mark gehörte er dann mir und schmückte meine erste eigene Wohnung in Mainz. Findest du nicht auch, dass er eine magische Anziehungskraft hat? Komm, stoßen wir auf ihn an und darauf, dass er mich nun schon seit über 40 Jahren begleitet. Als mich zum ersten Mal Freunde in der neu eingerichteten Wohnung in Mainz besuchten, waren sie jedenfalls alle magisch von diesem Tisch angezogen. Anstatt uns auf das Sofa zu setzen, ließen wir uns sofort am Tisch nieder und tranken dort ein Glas Wein. Aber das kann doch nicht alles sein, dachte ich mir. Also bin ich losgezogen und habe bei dem damals einzigen hochkarätigen Feinkostgeschäft in Mainz, das bei mir um die Ecke lag, Käse gekauft und auf einem alten Brett mit Baguette serviert. Beim nächsten Mal fing ich dann schon an, ein bisschen zu kochen, um meine Gäste an dem Tisch zu bewirten. Ich schaute in Kochbücher und rief meine Mutter an, um mir von ihr einfache Rezepte erklären zu lassen. Das war der Anfang meiner Kochpraxis. Theoretisch hatte ich mich mit dem Kochen schon früher beschäftigt. In meiner Freiburger Studentenzeit, also gegen Ende der 50er Jahre, wohnte ich in einem möblierten Zimmer ohne Kochgelegenheit, wie das damals bei Studenten allgemein üblich war. Ich kaufte mir ein Kochbuch mit dem Titel »Was Männern so gut schmeckt«. Noch heute frage ich mich, was mich wohl zu diesem Kauf veranlasst hat. Nicht nur, weil es natürlich merkwürdig ist, sich ein Kochbuch zu kaufen, wenn man gar keine Gelegenheit zum Kochen hat, sondern ich frage mich auch, woher ich wohl wusste, wie modern, ja fast revolutionär, dieses Kochbuch für damalige Verhältnisse war. Da war nicht von Omas Gulasch oder Schmorbraten die Rede, sondern von neuen Rezepten und neuen Geschmacksrichtungen. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass mich der Spruch »Für die Salatsoße Öl wie ein Verschwender und Essig wie ein Bettler« fasziniert hat, weil ich die in wässrigen Soßen schwimmenden Salate gehasst habe. Ich weiß auch noch, dass ich abends im Bett lag und in diesem Kochbuch las wie in einem Roman. Im Vorwort der Autorin Lilo O'Radden stand »Die jungen Männer, die heute heiraten, wissen, dass es köstliche Dinge gibt, die nicht so teuer sind wie die Spezialitäten der Wiener und Pariser Feinschmeckerkochkunst. Zum Beispiel bei den Fischern in Neapel und Bari, bei Weinbauern am Mittelmeer, bei Schafhirten auf dem Balkan. Die Leute waren in der gleichen Lage wie wir. Sie hatten wenig Geld, aber sie wollten gut essen. Und darin liegt die Kunst einer modernen Hausfrau. Mal was anderes. Vom Einfachen das Beste. Vom Besten das Einfache. Von allem das Praktische. Vom Einfachen das Beste, das ist auch mein Motto. Wie oft mache ich mir einfach nur Spaghetti mit Butter und frischen Salbeiblättern. Aber die Spaghetti müssen al dente sein, der Parmesan frisch gerieben und der Pfeffer frisch gemahlen. Doch zurück zum Rhöntisch. Als ich nach Wiesbaden zog, hatte ich eine größere Küche als in Mainz und so habe ich dann richtig begonnen, zum Essen einzuladen. Das Kochen war dabei von Anfang an ein Gemeinschaftserlebnis. Einer stand am Herd, die anderen erzählten und schnitten Gemüse oder rührten irgendetwas. Einmal brachte eine Kollegin Muscheln mit und wir stellten fest, dass wir noch nie Muscheln gemacht hatten. Also schauten wir einfach in einem Kochbuch nach. Das gelang dann mehr oder weniger. Oft haben wir das, was wir mal in einem Restaurant gegessen hatten, nachgekocht oder es brachte jemand ein Rezept mit, was wir gemeinsam ausprobierten. Letztlich ist Alfredissimo nur die Übertragung dieser privaten Abende. Alfredissimo ist zwar bekannt und die Presse lobte die Sendung als eine der wenigen originellen Kochsendungen des deutschen Fernsehens. Andererseits stand und steht sie auch in der Kritik. Immer wieder wurde gesagt, du seist gar kein Koch und könntest gar nicht gescheit kochen. Die Kritiker unterliegen wie so oft einem Missverständnis, indem sie denken, es würde sich bei Alfredissimo um eine Kochsendung handeln. Es ist aber eine Talkshow, in der gekocht wird und zwar nicht schlecht. Was das Kochen anbelangt, möchte ich, dass die Zuschauer merken, dass Kochen, insbesondere gemeinsames Kochen, Spaß macht. Dass ich kein Koch bin, ist ja gerade der Vorteil. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können sich mit mir identifizieren und sich denken, wenn der Bio das kann, dann gelingt mir das Rezept sicherlich auch. Manchmal werden sie sogar sagen, das kann ich aber besser. Wichtig ist, meine Gerichte sind einfach, gelingen hundertprozentig und wirken auch optisch auf Gäste oder Freunde. Noch einmal zurück zum Tisch, Alfred. Was könnte er mir erzählen? Er könnte dir von Keith Haring erzählen, als er kam, um mir sein Bild zu signieren. Dann könnte er dir von Tina Turner erzählen, die einige Zeit in Köln wohnte oder von Peter Alexander, Joschka Fischer, Götzke Orge oder, oder, oder. Viele meiner Talkshow-Gäste sind einen Tag früher angereist oder blieben länger. Da habe ich sie eben hier zum Essen eingeladen. Aber auch schon von Münchner Zeiten könnte der Tisch berichten von den Monty Pythons oder von Jean-Claude Pascal. Doch da tische nun einmal schweigen, möchte ich selbst eine Persönlichkeit hervorheben, die mir sehr wichtig war. Mildred Scheel, die Gründerin der Deutschen Krebshilfe und Frau des Bundespräsidenten Walter Scheel. Ich habe sie in den 70er Jahren in der Spielshow am laufenden Band, die ich produzierte, kennengelernt. Wenig später sind wir uns beim Bundespresseball wieder begegnet, wo sie mich bat, neben ihr Platz zu nehmen. Das tat ich natürlich gerne. Als ich dann zwei-, dreimal verschwand, drohte sie scherzhaft, wagen Sie es ja nicht, nicht wiederzukommen. Wir wurden Freunde. Da sie auch in Köln wohnte, kam sie öfters zu Besuch und wir saßen dann an diesem Tisch. Wir haben uns nicht geduzt, obwohl sie die halbe Welt duzte. Ich war daher ganz stolz darauf, dass sie mich gesiezt hat. Ihr Leben war zu 90 Prozent von ihrer Arbeit für die Krebshilfe geprägt. Sie fuhr permanent zu allen nur erdenklichen Veranstaltungen, manchmal sogar zu irgendeinem Drogeriemarkt, nur weil ihr dort ein Scheck über 3000 Mark überreicht werden sollte. Mildred Scheele war eine der tollsten und faszinierendsten Frauen, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe. In dem Sommer, bevor Helmut Schmidt im Oktober durch das Misstrauensvotum gestürzt werden sollte, erlebte ich mit ihr eine Situation, die ich nie vergessen werde. Wie jedes Jahr gab Schmidt das berühmte Sommerfest im Bundeskanzleramt. Ich war auch schon ein-, zweimal eingeladen worden, weil ich damals in Köln auf der Bühne des Senftöpfchens eine Talkshow moderierte und eine Lokalberühmtheit war. In diesem Sommer rief also Mildred Scheele an und fragte, Alfred, der Schmidt hat mich eingeladen, mein Mann geht nicht, weil es da schon den Ärger zwischen SPD und FDP gab. Ich will aber hin, weil Schmidt die Krebsstiftung unterstützt. Würden Sie mich begleiten? Ich sagte natürlich zu und wurde dadurch Zeuge einer denkwürdigen Szene. Da war der Tisch, an dem Helmut Schmidt und seine Frau saßen. In den Jahren zuvor wärst du als Normalsterblicher nicht mal in die Nähe dieses Tisches gekommen. Jetzt wollte niemand mit ihm gesehen werden. Und so saßen nun an diesem Tisch, gestalten wie Eugen Gerstenmaier, der nach dem Krieg Parlamentspräsident gewesen war und zurücktreten musste, als seine Nazi-Vergangenheit bekannt wurde. Gerstenmaier war eigentlich eine Persona non grata und es schien, als würde er nun auf diesem Wege ganz langsam wieder hoffähig. Neben Gerstenmaier nahmen der indische Botschafter Platz, die Sängerin Heidi Brühl mit ihrem Partner, Miltrit Scheel und ich und noch ein paar andere Leute, die ich gar nicht kannte. Der Abstieg Schmitz war sichtbar. Auf der anderen Seite eines Ganges stand der Tisch, an dem Genscher mit seinen Leuten saß. Und da wurde mir auch klar, das Ende der sozialliberalen Koalition ist nah. Als sich der Tisch auflöste, fand ich Miltrit dann in einem Zelt von Harri's Bar aus München. In der Mitte eine Pyramide aus Champagnergläsern, die von einer riesigen Flasche gefüllt wurde. Daneben thronte Miltrit. Man kann es nicht anders sagen. Sie hielt Hof. Alles, was Rang und Namen hatte in Politik und Showbusiness, erwies Miltrit die Referenz. Sie war wirklich eine ganz große Dame. Als Gründerin der Krebshilfe wollte sie natürlich ein gutes Vorbild sein und rauchte nicht in der Öffentlichkeit. Aber wenn sie zu mir kam, dann setzte sie sich an diesen Tisch, zündete sich eine Zigarette an, entspannte sich und sagte erst wieder etwas, nachdem sie zu Ende geraucht hatte. Bei einem ihrer letzten Besuche, hier vielleicht war es sogar ihr letzter, brachte sie mir einen Druck mit, den Andy Warhol von ihr gemacht hatte und den du jetzt da drüben siehst. Wenig später hatte der Krebs sie dann besiegt. Genug über Prominente geredet, befindet Alfred und führt mich nach oben aus seinem Balkon. So, und jetzt schau, das letzte Mal hast du gesagt, wie hässlich du Köln findest. Köln ist aber schön, zumindest auf den dritten oder vierten Blick. Es wird noch etwas brauchen, bis du die Stadt begreifen und lieben wirst. Aber jetzt schau einfach raus. Siehst du ihn? Ist er nicht einfach wunderbar? Ich schaue über die Dächer von Köln. Vor mir erstrahlt der Dom in allerschönstem Licht. Während uns am nächsten Morgen ein Wagen wieder nach Bocklemünd ins Studio fährt, hören wir im Radio, dass weite Teile Deutschlands in Schnee versunken sein sollen und dass es in der nicht allzu weit entfernten Gegend um Münster keinen Strom geben soll. In Düsseldorf ist der Flughafen gesperrt, in München werden reihenweise Flüge gestrichen. Hier in Köln fällt nicht eine Flocke. Hoffentlich werden sich meine Gäste nicht verspäten. Hoffentlich werden sie überhaupt kommen, bangt Alfred, nachdem er in der Probeküche gehört hat, dass einige Mitarbeiter eingeschneit sind. Engphilipp kann ihn zumindest, was den ersten Gast betrifft, beruhigen. Sarah Wiener, die Gastronomin aus Berlin, ist bereits da. Alfred verschwindet in sein Zimmer, wo ihm einer der Redakteure Informationen über Sarah Wiener gibt. In der Probeküche werden letzte Vorbereitungen getroffen, gleichzeitig wird die Studioküche eingerichtet. Die Tabletts mit den Zutaten werden geholt. Eine Redakteurin des WDR achtet darauf, dass die Flaschen, Büchsen und Gewürzdosen alle so stehen, dass keine Marke sichtbar ist. Angesichts der Schleichwerbungsskandale bei der Bavaria und anderen Anstalten ist man jetzt besonders vorsichtig. Nachdem alles an seinem vorbestimmten Platz steht, wird Sarah Wiener eingewiesen. Wenig später kommt Alfred aus der Maske, begrüßt Frau Wiener und bittet alle an der Aufzeichnung Beteiligten, sich in der Studioküche zu versammeln, damit die Sendung im Schnelldurchlauf geprobt werden kann. Dann kann es losgehen. Die Technik und die Beleuchtung sind bereit. Mir fällt ein, dass ein Ehepaar aus meinem Bekanntenkreis jedes Mal vor der Sendung eine Wette abschließt, bis zu welcher Minute Alfred meine Mutter sagen wird. Ich werde darauf achten. Oliver, der Redakteur, begibt sich zu den drei Kameras. Mit einem Knopf im Ohr ist er mit dem Übertragungswagen verbunden, wo der Regisseur und die Bildmischerin sitzen. Er hat drei verschiedene Stapel von Karten in der Hand. Die sogenannten Minutenkarten werden Alfred auf dem Laufenden halten, wie lange die Sendung noch dauern wird. Auf die Aktionskarten können alle möglichen Handlungsanweisungen geschrieben werden, wie Salzen, Eier verrühren, Pfanneheißer oder Ähnliches. Die Themenkarten sollen Alfred falls nötig darüber informieren, über was man jetzt sprechen könnte oder müsste. Sind die Anweisungen mit schwarzem Filzstift geschrieben, haben sie einen informativen Charakter. Wählt Oliver den roten Stift, dann wird es dringend. Ein Wiener Gulasch machst du für mich, freut sich Alfred. Die Aufzeichnung der Sendung mit Sarah Wiener hat begonnen. Die Qualität des Fleisches ist wichtig. Beide beginnen mit kleinen Ratschlägen. Sarah Wiener gibt den Tipp, Bio-Fleisch und am besten Wadenschinken zu nehmen. Um einen guten Geschmack und eine gute Konsistenz zu bekommen, solle das Fleisch genügend Sehnen und Fett haben. In der siebten Minute leitet Alfred über den Umweg von Mama Biolex Gulasch auf seinen schwäbischen Käsekuchen über. Zählt das jetzt als Erwähnung der Mutter, frage ich mich? Für den Mürbeteig bereitet Alfred die Küchenmaschine vor. Sarah Wiener nutzt die Zeit, um darauf hinzuweisen, dass das Gulasch, damit es sämig wird, vier bis fünf Stunden ziehen soll und dass man auf gar keinen Fall Mehl in ein Gulasch geben darf. Eine Minute später macht Alfred seine Rührmaschine aus, nimmt den Deckel ab, der noch klumpige, bröselige Teig wird kurz gezeigt, dann greift er in die Schüssel. Oh, jetzt habe ich mich geschnitten, sagt er plötzlich und die Redaktion hält den Atem an. Aber Sarah Wiener ist patent. Als wäre es ihre Küche, greift sie sofort in die richtige Schublade und holt ein Pflaster hervor. Alfred desinfiziert seinen Finger mit Spucke, Frau Wiener klebt das Pflaster drauf und weiter geht es. Die Redaktion atmet hörbar aus. Alfred knetet den Teig fertig, gibt ihn in den Kühlschrank, wo er eine halbe Stunde ruhen soll und nimmt dann einen anderen Teig heraus, um ihn auszuwalken, während Sarah Wiener über ihre Beziehung zum Kochen erzählt. Anschließend macht er den Belag, nimmt sechs Eigelb und 250 Gramm Zucker. Oliver hebt eine Aktionskarte hoch. Jetzt beide schlagen. Alfred erzählt weiter. Oliver nimmt den roten Zettel. Eigelb und Zucker schlagen. Doch Alfred gibt einfach 750 Gramm Quark, 125 Gramm Sauerrahm, 50 Gramm Stärke und Zitronensaft in seine Rührschüssel. Beim Zitronensaft rät Alfred, ihn nicht anhand der Anzahl der Zitronen zu messen, denn es gibt ja kleine und große, sondern in Millilitern. Hier sind es 75 Milliliter. Weiter gibt er die Zitronenschale von zwei Zitronen hinzu. 100 Gramm flüssige Butter. So wie es die schwäbische Oma macht, erklärt Alfred nun Frau Wiener. Eng Philipp, die Köchinnen und ich fangen an zu grinsen. Oliver legt seine rote Karte beiseite. Die Oma hat es so gemacht und so macht mir es auch, sagt Alfred nochmal. Aus der Probeküche höre ich einen unterdrückten Lacher. Bist du eigentlich ein ordentlicher Koch, fragt Frau Wiener, als sie für Alfred den fertigen Eisschnee aus dem Kühlschrank holt und anreicht, damit Alfred alles zusammen verrühren kann. Nein, sagt Alfred. Frau Wiener schmeckt ihr Gulasch ab, das allerdings schon gestern gemacht wurde, denn, so rät sie, ein gutes Gulasch soll ein bis zwei Tage vorher gemacht werden. Wichtig sei auch, dass man mehr macht und dass die Menge von Fleisch und Zwiebeln fast gleich ist. Das hat meine Mutter auch immer gesagt, verrät Alfred, und ich schaue auf meine Uhr. Es ist die 22. Minute. Das würde jetzt zählen, hätte ich mit jemandem gewettet. Um die Süße der vielen Zwiebeln zu neutralisieren, rät Frau Wiener, etwas Essig hinzuzugeben, als sie beginnt, das Gulasch abzuschmecken. Meine Mutter ließ bei einer Soße die Säure und die Süße miteinander kämpfen. Das ist der Clou, ergänzt Alfred. In der 25. Minute schenkt er den Wein ein, einen österreichischen Zweigelt. In der 27. Minute zaubert er einen fertigen Käsekuchen hervor, der natürlich gut ausschaut. Der, in dem das Eigelb nicht zuvor mit dem Zucker verrührt wurde, ist noch im Rohr. Frau Wiener ist begeistert und findet ihn entgegen ihrer Erwartung nicht zu sauer. Dann heißt es plötzlich fertig und Erleichterung macht sich breit. Obwohl es im Handlungsablauf anders vorgesehen war, passte alles auf die Minute. Alfred plauscht noch ein bisschen mit Frau Wiener, lächelt dann mit ihr für ein Foto, das Gulasch und den Kuchen verteilt er an die Mitarbeiter. Dann nimmt er mit Eng und den Alfredissimo-Redakteuren eine kurze Bewertung vor. Zwei Spülerinnen und ein Spüler räumen das gebrauchte Geschirr weg. Möchtest du auch ein Stück von dem Kuchen? fragt mich Eng. Doch ich warte lieber auf Alfreds Kuchen, der in ein paar Minuten fertig sein wird. Derweil beobachte ich die Küchendamen, wie sie die abgespülten Sachen genau wieder an den Ort stellen, wo sie hingehören. Als die Küche geputzt ist, beginnt eine der Köchinnen, den Matthies für den Matthies-Salat zu putzen, den Christine Schäfer machen will. Eine andere schneidet Kräuter und stellt einen Topf rote Rüben auf den Herd. Endlich kommt der Kuchen aus dem Rohr. Zusammengefallen ist er nicht. Es dauert, bis er lauwarm ist. Dann probiere ich. Er schmeckt wirklich ausgezeichnet. Alfred hat wieder einmal alles richtig falsch gemacht. Die Sendung ist im Kasten. Anfänge beim ZDF Am 15. Februar 1963 beginnt Alfreds Arbeit als Assessor im Justiziariat des 2. Deutschen Fernsehens in Mainz. Bis dahin war Alfred mit dem Medium Fernsehen so gut wie nicht in Berührung gekommen. Zu Beginn seines Jahres in den Vereinigten Staaten hatte er zwar einmal einer Fernsehaufzeichnung beigewohnt, sie aber dann nicht gesehen. Seine Gastfamilie hatte keinen Fernsehapparat. Zum ersten Mal Fernsehen geschaut, überlegt er heute, habe ich wohl bei meiner Großmutter und meinen Tanten, die in Rommelshausen in der Nähe von meinen Eltern wohnten. Dort stand ein Apparat und ich weiß noch, dass wir in den Jahren 1959 und 1960, also in den Jahren, in denen ich nach meinem Studium wieder in Waiblingen lebte, am Wochenende fast immer bei ihnen gewesen sind, um zu schauen. Mainzelmännchen. So werden spöttisch die Mitarbeiter des ZDF von der Presse und den Kollegen der ARD genannt. Betriebsame Zwerge, die in Mainz und in irgendwelchen Schuppen Telesibirsk genannt, in dem Frankfurter Stadtteil Eschborn ein neues Programm vorbereiten. Alfred wird also einer von rund 1800 Mainzelmännchen und erfasst vom Gründergeist, strengt er sich besonders an. Als einer von mehreren Assessoren habe ich Gutachten zu Rechtsfragen formuliert und alle möglichen Verträge geprüft, andere Mitarbeiter beraten und ihre Äußerungen auf Rechtskonformität überprüft. Es war wirklich ein besonderes Erlebnis, diese allererste Zeit, in der auf die erste Sendung hingearbeitet wurde. Eine von Alfreds ersten größeren Aufgaben ist es, den Vertrag für sechs von dem Grafiker Wolf Gerlach entworfene Zeichentrickfiguren auszuarbeiten, die in kurzen Filmen die einzelnen Werbebeiträge voneinander trennen sollen. Diese Mainzelmännchen, erinnert sich Alfred, sollten etwas werden, mit dem wir uns zum Teil selbst ironisch spiegeln, mit denen wir aber auch den Spott in etwas sehr Nettes, Liebenswertes umwandeln wollten. Am 1. April ist es dann offiziell soweit. Um 19.30 Uhr eröffnet Intendant Karl Holzammer das Programm mit einer Ansprache. Das ZDF habe die Aufgabe, die Welt frisch und neu in ihrer Aktualität anzubieten und das Ganze gefällig, augenfällig auf den Schirm zu bringen, also im besten Sinne des Wortes Unterhaltung zu bieten. Nach einer Rede des damaligen Bundesratspräsidenten und späteren Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger wird die erste Heute-Sendung ausgestrahlt, der die Viertelstundensendung Sachs mit Goethe folgt. Alfred hat zwar immer noch keinen Fernseher, weder bei sich in dem möblierten Zimmer noch im Büro, aber diesen Augenblick, auf den er mit Hunderten anderen hingearbeitet hat, will er nicht verpassen. Deshalb haben wir uns bei irgendeinem Kollegen, der schon einen Fernseher im Büro hatte, versammelt, um die Sendung zu sehen. Der Start war schon eine sehr aufregende Sache. Täglich sendet man nun ab 18.40 Uhr anfänglich knapp fünf Stunden. Bis 1966 sind es bereits sieben Stunden Programm, das laut den vom Fernsehrat beschlossenen Richtlinien demokratisch, familienfreundlich, sittlich, objektiv und tolerant sein soll. Ziel ist es, sich einerseits inhaltlich und thematisch vom Programm der ARD zu unterscheiden, andererseits aber ein Vollprogramm zu liefern. Zwar hat man bereits viele Leute eingestellt, aber noch immer gibt es Platz für Talente, gibt es Chancen für Quereinsteiger. Es war ja alles in den Kinderschuhen, erzählt Alfred über diese Aufbruchszeit in Mainz. Das Besondere war, dass eben auch jemand, der keine große Erfahrung hatte, einen Redakteursprosten oder eine Sendung bekommen konnte. Denn es war klar, es gab als Konkurrent nur die ARD und von dort konnte man ja nicht unbegrenzt Leute abwerben. So kamen plötzlich schreibende Journalisten zum Fernsehen und der Unterhaltungschef hatte vorher Operettenregien geführt. Bestimmt die Hälfte der Leute waren Quereinsteiger. Das hat es erst wiedergegeben, als in den 80ern das private Fernsehen gegründet wurde. Ich kann das auch, denkt sich Alfred, sagt es aber nicht laut, sondern arbeitet weiter im Justiziariat an Verträgen und Stellungnahmen. Seine Bindungen zu den Eltern und seinen Freunden sind noch eng. Jedes Wochenende fährt er heim nach Weiblingen und Stuttgart. Unter der Woche aber verabredet er sich abends mit anderen Mainzelmännchen, die ähnlich wie er in der Nähe des ZDF im Hotel oder in einem möblierten Zimmer wohnen. Man traf sich in drei, vier Restaurants, die gut und angesagt waren und da saß ich dann und wurde zum Restaurant Entertainer, gleichsam eine Abwandlung des Garderoben-Komikers. Vor allem mit seinem Repertoire von gut 100 Witzen unterhält Alfred im Frühling 1963 allabendlich seine Kollegen und manchmal das ganze Lokal. Irgendwann fragt dann einer, Herr Dr. Biolek, was machen Sie eigentlich in der Verwaltung? Das frage ich mich auch, erwidert Alfred. Ein paar Wochen später kommt Karl-Heinz Rudolf, ein Abteilungsleiter in der Hauptabteilung Kultur zu ihm, fragt ihn dasselbe und bietet ihm eine Stelle als Redakteur im Vorabendprogramm an. Am 1. Juli 1963 endet Alfreds kurze Laufbahn als Jurist. Immer mehr Zeitgenossen erleben die Umwelt durch die Windschutzscheibe. Wer ins Auto steigt, muss mehr können, muss mehr wissen und er hat als Fahrer größeres Risiko und größere Verantwortung denn als Fußgänger. Beiträge über richtiges Verhalten im Verkehr, Fahrschule für Fortgeschrittene und Knigge für den Umgang mit dem Auto wechseln in bunter Folge mit juristischen, medizinischen und aktuellen Verkehrsfragen und helfen dem interessierten Autofahrer, dass er immer wieder gut heimkommt. So kündigt das ZDF Alfreds erste Sendung Tipps für Autofahrer an, die ab dem 24. August 1963 immer samstags von 19.15 bis 19.25 ausgestrahlt wird. Es ist Alfreds erster Auftritt als Moderator, seine erste kleine Sendung. Alfred erzählt. In der Sendung kamen alle möglichen Aspekte des Autofahrens zum Tragen, also Tipps von Psychologen, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, Tests von Fachleuten, etwa über die Bremsfähigkeit bei nassen Straßen, aber eben auch sehr viele juristische Fragen und deswegen war es für Karl-Heinz Rudolf auch naheliegend, mich für diese Sendung einzustellen. Dass ich darüber hinaus auch journalistisch arbeiten und die Dinge so präsentieren musste, dass die Leute das gerne anschauen, das war der Entertainer in mir, den er ja schon kennengelernt hatte. Aber der Wechsel von der Rechtsabteilung zum Programm war natürlich dadurch erleichtert, dass es stark um juristische Aspekte ging. Im neuen Jahr wird unter der Leitung von Karl-Heinz Rudolf die Sendung »Die Drehscheibe« ein Magazin zum Feierabend entwickelt. Alfred wird ihr Redakteur. Die Drehscheibe hatte genau das Programm, was in der Zeitung unter der Rubrik »Vermischtes« steht. Mode, Haushalt, Beruf, Witze, Rechtsfragen, Hobbys, Urlaub, Kunstgeschichtliches, Politik« waren die Themen. Meine Tipps für Autofahrer wurden in die Sendung integriert. Ich machte aber nicht nur das, sondern auch alles andere, wie die meisten anderen Redakteure auch. Jeder war Regisseur, Texter, Musikberater und Moderator seiner eigenen Beiträge. Durch diese Themen und Aufgabenvielfalt habe ich wahnsinnig viel gelernt. Diese ersten Jahre beim ZDF waren wirklich meine Lehrjahre. Urlaub nach Maas Ferienvorschläge von Alfred Biolek Jeder, der im Urlaub ins Ausland fährt, ist ein heimlicher Diplomat, sei einmal gesagt worden, oder der Tourist als praktischer Politiker. Manchmal hat man wirklich den Eindruck, dass die Berufspolitiker mit ihren Verträgen und Abmachungen hinter dieser ganzen ungesteuerten Entwicklung etwas zurückhinken. Ich glaube, das gilt vor allem für das Kapitel mit unseren europäischen Nachbarn und ganz besonders für den Kontakt mit Frankreich. So kündigt Alfred am 13.02.1966 seine zweite eigene Sendung auf dem immer noch schwarz-weißen Bildschirm an. Von heute aus betrachtet spiegelt Urlaub nach Maas genau die Reisegewohnheiten und Ziele der nun zu erstem Wohlstand gelangten Bundesrepublik wieder. Denn 20 Jahre nach Kriegsende reist nun auch der Normalbürger zum Beispiel nach Frankreich. Im neuen Jahr stellt er im Februar einen weiteren neuen Trend vor. Die Reise in die USA. Das ZDF kündigt in seiner Programmvorschau an. Amerika steht vor seiner zweiten Entdeckung durch den europäischen Touristen. Bei einer Umfrage unter bundesdeutschen Urlaubern, welches Ferienziel sie vor allen anderen bevorzugen würden, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, nannten 42 Prozent die Vereinigten Staaten von Amerika. Innerhalb weniger Tage reist Alfred für das Publikum des ZDF mehr als 9000 Kilometer quer durch die USA. Was mich damals wirklich unglaublich beeindruckte, war Las Vegas. Damals waren die Hotels dort sehr billig. Sie waren letztlich der Köder, den man den Leuten hinwarf, damit sie kommen, um ihr ganzes Geld in den Spielhallen der Hotels auszugeben. Auch die Shows in diesen Hotels waren extrem billig. Eines Abends wollte ich in ein Konzert von Sammy Davis Jr. gehen. Um Karten dafür zu bekommen, musste man sich in einer Schlange anstellen. Soweit war alles normal. Das Besondere war, parallel zur Schlange der Wartenden waren Spielautomaten aufgestellt. Während der ganzen Zeit, in der man warten musste, konnte man von einem einarmigen Banditen zum nächsten gehen und immer wieder spielen. Das war für mich Las Vegas at its best. Und das Konzert war übrigens eine Sensation. Im März 1967 moderiert Alfred zum letzten Mal Urlaub nach Maas. Während sein Kollege Joachim Jomeier die Sendung noch bis in den Herbst hinein weiterführt, bereitet sich Alfred auf eine neue Aufgabe vor. Er wird Chef der Drehscheibe und hat die Verantwortung für die gesamte Sendung. Alle Beiträge, die die Mitarbeiter produzierten, mussten von ihm genehmigt werden. Vor allem sonntags moderiert er die Sendung auch. Am 1. April 1968 wechselt er in die Hauptabteilung Unterhaltung und wird Leiter der Abteilung Kleine Unterhaltung und Serien und stellvertretender Unterhaltungschef. Ich hatte mich auf den Posten beworben und ihn dann auch bekommen. Mein Vorgänger hinterließ mir die Idee für eine Sendung, die in Anlehnung an die Nightclubs in Paris eine Mischung aus Artisten und Gesangstars bieten sollte. Ich dachte, das könne mir liegen und verfolgte die Idee weiter. Da das ZDF in Mainz und Wiesbaden keine großen Studios hatte, musste die neue Sendung in München produziert werden. Ich suchte die Gäste aus, Dietmar Schönherr moderierte. Die Musik sollte weitgehend live sein. Und statt uns aktueller Hits zu bedienen, suchten wir nach ungewöhnlichen, exquisiten Musiknummern, nach internationalen Stars. Als Hausband engagierten wir das Hasi-Osterwald-Sextet. Um das Ganze aufzulockern, wollten wir zwischen den Musikdarbietungen und Gesprächen mit Prominenten auch Akrobaten, Jongleure, Taschendiebe, Imitatoren und Bauchredner auftreten lassen. Auch das in Logen untergebrachte Publikum sollte exquisit sein und wurde aus der Münchner Schikimikis-Szene und wirklicher Prominenz akquiriert. Am 25. Februar 1969 lädt Dietmar Schönherr zum vierten Mal in den Nightclub ein. Diesmal ist Josephine Baker die große Attraktion der Nacht. Der Star der 20er Jahre war seit Jahrzehnten nicht mehr aufgetreten, hatte aber noch einen großen Namen. Alfred erinnert sich, kurz vor Weihnachten bekam ich einen Anruf aus Paris und erfuhr, Josephine Baker sei pleite. Sie hatte ja viele Kinder adoptiert und bewohnt eine große Villa. Sie brauche Geld hieß es und wolle wieder auftreten. Ich fuhr sofort nach Paris und traf sie dann bei einem Abendessen zu dem sie vier ihrer Adoptivkinder mitbrachte. Sie war sehr charmant und ließ sich von mir überzeugen in unserem Nightclub zu singen. Nach dem Essen ging ich dann zurück ins Hotel. Mitten in der Nacht bekam ich einen Anruf, dass ihr Arrangeur die zwei Lieder, die sie für uns singen wollte, bearbeitet habe und ich sie jetzt bei ihm abholen solle. In völliger Dunkelheit tapste ich wenig später durch ein riesiges Mietshaus und fand schließlich vor einer Wohnungstür abgelegt zwei eingerollte Notenblätter, die ich in München Hasi Osterwald übergab. Der Auftritt Josephine Bakers selbst war dann wirklich legendär. Sie sang wunderbar und hatte einen unglaublichen Charme. Als sie während ihres Auftritts ihren Arm auf die Schulter von Tommy Hörbiger, dem Sohn des berühmten Paul Hörbiger aufstützte und er daraufhin vorsichtig mit ihr zu flirten begann, unterbrach sie ihr Lied und sagte mit einer Mischung aus Stolz, Wehmut und Dankbarkeit Too late. Trotz solcher Höhepunkte reagiert die Presse weiter kritisch. Dietmar Schönherr zieht die Konsequenzen und steigt als Moderator aus. Alfred, warum machst du es nicht selbst? Warum moderierst du den Nightclub nicht? fragt Wolf Posselt. Niemals werde ich das machen. Nein, auf gar keinen Fall, habe ich ihm geantwortet. Das mag überraschen, weil mir meine bisherige Arbeit vor der Kamera ja sehr viel Spaß gemacht hatte und weil ich nur wenige Jahre später Bios Bahnhof moderieren würde, der ja ein ähnliches Konzept hatte. Aber ich wusste, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch zu jung war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gut moderiert hätte. Ich traute es mir damals einfach noch nicht zu, so prominent vor die Kamera zu treten. Also engagierte ich Karl-Heinz Hollmann und kümmerte mich weiter um die Akquise der Gäste und den Ablauf des Programms. Bald gelingt es Alfred wirklich große Namen und Talente zu gewinnen. So treten im sechsten Nightclub Juliette Greco, Tänzerinnen aus dem Moulin Rouge sowie der Chansonnier Georges Hulmer auf, eingerahmt von Darbietungen der Pariser Verkleidungskünstler Les Crocs Monsieur und dem Clown-Jongleur Jean Lemoyen. Eineinhalb Monate später ist Ella Fitzgerald der große Star der Sendung. Ich habe sie direkt am Flugzeug abgeholt, erinnert sich Alfred. Mit einem Blumenstrauß in der Hand stand ich am Fuß der Treppe, nacheinander kamen lauter sehr elegante dunkelhäutige Damen aus dem Flugzeug. Jeder hielt sich den Blumenstrauß hin und jede fing dann an zu lachen. Irgendwann erbarmte sich dann eine Dame und sagte Thank you. Das war dann Ella. Und Ella schenkte uns einen wirklich unglaublichen Abend. Nach ihrem großartigen Auftritt ging ich mit einer Rose auf die Bühne und habe sie geküsst. Am Tag nach der Ausstrahlung rief meine Mutter du hast eine Negerin geküsst. Wie konntest du nur? Mutter sagte ich sie ist eine Dame. München why not Im April 1966 entscheidet das Internationale Olympische Komitee die Sommerspiele 1972 in München austragen zu lassen. München gilt als die heimliche Hauptstadt der Bundesrepublik. Mit seinen drei großen Symphonieorchestern über 20 Museen fast zwei Dutzend Theatern und zwei politischen Kabaretts ist das kulturelle Angebot der Stadt in Deutschland konkurrenzlos. Mit der Bavaria Filmgesellschaft ist die größte private Fernsehproduktionsfirma dort ansässig. Die Studenten Unruhen erreichen im Sommersemester 1969 ihren Höhepunkt. Es brodelt in München. Im Herbst 1969 erhält Alfred einen wichtigen Anruf von der Bavaria und wirft alle seine Krawatten weg. 1970 zählt München 1,3 Millionen Einwohner. Der spätere US-Präsident Bill Clinton besucht Faschingsveranstaltungen im Haus der Kunst. Im August zählt der Klatschreporter Michael Gräter in seiner Kolumne der Münchner Abendzeitung das Lokal Why Not zu den führenden Nachtlokalen der Stadt. Auf dem Flughafen Riem verüben drei arabische Terroristen einen Anschlag gegen eine El-Al-Maschine. Auf dem Oktoberfest kostet eine Maß 2,65 Mark und die Maximode wird modern. 1971 wird München von Touristikfachleuten zur Stadt des Jahres gekürt. Mit dem Wahlspruch unter den Talaren Muff von 1000 Jahren sprengen Studenten gewaltsam die Wahlversammlung für das Amt des Rektors der Ludwig-Maximilian-Universität. Im August überfallen zwei Bankräuber in der Prinzregentenstraße eine Filiale der Deutschen Bank und nehmen Geiseln. Es ist das erste Verbrechen dieser Art in Deutschland und das erste, bei dem das Fernsehen live berichtet. In den Studios der Bavaria wird der Film Cabaret gedreht und im Franziskanerkeller wird die erste Münchner Sexmesse eröffnet. 1972 zählt München 1.338.924 Einwohner, seine höchste, bis heute nicht mehr erreichte Einwohnerzahl. Am 26. August werden die heiteren Spiele der 20. Sommer Olympiade mit rund 8000 Sportlern aus 121 Ländern eröffnet. Trotz seiner Abneigung gegen Sport besucht Alfred Biolek die Eröffnungsfeier. Heide Rosendahl gewinnt im Weitsprung die erste Goldmedaille für die BRD. Am 5. September überfallen neun arabische Terroristen des Kommandos Schwarzer September das Quartier der israelischen Olympia-Männermannschaft. Die Befreiung der israelischen Geiseln misslingt nach einer blutigen Polizeiaktion. 11 Israelis 5 Terroristen und ein Münchner Polizeiobermeister sterben. Am 11. September erlischt das olympische Feuer. Über 4 Millionen Zuschauer waren in den letzten zweieinhalb Wochen gekommen, hatten 59 olympische Rekorde, 20 Weltrekorde gesehen. 1973 ist München mit Abstand die beliebteste Stadt Westdeutschlands. Rund ein Viertel der Bundesbürger würde gerne in München wohnen. Alfred packt widerwillig seine Koffer. Seine Zeit in München geht zu Ende. Alfred, wie bist du eigentlich nach München gekommen, frage ich ihn, als er mich für ein Wochenende besucht und wir durch die Innenstadt spazieren. Im Herbst 1969 hatte ich ja beim ZDF gekündigt. Ich war dort zum Schluss stellvertretender Unterhaltungschef, hatte also eine Festanstellung, mit der ich ganz zufrieden war. Mein Vorgesetzter, der Unterhaltungschef, verstand sich aber seit einiger Zeit nicht mehr mit seinem Chef, dem Programmdirektor. Allmählich stellte sich sogar heraus, dass der Programmdirektor den Unterhaltungschef fallen lassen wollte und irgendwie war klar, dass ich sein Nachfolger werden sollte. Der Direktor bat mich zum Beispiel bei Konferenzen bevorzugt um meine Meinung, manchmal verhandelte er sogar nur mit mir. Im Normalfall wäre das schmeichelhaft und für die Karriere wichtig gewesen. In diesem Fall aber habe ich sehr gut überlegt, ob ich das will. Es wurde mir einerseits klar, dass man mir das als Kneifen auslegen würde, wenn der Programmdirektor mir den Posten des Unterhaltungschefs, der immerhin einen Etat von 35 Millionen Mark zu verwalten hatte, anbieten und ich Nein sagen würde. Man hätte geglaubt, ich würde mir das nicht zutrauen. Das wollte ich natürlich nicht. Andererseits wusste ich, dass ich erst mal für viele Jahre weg vom Fenster, das heißt weg von der Programmgestaltung gewesen wäre. Bis jetzt war ich zwar Leiter einer großen Abteilung mit zehn oder elf Redakteuren und damit auch jemand, der verwaltete und delegierte, aber ich konnte immer noch etwas selbst machen, meinen Nightclub zum Beispiel. Ich wollte selbst produzieren und à la longue auch auf den Schirm. In dieser Zwickmühle blieb mir dann nichts anderes übrig, als zu kündigen, ohne einen neuen Job in Aussicht zu haben. Neben diesem Beruflichen gab es aber auch einen privaten Grund, der mindestens genauso bedeutend für meine Zukunft wurde. Wie ich dir schon erzählt habe, wurde mir damals klar, dass ich nie eine eigene Familie haben werde. Hätte ich eine Familie gehabt oder eine gründen wollen, dann hätte ich selbstverständlich nicht gekündigt, sondern den Posten des Unterhaltungschefs angenommen, um die Familie zu versorgen. Vielleicht hat die Tatsache, dass im Sommer 1969 der Paragraf 175 geändert worden war, auch eine Rolle in meinem Unterbewusstsein gespielt. Diese Kündigung einer behüteten Position im konservativen ZDF in Erwartung eines noch unbekannten Abenteuers hatte intuitiv wahrscheinlich auch mit der Ahnung zu tun, dass dies nun eine grundsätzliche Änderung meines Lebens ermöglichen würde, was dann ja auch passiert ist. Auf jeden Fall war mein Entschluss zu kündigen eine Mischung aus Naivität, Ahnung und Mut. Natürlich konnte es keiner meiner Freunde und meiner Kollegen glauben, meine Familie sowieso nicht. Und ich hatte Glück. Kaum hatte sich herumgesprochen, dass ich beim ZDF aufhöre, kam ein Anruf aus München. Hans Gottschalk, der Produktionschef der Bavaria, war am Apparat und fragte, Was waren denn deine Aufgaben bei der Bavaria? Nun, weil man in erster Linie Fernsehserien und Filme machte und nicht über elektronische Aufzeichnungsmöglichkeiten verfügte, war die Unterhaltungsabteilung, die für Shows jeglicher Art zuständig war, ziemlich klein. Das hatte für mich aber den großen Vorteil, dass ich nicht nur Chef sein musste, der irgendwelche Etats verwaltete, so wie es beim ZDF auf mich zugekommen wäre, sondern dass ich hier auch Fernsehmacher sein konnte. Ich war alles in einer Person. Zu dieser Zeit begann auch der enge Kontakt zum WDR, der später der Auftraggeber aller deiner großen Sendungen wurde? Ja, der WDR hatte mit Hannes Hoff damals einen unglaublich aufgeschlossenen Unterhaltungschef, das war ich vom ZDF nicht gewohnt. Ich hätte ja auch etwas Etabliertes bei der Bavaria machen können, aber ich wollte etwas Neues finden, neue Gesichter und neue Ideen. Ich wollte Unbekanntes bekannt machen. Das passte zu der Aufbruchstimmung und zu dem Blick nach vorne in meinem Privatleben. Die Bavaria war dafür der richtige Ort. Und mit Hannes Hoff hatte ich Glück, denn ihn konnte ich beispielsweise davon überzeugen, die Monty Pythons zu zeigen, die damals gerade in England ihre ersten Sachen gemacht hatten und noch weit davon entfernt waren, berühmt zu sein. Ich hatte ihre von der BBC Also fuhr ich nach London, traf die Truppe in einer Bar der BBC und begann sie davon zu überzeugen, dass es eine tolle Sache sei, in Deutschland auf Deutsch und mit deutschen Themen Sketche zu spielen, die so ähnlich sein sollten wie ihr Flying Circus. Wir saßen also in der Bar, ich redete und bestellte Gin Tonic und redete und bestellte Gin Tonic. Hannes Hoff hatte mir gesagt, Bio, sie müssen die einspeicheln. Ich weiß nicht mehr, mit was für Argumenten ich sie schließlich überzeugen konnte, ich weiß nur, dass ich nach den vielen Gin Tonics auf die Toilette wankte, plötzlich zwischen Michael Palin und Terry Jones stand und wir alle pinkelten. Plötzlich drehte sich einer von beiden um, zum Glück nur mit dem Kopf, denn sonst hätte er mich angepinkelt und verkündete Alfred, we will make it. Der andere ergänzte yes, we will come to Munich. Und so kamen sie dann nach München. Für heutige Verhältnisse ist das wirklich unglaublich. Der WDR bezahlte der ganzen Truppe, das waren immerhin sechs Leute, eine Woche München, damit sie Eindrücke und Stoff sammeln konnte, sogar ohne zu wissen, ob es überhaupt klappen würde. Damals herumgeführt, ihnen Bayern gezeigt, das ja im Ausland das Paradebild von Deutschland war. Ich ging mit ihnen ins Hofbräuhaus, in die alte Pinakothek und zur Baustelle des Olympiastadions, fuhr mit ihnen nach Neuschwanstein, aber auch nach Dachau. Und in der ersten Sendung von Monty Pythons Fliegender Zirkus verarbeiteten sie die gewonnenen Eindrücke ja dann auch. Von Dürer bis zum Rotkäppchen, von der Olympiade bis zu den bayerischen Königsschlössern reichte das thematische Spektrum. Nach der Woche in Deutschland fuhren sie wieder zurück nach London und schrieben das Drehbuch für die Sketche. Thomas Woidkewitsch, mit dem ich bei der Bavaria und auch später zusammen arbeitete, übersetzte die Dialoge der Sketche ins Deutsche und die Monty Pythons lernten sie auswendig. Als sie das konnten, kamen sie erneut nach München und wir produzierten die erste, später dann eine zweite 45-Minuten-Sendung. Für die zweite Sendung arbeiteten wir im Übrigen mit einer Synchronisation. War es ein Erfolg? Ganz und gar nicht. Oder sagen wir so, die Kritik war gut, aber die beiden Sendungen für den WDR hatten eine unglaublich schlechte Quote und eine ganz schlechte Zuschauerbewertung. Damals wurden ja die Sendungen noch von den Zuschauern bewertet. Nein, Monty Pythons fliegender Zirkus war eindeutig eine Veranstaltung für die Happy Few. Kurze Zeit später sind sie dann mit ihren Filmen Die Ritter der Kokosnuss und Das Leben des Brian sehr berühmt geworden. Auch der Flying Circus war auf einmal Kult, nicht zuletzt hier in Deutschland. Aber ich finde auch viele von den Sketchen, die sie für uns gemacht haben, noch heute durchaus sehenswert und komisch. Ich denke da zum Beispiel an die Parodie der Olympischen Wettkämpfe. Irgendjemand hat mir erzählt, dass du bei einigen der Sketche auch mitgespielt hast. Ja, das stimmt. Einmal war ich der Unhold von Stuttgart, einmal spielte ich einen Arzt, der Kühe behandelt und ich glaube, ich habe auch den Wettkampf der Langläufer mit den Sextaner Blasen moderiert. Was deine Zeit bei der Bavaria betrifft, wirst du nicht nur als Entdecker der Monty Pythons gehandelt, sondern auch als Entdecker einer Reihe von Holländern. Vor allem der Liedermacher Hermann van Veen wurde durch dich in den 70er Jahren auch in Deutschland ein Star. Im Prinzip habe ich immer gerne Sachen mit Leuten gemacht, die noch nicht so berühmt waren. Neben den Monty Pythons waren das die Niederländer Hermann van Veen und der Entertainer Sid Guy Kemmer, die in Holland jedoch schon sehr bekannt waren. Wie kamst du ausgerechnet auf Holland? Durch Peter Alferenk, einen holländischen Freund, den ich in Wiesbaden kennengelernt hatte und der nach Amsterdam zurückgegangen war, um sich mit dem Aufbau einer eigenen Künstleragentur einen alten Traum zu verwirklichen. Als ich dann bei der Bavaria auf der Suche nach neuen Unterhaltungskonzepten war, fragte mich Peter, ob ich nicht Lust hätte, eine Show mit holländischen Sängern und Kabarettisten zu machen. Er würde da einige kennen und die anderen würden wir zusammen kennenlernen. Ich war von der Idee fasziniert, denn die Kleinkunst hat in den Niederlanden eine große Tradition, mit vielen guten Leuten. So entstanden dann drei Folgen von Hollands große Kleinkunst. Lieder und Sketche wechselten sich ab. Neben Hermann von Fehn und Seed Kajkema waren die erste Ehefrau von Cez Notteboom, Lisbeth List, Jasparina de Jong und Paul van Vleet dabei, alle in den Niederlanden bis heute namhafte Künstler. Bis jetzt habe ich fast nur über das Berufliche hier in München gesprochen, mindestens genauso wichtig war aber das Private, denn im Grunde hat ja alles immer irgendwie mit allem zu tun. Wenn ich zurückblicke, dann glaube ich, dass die Jahre von Anfang 1970 bis Ende 73, die ich hier in München verbracht habe, für mich auch privat entscheidend waren. Denn es begann nicht nur ein neues Berufsleben, sondern die Jahre in München waren auch für mein Privatleben ein Akt der Befreiung und des Abbrechens alter Stege und Brücken. Nachdem das Angebot von der Bavaria gekommen war, habe ich alle meine Krawatten weggeworfen und alle Westen und Anzüge in die Altkleidersammlung gegeben. Ich wusste, ich gehe jetzt nach München, das wird eine ganz neue Zeit. Dann kaufte ich mir eine Lederjacke und ließ mir Koteletten wachsen. Dazu trug ich eine dunkle Pilotenbrille, Schlaghosen und Rollkragenpullover. Meine bürgerliche Phase erklärte ich vor mir selbst für beendet. Ich war bereit, ein anderes Leben zu beginnen. Und das tat ich dann auch. Alle, mit denen ich in München zu tun hatte, lernten mich so kennen, wie ich mich ihnen neu präsentierte. Den alten, konservativen Alfred konnten sie sich nicht vorstellen, erzählt Alfred und hält inne. Wir sind ja fast schon am Ring, jetzt müssen wir wieder rechts rein. Ich hoffe, ich finde es noch, sagt er und biegt in die kleine Stolbergstraße ein. Das Gute war, dass ich nicht nur einen neuen Job antrat, sondern auch in eine neue Stadt kam. So eine Veränderung im Leben geht immer viel leichter, wenn du einen Ortswechsel vornimmst. Dazu kam das Glück, dass ich mein neues Leben speziell in München beginnen konnte, in einer Stadt, in der damals ebenfalls große Aufbruchsstimmung herrschte. München war Anfang der 70er Ereignis gaben der Stadt ein ganz neues internationales und heiteres Flair. München war damals wirklich das kulturelle Zentrum der Bundesrepublik, aber es war noch nicht annähernd so reich und perfekt, wie es mir jetzt im Vergleich zu Berlin und Köln vorkommt. 1970 war hier alles noch sehr bodenständig, hatte einen großen Charme. Schön war es damals auch schon, aber hinzu kam diese besondere Und ich hatte das große Glück, das Why Not zu finden. Ja, eigentlich ist mein München das Why Not. Wir biegen in die Herrenstraße ein. Alfred bleibt auf dem Trottoir stehen, seine Augen wandern die kleine Straße auf und ab. Veit, hier muss es sein, sagt Alfred und geht zu einem unscheinbaren Vorkriegsbau. Ja, es war ein altes Haus und hier gingen die Treppen hinunter zum Ring. Auch jetzt ist also noch eine Bar drin. Sie macht einen etwas traurigen Eindruck, findest du nicht? fragt Alfred, um aber dann gleich fortzufahren. Weißt du, es ist wie mit meiner Kindheit. Man soll die verlorenen Paradiese nicht mehr suchen. Hier verbrachte ich bis zu vier Abende in der Woche. Hier hatte ich meine eigene Flasche Wein. Hier war mein München. Und wenn Spaghetti zu kochen, Rotwein zu trinken. Das Why Not war genau das richtige Lokal für mich. Kein schwuler Laden, aber eben auch kein reiner Hetero Laden, sondern eine gute Mischung. Damals bin ich noch nicht in rein schwule Lokale gegangen. So weit war ich eine junge schwarze Amerikanerin, die hier kellnerte. Sie heiratete dann einen Herrn Sommer und später wurde aus ihr die berühmte Donna Summer. Da hinten sitzt jemand, den kennt man doch, dachte man oft. Aber niemand stand auf und machte gleich ein Bild fürs Gästebuch. Einmal kam der Gräter, der Promi-Kolumnist der Abendzeitung und fotografierte Romy Schneider. Da erteilte Edith ihm Hausverbot. Heute würden die Klubbesitzer ihm wohl Hausverbot erteilen, wenn er die Prominenten nicht ablichten würde. Ein anderes Mal kam Inge Meisel, als sie noch nicht die Mutter der Nation war, zu mir. Sie wusste, dass ich Unterhaltungschef bei der Bavaria war. Wir unterhielten uns ein bisschen über das Geschäft und am Ende des Gesprächs machte sie schon eine Andeutung, dass ich ja wohl schwul sei. Denn zu dieser Zeit in diesem Umfeld fing ich gerade vorsichtig an, meine Homosexualität zu leben. An einem Abend im Sommer machten Edith und die Gäste den Laden einfach dicht und wir fuhren an die Isar, wo wir bis zum anderen Morgen durch machten. Als ich dann in die Bavaria kam, bemerkte eine Mitarbeiterin Spitz, Herr Biolek, Sie Treppen zum Ring hinunter. Alfred will mir noch zeigen, wo er früher gewohnt hat. An der Ecke Altstadtring Birkleinstraße steht die Polizei und bewacht das britische Generalkonsulat, daneben ein unscheinbarer Nachkriegsbau. Hier ist es. Dort habe ich rechts im Erdgeschoss gewohnt. Für damalige Verhältnisse war die Wohnung todschick. Alle Räume waren mit einem dunkelbraunen Teppich ausgelegt und die Wände mit den exotischsten 70er-Jahre-Tapeten geschmückt. Ich hatte sie von der Vormieterin übernommen, die Yves Saint Laurent in Deutschland vertrat und einen sehr ausgefallenen Geschmack hatte. Wichtig war zum einen, dass die Wohnung sehr nah am Why Not und am Roma lag, wo ich sehr oft gegessen habe, zum anderen, dass man gut Leute einladen und bekochen konnte, meistens gemeinsam mit meiner Freundin Karin. Komm Veit, lass uns mal durch die Durchfahrt da gehen. Siehst du, hier ist mein Balkon. Als die Monty Pythons in München waren und ich ihnen die Stadt zeigte, da unternahmen wir auch jeden Abend etwas zusammen. Noch eine kleine Geschichte fällt mir zu den Monty Pythons ein. Als die Truppe am Flughafen Riem ankam, waren sie nicht sechs, sondern sieben. Graham Chapman hatte seinen Sekretär mitgebracht, aber ich ahnte schon, dass das nicht so sehr sein Sekretär, sondern eher sein Freund war. Er stellte sich heraus, dass sie schon länger zusammen waren und es auch blieben, dass aber jeder seine eigenen Wege in München ging. Als dann die zweite Sendung mit den Pythons gedreht wurde, blieb der Freund von Graham in London und ich hatte ein Techtelmechtel mit Graham. Ich erzähle das nicht, um zu prahlen, sondern um zu zeigen, dass ich in und seit München völlig anders lebte, als zuvor in Mainz und Wiesbaden. Why not? Ich habe es nicht bereut. Am laufenden Band Fredi, du hast immer gesagt, du gehst aus München nur weg, wenn du Intendant wirst. Jetzt machst du es aber bedeutend billiger. Ja, Mutter, du hast recht. Intendant bin ich nicht, aber ich werde etwas Interessantes machen dürfen. Und Köln, was ist denn in Köln? Da ist es doch kein bissle schön. Ich muss ja auch viel für die neue Show herumfahren. Ich glaube, ich werde gar nicht so viel in der Stadt sein. Im Januar des Jahres 1974 fängt Alfred als sogenannter fester freier Redakteur beim WDR an. Rudi Carell hatte ihn gefragt, ob er nicht zusammen mit ihm seine neue Sendung am laufenden Band machen will. Von seiner Morgengabe ist der Sender mehr als angetan. Umgehend beziehen Alfred und Thomas Woidkewitsch, der nach Köln mitgekommen ist, ein Büro im WDR-Gebäude am Appellhofplatz und beginnen hier und in Bremen wo Rudi Carell lebt und wo die neue Sendung auch produziert werden soll, am Konzept zu feilen und alles vorzubereiten. Und obwohl Alfred glaubt, viel unterwegs sein zu müssen beziehungsweise zu können, mietet er sich eine schöne große Wohnung am Eigelstein. Sie liegt im sechsten Stock über den Dächern der Stadt. In der ersten Etage residiert die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, gegenüber befindet sich ein Pornokino. Es ist kein sogenanntes gutes Viertel, fast schon Bahnhofsgegend. Zu München, wo er in einer Parallelstraße der Maximilianstraße gewohnt hat, ist ein größerer Kontrast kaum denkbar. Am laufenden Band, so heißt die neue Samstagabendshow, die Rudi Carell zusammen mit Alfred in Bremen für den WDR und Radio Bremen siebenmal im Jahr produzieren soll. In den Niederlanden war sie unter dem Namen Ehen van der Acht bisher sehr erfolgreich gelaufen. Am laufenden Band ist eine Spielshow im klassischen Sinne, ein in den 70er Jahren sehr beliebtes Format. Wetten, dass ist der einzige Epigone, der es bis in die Gegenwart geschafft hat. Der große Preis, Dalli Dalli, der goldene Schuss und einer wird gewinnen sind längst Fernsehgeschichte. Bei am laufenden Band sind es acht Kandidaten aus vier verschiedenen Familien, wobei die beiden Teilnehmer eines Familienteams verschiedenen Generationen angehören müssen. Am Ende der Sendung treten die Kandidaten des Teams mit der höchsten Punktzahl gegeneinander an. Eine bekannte Persönlichkeit, einmal ist es zum Beispiel Mildred Scheel, stellt ihnen drei Fragen aus der unmittelbar vor der Sendung ausgestrahlten Tagesschau. Der Gewinner darf dann an dem letzten Spiel teilnehmen, das der Sendung den Namen gibt. Auf einem Fließband laufen innerhalb sehr kurzer Zeit 40 verschiedene Gegenstände vorüber. Die Gegenstände, die der Kandidat in 20 Sekunden aus seinem Gedächtnis aufzählen kann, darf er behalten. Allerdings sind die Gegenstände nicht immer der konkrete Gewinn. Eine Tiefkühltruhe kann beispielsweise auch für eine Grönlandreise oder eine Kugel Eis stehen. Zwischen den Spielen sorgen Sänger und andere Künstler mit ihren Darbietungen für Abwechslung. Wir wollen eine Spielsendung machen ohne politischen oder sozialkritischen Anspruch, stellt Alfred damals die Sendung in einem Interview vor. Die Spielfreude soll im Vordergrund stehen. Wir wollen keine schwierigen Wissensfragen, sondern spielerische Fragen, Menschenkenntnis und Kreativität. Soweit zum Konzept. Rudi Carell moderiert die Sendung und entwickelt die meisten der Spiele. Auch Alfred und Thomas Wojtkewitsch erfinden während des gemeinsamen Frühstücks, dem gemeinsamen Gang zum Büro oder auf den Reisen nach Bremen einige Spiele. Ihre Hauptaufgabe liegt jedoch darin, die Spiele zu testen und die Kandidaten und Künstler auszusuchen. Da die Sendung deutschlandweit sowie in Österreich und der Schweiz ausgestrahlt wird, führt sie die Kandidatensuche nach Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Wien und Zürich und die Künstlersuche weiter nach London und Paris. Allein für die erste Sendung erhalten Alfred und Thomas rund 6000 schriftliche Bewerbungen, von denen sie dann 60 Kandidaten zu einer Eignungsprüfung bitten. Der Erfolgsdruck erinnert sich Thomas Woidkewitsch heute war für Alfred und mich riesig, weil die Rolle der Kandidaten viel wichtiger war als bei allen anderen Spielsendungen davor und danach. Am Freitag, den 26. April 1974 begrüßt Alfred Großmutter Schmitz mit ihrer Enkelin Helga Marie aus Mannheim, Herrn Marquardt mit seiner Tochter Annette aus Lörrach, die Schneidermeisterin Scholmann mit ihrem Sohn Stefan aus Schleswig-Holstein und den Biologen Professor Esser mit seinem Sohn Reinhard. Zum Kennenlernen und Entspannen werden Probespiele durchgeführt. Am nächsten Tag wird es ernst. Die Zuschauerbeteiligung wird bei 49 Prozent liegen. Halb Deutschland, halb Österreich, die halbe Schweiz und nicht zu vergessen, die Kritik schauen zu. Das war ein Volltreffer, Rudi Carell. Endlich mal wieder eine witzige und spritzige Show. Titelt die Hamburger Morgenpost am folgenden Montag und schreibt, man war baff, dass es im deutschen Fernsehen überhaupt noch neue Ideen gibt. Das Feuilleton der Münchner TZ zeichnet Alfred zusammen mit Mies Baumann, Thomas Wojtkewitsch und Rudi Carell für das Drehbuch und die Präsentation der Sendung mit der TZ-Rose aus und auch die Zeit schreibt, also geht es doch. In dieser vor falschem Ehrgeiz verklemmten Abteilung Unterhaltung ein Spiel zu spielen, das Spaß macht und nichts anderes will als eben das. Harmlos, doch deshalb nicht dumm. Es war nach langer Zeit endlich eine Quiz-Sendung, die nicht am eigenen Ehrgeiz erstickt, die gänzlich ohne Aufwand und vor allem mit leichter Hand gelassen und behende in Szene gesetzt worden ist. Neben Hans-Joachim Kuhlenkampf und Peter Frankenfeld gelten Rudi Carell und Alfred Biolek im Rückblick als die bundesdeutschen Showmaster der 70er und 80er Jahre. Von 1974 bis 78 arbeiten die beiden zusammen. Ich frage Thomas Woidkewitsch, wie er das Verhältnis der beiden zueinander einschätzt, die trotz mancher Gemeinsamkeiten doch auch für große Unterschiede bei der Fernsehunterhaltung stehen. Beim laufenden Band waren zwei verschiedene Gäule vor einem Pflug. Hier der volksnahe Carell und dort der intellektuellere Biolek. Carell nannte Alfred immer Doktor Alfred und schmückte sich auch ein bisschen damit. Er schätzte an Alfred wahrscheinlich, dass er nicht typisch deutsch wirkte, sondern im Vergleich zu den anderen deutschen Showleuten anders war. Aber trotz aller gegenseitigen Achtung lagen Welten zwischen den beiden, sowohl im Wesen als auch im Verständnis darüber, wie eine Show gestaltet werden sollte. Dennoch hat Alfred enorm viel von Carell gelernt. Zum Beispiel das hartes, präzises Arbeiten, das genaues Vorbereiten alles ist. Und als Moderator war er natürlich auch ein Vorbild, das Alfred jahrelang aus nächster Nähe beobachten konnte. Umgekehrt hat aber auch Carell sehr viel von Alfred profitiert. Ich bin mir sicher, ohne Alfred wäre er nicht in die Feuilletons gekommen und das war ihm klar. Wir wollten in die Unterhaltung intelligent schmuggeln und das schaffte Alfred zum einen mit interessanten und teilweise unbekannten Künstlern, zum anderen, in dem er auf das Niveau der Spiele achtete und Carell, der auch für seichte Witze zu haben war, wenn sie den Lacher brachten, vor mancher Geschmacklosigkeit bewahrte. Ein Beispiel, an das ich mich gut erinnere, im November 1976 gab der ostdeutsche Liedermacher Wolf Biermann in Köln sein berühmtes Konzert, woraufhin er in den Tagen darauf ausgebürgert wurde. Klar, das wurde dann für die nächsten Tage das Thema in Deutschland. So etwas hat es ja noch nicht gegeben. Die Nation war durch diese Ost-West-Geschichte extrem emotionalisiert. Pausenlos gab es Berichte hier und dort und überall, unentwegt wurden Ausschnitte aus seinem Konzert gesendet. Und wir hatten samstags Sendung. Carell ging dieser Medienrummel um Biermann zum einen etwas auf die Nerven, zum anderen wollte er einen sicheren Lacher. Also kam er auf die Idee, irgendwann im Laufe der Sendung unseren Komiker Heinz Eckner mit Langhaarperücke und Gitarre vor den Vorhang treten zu lassen. Rudi wollte dann sagen, oh nein, bitte nicht schon wieder der Biermann. Ich bin mir sicher, die Leute hätten geschrien vor Lachen. Aber Alfred widerstrebte der Witz sowohl politisch als auch menschlich. Rudi, das machen wir nicht. Das kannst du als Holländer nicht beurteilen. Diese Ausbürgerung ist eine nationale Sache. Das verstehst du nicht. Das ist für viele Deutsche tragisch. Als Carell den Witz trotzdem bringen wollte, stellte Alfred schließlich die Vertrauensfrage. Wenn dieser Witz drin bleibt, dann erscheine ich nicht auf dem Abspann, drohte er, und Carell verzichtete auf den Witz. Aber wie schon gesagt, Alfred hat wie jeder, der mit Carell gearbeitet hat, extrem von ihm profitiert. Alle in der Branche, die sagen konnten, sie hätten mit Carell gearbeitet, steigerten ihren Marktwert. So holte auch mich damals Frank Elstner nur zu wetten, dass, weil ich bei Carell war. Er war der Türöffner. Und Alfreds Wer kommt, kommt, und damit auch alles weitere, wäre ohne die Tatsache, dass Alfred der Produzent von Am laufenden Band war, so nicht möglich gewesen. Kölner Treff Schlagartig hat sich mein Leben verändert, als ich anfing, Wer kommt, kommt zu machen, erzählt mir Alfred auf einem unserer nachmittäglichen Spaziergänge durch Köln. Wir sind auf dem Weg zur Pippinstraße Nummer 2. Dort war früher das Senftöpfchen zu Hause, der Ort, der für Alfred einen wichtigen Schritt zurück auf den Bildschirm bedeutete. Weißt du, natürlich war es mein großes Ziel, einmal selbst eine Show zu moderieren. Deshalb schaute ich mir die Talkshows, die es zu dieser Zeit im deutschen Fernsehen gab, mit sehr großem Interesse an. Das war Je später der Abend mit Dietmar Schönherr. Drei oder vier Gäste wurden präsentiert und die redeten. Nun, das fand ich gut, aber ich dachte mir, ganz schön trocken. Gelacht wurde selten. Und dann gab es schon damals drei nach neun von Radio Bremen. Das war eine sehr aggressive und progressive Talkshow, in der die Gäste ordentlich in die Zange genommen wurden, sich oft heftig stritten und manchmal sogar aus der Sendung rannten. Auch das fand ich toll. Aber ich dachte, das kann doch nicht die einzige Art sein, wie man eine Talkshow macht. Warum gibt es nichts, was heiterer, menschenbejahender ist? So etwas müsste man doch eigentlich machen können. Eines Tages fiel mir Marcel Wang ein, ein Freund aus Israel, mit dem ich während meiner Zeit bei der Bavaria eine Sendung über die Unterhaltungstruppen der israelischen Armee und eine Sendung über neue Künstler aus Israel gemacht hatte. Marcel hatte mir erzählt, dass es in einem Hotel in Tel Aviv jeden Sonntagabend eine Talkshow ohne Fernsehen oder Radio gab, zu der die Leute hingingen, wie sie eben auch ins Kino oder zu einer Lesung gehen und dafür Eintritt bezahlen. Mische Ba Ba hieß die Talkshow, auf Deutsch Wer kommt, kommt. Warum mache ich hier so etwas nicht auch, überlegte ich mir. Natürlich wäre ich nie zum WDR gegangen und hätte gesagt, hört mal Leute, ich will jetzt meine eigene Talkshow. Das wäre nicht nur sehr arrogant, sondern auch sehr dumm gewesen, denn ich hätte mir ja auf jeden Fall eine Abfuhr eingeholt. Moment mal, hätten sie gesagt, wer sind sie denn? Sie machen zwar eine erfolgreiche Sendung, aber wie kommen sie jetzt auf die Idee, eine Sendung zu moderieren? Wo kämen wir denn dahin, wenn jeder Redakteur seine eigene Sendung bekäme? Solche Sätze wollte ich mir nicht anhören. Es stimmte ja. Ich war nur Redakteur und Produzent. Aber ich wollte unbedingt auf den Schirm. Und mit Mische Ba Ba tat sich mir ein Weg auf. Was ich an dem Konzept so toll und verführerisch fand, war der Gedanke, dass ich das Moderieren erst einmal auf der Bühne würde üben können. Das ist ja viel harmloser. Wenn es schief ginge, was würde dann schon passieren? Dann hätte vielleicht ein paar Mal im Kölner Express gestanden, Herr Biolek, erfolgreicher Produzent, macht sich auf der Bühne lächerlich. So what? Das hätte ich überlebt. Mittlerweile stehen wir vor dem Haus in der Pippinstraße, einem unspektakulären Nachkriegsbau, dessen renovierungsbedürftige Fassade auf eine große, nicht besonders schöne Straße schaut. Auf das Senftöpfchen weist nichts mehr hin. Alfred fährt fort. Gibt es in Köln ein altes Theater mit Atmosphäre, fragte ich mich, als ich nach einem geeigneten Ort suchte. Da fiel mir das Senftöpfchen ein, ein ziemlich heruntergekommener Laden, der damals leer stand. Schnell hatte ich die Besitzerin des Senftöpfchens, Alexandra Krassen, ausfindig gemacht. Sie führte mich genau hierher in die Pippinstraße, sperrte die Tür auf und zeigte mir einen ziemlich renovierungsbedürftigen, aber sehr charmanten Saal. Frau Krassen, dürfte ich hier bei Ihnen eine Talkshow machen? Herr Dr. Biolek, ich habe zwar keine Ahnung, was eine Talkshow ist, aber bitte machen Sie alles, was Sie wollen. Das Haus steht ja leer und das ist schade. Es geht dann alles recht schnell und schließlich kommt der Premierenabend. Der Saal ist geputzt, das Bier steht bereit, die Abendkasse öffnet, das Publikum erscheint zahlreich. Thomas Wojtkewitsch erinnert sich an Alfreds ersten Auftritt. Als Kareltschüler wussten wir, ganz wichtig für das Gelingen eines Abends ist ein Opening-Gag. Alfred sollte auf die Bühne kommen, den Applaus wie ein ganz großer Star abwinken und sich dann auf einen präparierten Stuhl setzen, der daraufhin zusammenbrechen sollte. Soweit zum Plan. Im Saal wurde es dunkel, ich ging hinter die Bühne und wünschte Alfred viel Erfolg. Alfred betrat die Bühne und die Leute im Saal, der zwar voll, aber nicht brechend voll war, applaudierten keineswegs so, wie wir das erwartet hatten. Und Alfred? Was macht Alfred? Vor lauter Nervosität stößt er an den präparierten Stuhl und der bricht dann gleich von alleine in sich zusammen. Um den Gag noch zu retten, ließ er sich dann sofort, als er sein Missgeschick bemerkt hatte, fallen. Keinen einzigen Lacher hörte ich hinter der Bühne, sondern nur ein Oh Gott! und ein Um Himmels Willen haben sie sich verletzt. Das war also Alfreds Debüt als Moderator einer Talkshow. Seitdem hat er nie wieder einen vorher ausgedachten Gag auf der Bühne gemacht. Seine Gespräche mit den Gästen laufen hingegen ganz gut. Als erstes begrüßt Alfred Künstler, die auf Tournee sind und gerade in Köln Station machen. Es sind die Schauspielerinnen Ortrud Beginnen und Waltraud Habicht sowie der Pianist Jürgen Knieper. Nach dem Gespräch mit Alfred geben sie Kostproben aus ihrem aktuellen Programm. Anschließend kommt Kölns Bürgermeisterin Else Schmidt auf die Bühne und erntet ungewollt viele Lacher, als ihr der Satz rausrutscht. Wir haben Beamte oder Menschen, die sehr hilfsbereit sind. Dann tritt eine chilenische Popgruppe auf, gefolgt von dem Kölner Soziologen Alphons Silbermann, der eine Art Büttenrede über die Steuerreform, den Zustand des Kölner Theaters, über das Fernsehen und die Politik im Allgemeinen hält. Den Abschluss dieses ersten Abends feiert eine damals noch weitgehend unbekannte Band. Sie nennt sich Black Furs. Zwei Wochen später in der nächsten Show tritt Alfred ohne Faxen zu machen vor einen deutlich volleren Saal. Seine Gäste sind diesmal der Schlagersänger Roberto Blanco, die noch wenig bekannte Kabarettistin Lisa Fitz und die damalige Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, mit der Alfred ein Gespräch über Pornografie führt. Alfred erzählt, Manfred Schmidt sorgte für die Gäste aus der Politik und ich konnte aufgrund meiner Arbeit als Produzent bei Carrel die Sänger und Artisten einladen. Das laufende Band hatte ja eine sehr gute Zuschauerquote und insgesamt einen guten Ruf. Jeder, der im Showbusiness war, wollte einen Auftritt in der Sendung. So bekamen wir sehr schnell die damaligen Top-Leute auch ins Senftöpfchen. Leute wie Freddie Quinn oder Wenke Mürre, die beide ihre eigenen Shows im Fernsehen hatten. Diese Art von Allround-Talenten unter Sängern gibt es heute gar nicht mehr. Heute macht einer eine Platte, dann verkauft er sie. Aber Sänger, die gleichzeitig auch tanzen, steppen und Instrumente spielen konnten, die richtige Entertainer waren, sind inzwischen im Altersheim oder schon ausgestorben. Andersherum hatte ich auch einige Gäste zuerst in Wer kommt, kommt quasi, um sie ein bisschen zu testen. So probte Joy Fleming zuerst im Senftöpfchen und durfte dann ins laufende Band. Auch Kölns Bürgermeisterin Else Schmidt kam, nachdem sie im Senftöpfchen zu Gast war, zusammen mit ihrer Tochter als Kandidatin zu Karel. Aber Prominente sind nicht alles. Von Beginn an ist es Alfreds großer Wunsch, junge Künstler zu fördern. In München kannte man Konstantin Wecker und Gerhard Polt vielleicht schon, in Köln jedoch noch nicht. Alfred bietet ihnen im Senftöpfchen eine Bühne, ebenso wie der unbekannten Band Ocean, bei der Herbert Grönemeyer am Klavier sitzt. Neben der Prominenz Kölner Originalen und jungen Künstlern holt Alfred aber auch bewusst unbekannte Leute auf die Bühne. Ein Arbeitsloser redet über seine Welt und seine Sorgen, Menschen mit außergewöhnlichen Berufen erzählen von ihrer Arbeit. So zum Beispiel ein Fluglotse und eine Frau, die in Bars mit Separees Rosen verkauft. Mit dieser bunten Mischung werden das Senftöpfchen Wer kommt kommt und Alfred schnell zum Stadtgespräch. Eintrittskarten für die Show sind so begehrt, dass zwei ebenfalls schwer zu ergatternde Opernkarten schon mal gegen eine Senftöpfchenkarte eingetauscht werden. Das Publikum saß dicht gedrängt und tobte vor Begeisterung, schreibt der Kölner Stadtanzeiger schon über die vierte Show, in der Biolek nach holprigem Anfang nicht nur eine Form, sondern vor allem ein Publikum gefunden habe. Darüber hinaus bedauert das Blatt, eine solche Talkshow wird es im deutschen Fernsehen wohl leider nie geben. Wirklich nicht? Vielleicht sind ja schon bald einige Herren vom WDR im Publikum. Zumindest Hannes Hoff, der langjährige Chef der WDR-Hauptabteilung Unterhaltung, sitzt bereits in der zweiten Show unter den Zuschauern. Er war es, der von den Monty Pythons bis zu Hermann van Veyn alle Sendungen in Auftrag gegeben hatte, die Alfred bei der Bavaria gemacht hat. Er weiß, wohin Alfred eigentlich will. Ein paar Mal kommt er nun ins Senftöpfchen, ein paar Mal studiert er Alfred eingehend. Könnte er der Moderator für die neue Show sein? Am 25. Januar 1976 bitten Alfred und Dieter Thoma ihre ersten Gäste zum Kölner Treff. Es sind unter anderem der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Heinz Kühn, die Klimbim-Darstellerin Ingrid Steger, der Zauberkünstler Paul Potassi, der letzte Schuhputzer am Kölner Dom und die frühere Chefsekretärin Konrad Adenauers, Dr. Anneliese Popinga. Alfred erinnert sich, Dieter Thoma und ich kamen gemeinsam raus, begrüßten gemeinsam die Leute und begannen gleich zu Anfang der Sendung, uns gegenseitig auf den Arm zu nehmen. Einer der Gründe für unseren Erfolg war, dass wir sowohl vom Aussehen als auch von unserem Wesen her total verschieden waren. Thoma hatte großen, mehr intellektuellen Humor, war ein sehr guter Autor und Journalist. Ich hingegen war eher ein Mensch, der die Dinge spontan und aus dem Bauch heraus gemacht hat. Diesen Unterschied haben wir ausgespielt und auf der Bühne so getan, als ob wir uns nicht leiden könnten. Die ersten Sendungen kommen nicht besonders gut an. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung findet den Kölner Treff unter allen Talkshows die entbehrlichste, unter anderem deshalb, weil sie selten neu und nur mäßig originell sei und weil Biolex sich fortwährend auf unangenehme Art anbiedere. Die neue Rheinzeitung hingegen feiert den Kölner Treff als lustig überschäumendes Spektakel mit Musik und interessanten Gästen, weil er endlich die allzu verkrustete äußere Form der bisherigen Talkshows aufgebrochen habe. Weiter heißt es, gewiss wird dieser Talkshow-Geheimtipp im Laufe dieses Jahres zum Publikumserfolg. Bei den ersten Sendungen liegt die Zuschauerquote bei mageren fünf Prozent. Ab der zehnten Sendung sind es dann durchschnittlich zehn, später zwanzig Prozent. Der hessische Rundfunk und die norddeutschen Anstalten nehmen die Sendung in ihr Programm auf. In Nordrhein-Westfalen hat Alfred jedoch wie auch später mit Bios Bahnhof mit Abstand die höchsten Einschaltquoten. Durch den Kölner Treff wird Alfred schließlich ein Mann, mit dem sich die Menschen in Köln und in Nordrhein-Westfalen stark identifizieren. Wie im Senftöpfchen achtet Alfred darauf, dass unter seinen Gästen auf der einen Seite Persönlichkeiten wie Günter Grass und Rainer-Werner Fassbinder, Franz Josef Strauß oder Herbert Wehner sind, dass aber auf der anderen Seite auch die Bardame und der Schlagersänger zu Wort kommen und mit derselben Achtung und demselben Interesse bedacht werden. Information und Unterhaltung, diese Mischung, die heute zumeist den Namen Infotainment trägt, entdeckt Alfred als seinen eigenen Stil. Bis zum Januar 1980 moderiert Alfred den Kölner Treff 60 Mal. Dann Titel plötzlich der Kölner Express, Dr. Biolek wirft die Brocken hin und erklärt, Alfred wolle auftanken. Seinem Nachfolger gelingt es nicht, Alfred zu ersetzen. Am 17. Januar nach dem ersten Kölner Treff ohne ihn schreibt die Kölnische Rundschau, viele Verehrer baten, Bio komm bald wieder. Noch sechs Mal kehrt Alfred daraufhin auf das rote Sofa zurück, auf dem er seine Moderatorenkarriere begonnen hatte. Dann macht er endgültig Platz für seine neue und akzeptierte Nachfolgerin Elke Heidenreich. Er will sich jetzt ganz auf etwas anderes konzentrieren, auf etwas, womit er Fernsehgeschichte schreiben wird. Das Senftöpfchen, das für Alfred und viele andere Künstler zum Sprungbrett geworden ist und das seit 1985 seine neue Spielstätte in der großen Neugasse gefunden hat, unterstützt übrigens mit Hilfe des von Alfred mitbegründeten Fördervereins bis heute neue Kabaretttalente. Bio und sein Bahnhof Der Sendeplatz am Donnerstagabend im Ersten von 21 bis 22.30 Uhr, sechsmal im Jahr. Hannes Hoff überlegt. Was könnte man mit diesem Programmplatz anfangen? Natürlich muss es eine Show sein, eine große Musikshow. Aber keine zweite Starparade, keine zweite Hitparade, wie sie Dieter Thomas Heck macht. Es muss etwas Neues werden, etwas, das weniger kommerziell ist. Am besten live. Ich werde mal den Bio bitten, mir ein Konzept zu schreiben. Alfred ist sofort begeistert. Zusammen mit Andreas Lichter, Thomas Woidkewitsch, Joachim Hüttenrauch und Christian Striegler setzt er sich hin und entwirft nach Hoffs Wünschen ein vages Konzept für eine große Musiksendung in der ARD. Wer könnte das moderieren? Fragt sich Hoff bei der Lektüre des ersten Entwurfs. Wer bringt die unterschiedlichsten Leute zusammen? Wer hat Ahnung von Musik und kann gleichzeitig die Künstler präsentieren und mit ihnen reden? Vielleicht Bio selbst? Alfred freut sich, als man ihm das Traumangebot macht, diese Musikshow zu moderieren und damit den Wechsel vom dritten ins erste Programm zu wagen. Unbewusst hat er sich das Exposé auf den Leib geschrieben, denn er fühlt sich inzwischen nicht nur, was das Moderieren, sondern auch, was das Musikalische betrifft, gut vorbereitet. Uns allen, erinnert sich Alfred, war jedenfalls vor allem eines wichtig. Wir wollten die besonders in Deutschland existierende Grenze zwischen unterhaltender und ernster Musik aufbrechen. Es gab und gibt schließlich nur gute und schlechte Musik und nur gute und schlechte Künstler. Und ein zweiter Punkt war mir sehr wichtig. Ich wollte nicht nur die Stars haben, die auch in den anderen Musik- und Spielshows singen und spielen durften, sondern auch Künstlern eine Chance geben, die sich bislang im Fernsehen noch nicht präsentieren konnten. Im Senftöpfchen hatte ich ja schon im Kleinen gesehen, dass so ein Konzept funktionieren kann. Die Artisten, Kabarettisten, experimentellen Theaterleute und Travestie-Künstler, die ich für Wer Kommt, Kommt eingeladen hatte, sollten nun bundesweit ein Publikum bekommen und der Zuschauer sollte erfahren, dass es noch eine alternative Szene gibt, die es wert ist, in einer großen Show gezeigt zu werden. Als Hoff von diesen ersten Schritten angetan ist, wagt Alfred den nächsten Schritt. Lieber Herr Hoff, wenn ich nun eine so große Sendung machen soll, dann kann ich unmöglich noch der Redakteur sein, der sie betreut und kontrolliert. Dann müsste ich ja meine eigene Moderationsarbeit selbst kritisieren. Das geht nicht. Ich kündige. Hannes Hoff ist zwar erstaunt und bedauert, einen Redakteur zu verlieren, der so auf seiner Wellenlänge liegt. Andererseits hat er vielleicht einen guten Moderator für den WDR gewonnen. Also nimmt er die Kündigung an und gibt Alfred einen Jahresvertrag als Moderator einer Musiksendung. Die Grundidee und der Moderator stehen also fest. Was noch fehlt, ist der Ort, die Ausstattung und der Name der Sendung. Aus der Erfahrung mit dem Senftöpfchen wussten wir, dass wir für die Show einen für den Zuschauer jederzeit identifizierbaren Ort brauchten. Das konnte kein Studio sein, wo an einem Tag Klimbim und am anderen Tag die Sportschau produziert wurde. Die Leute sollten das Gefühl haben, dass es diesen Ort wirklich gibt, dass er echt ist und nicht aus Pappen. Dieter Flimm entdeckt alte Fabrikhallen, präsentiert ein Zelt, eine alte Zeche, einen Vergnügungsdampfer, ein Bauernhaus, ein Straßenbahndepot, das leider noch in Betrieb ist, eine leere Schokoladenfabrik, mehrere Jazzkeller, eine Autohalle und eine Scheune. Schließlich, erinnert sich Alfred, kam Dieter Flimm mit der richtigen Idee. Vor den Toren von Köln hatte er ein Eisenbahndepot ausfindig gemacht, genau gesagt das Depot der Köln-Frechen-Benzelrater Eisenbahn, in dem gerade alte Waggons repariert oder ausgeschlachtet wurden. Wir fuhren raus nach Frechen. Auf den ersten Blick war es eine schmutzige Halle voller altem Eisen, aber von der Architektur waren wir begeistert. Großartig war auch, dass die Halle einen Gleisanschluss hatte. Damit konnten sogar richtige Züge einfahren. Sofort war uns klar, dass wir jetzt unseren Ort gefunden hatten. Freds Musikdepot? Freds Musikladen? Freds Musikpinte? Welchen Namen soll die Show bekommen? Obwohl nie ein Fahrgast das Depot betreten hat, kommt Hannes Hoff plötzlich auf die Idee mit dem Bahnhof. Das, so Alfred heute, fand ich sofort großartig. Was mich an der Idee, das Depot in einen Bahnhof zu verwandeln faszinierte, war, dass Bahnhöfe Orte der Begegnung unterschiedlichster Leute und Orte großer Emotionen sind. Da kommt der Vorortszug an, um die Pendler zur Arbeit zu bringen und auf demselben Bahnsteig ist gerade ein Intercity oder vielleicht sogar der Orient-Express eingelaufen, der nach Venedig fährt und wo lauter vornehme Damen einsteigen. Da gibt es Szenen des Abschieds und der Wiedersehensfreude. Diese Emotionalität, die an einem Bahnhof frei wird, wollte ich auch mit meinem Bahnhof erreichen. Von Anfang an steht fest, dass die Künstler nicht wie in anderen Sendungen Playback singen sollen. Alles live, lautet die Devise. Der von Hannes Hoff erfundenen Name der Show ist auch für Alfred selbst und seine spätere Karriere wichtig. Durch das Bio in Bios Bahnhof wird Alfred zur Marke, die, wie es Hüttenrauch formuliert hat, für eine ganz bestimmte Art von Unterhaltung steht. Alfred wird zum unverwechselbaren WDR-Gesicht, zum WDR-Aushängeschild. Der Grundstein, sowohl für die vom Bahnhof weit entfernte Sendung Alfredissimo, für den Werbespot mit Klosterfrau Melissengeist, als auch für den Erfolg von Alfreds Engagement für die Stiftung Weltbevölkerung sowie seiner Alfred-Biolek-Stiftung Hilfe für Afrika, liegt in der Entscheidung, im Titel dieser Sendung Alfreds Namen auftauchen zu lassen. Heute tragen viele Unterhaltungssendungen den Namen des Moderators, damals war es eher die Ausnahme. Frühjahr 1982. Im Eisenbahndepot laufen die letzten Vorbereitungen für eine neue Folge von Bios Bahnhof. Es ist die 26. Sendung. Diesmal hat sich ein ganz großer Gast angesagt. Genau genommen ist er der unumstrittene Kaiser des internationalen Showbusiness. Seit Tagen ist sein Name sein Kommen in Köln-Stadtgespräch. Draußen in Frechen ist man etwas nervös. Die Manager des Stars haben lange Listen mit den Wünschen des Stars vorausgeschickt, die ihresgleichen suchen. Auch eine Getränkeliste ist dabei, lang und ausgefallen. Aber in Frechen fühlt man sich einen Tag vor der Aufzeichnung gewappnet. Waren die bisherigen durchaus berühmten und zum Teil auch hochkarätigen Gäste der Sendung in einfachen, ziemlich provisorisch wirkenden Garderoben untergebracht, hatte man für den Star aus Übersee eigens einen Waggon mit großem Komfort ausgestattet. Ein Bett zum Ruhen, Sessel zum Entspannen, natürlich ein gemütliches Sofa, ein Fernseher und nicht zuletzt eine kleine Bar, deren Kühlschrank die Alkoholika, Säfte und Wasser enthält, die angefordert wurden. Der Star kann kommen. Und am nächsten Tag kommt er. Anstatt aber den Waggon aufzusuchen, zieht er es vor, im Bus zu bleiben, der ihn hergebracht hat. Nur, so sagt er Alfred, als dieser ihn begrüßt, gegen einen Schluck Portwein habe er nichts einzuwenden. Portwein, natürlich, denkt Alfred und geht zum Salonwagen, wo ja die gewünschten Getränke bereitstehen. Doch nach ein paar Minuten stellt er fest, alles ist da, nur kein Portwein. Alfred kennt den Star ja noch nicht näher, weiß nicht, wie exaltiert er ist. Wo bekomme ich auf die Schnelle jetzt einen guten Portwein her? In einem großen Hotel? Ja, das wäre möglich. Er wählt die Nummer des Interconti und lässt sich mit Milva verbinden. Milva, könntest du so gut sein, eine Stunde eher zur letzten Probe zu kommen und eine Flasche Portwein mitzubringen. Alfred wartet. Kaum erreicht Milva das Depot, reißt er ihr die Flasche aus der Hand, bedankt sich eilig und rennt zum Bus, in dem sich der Star aufhält. Der Kaiser der Unterhaltung freut sich, als er den Portwein sieht. That's nice, sagt er. Let's have one. Certainly. Mr. Biolik, where do you have the Portwein glasses? Portwein glasses? Dutzende von Getränken hatten sie besorgt, Milva hatte man den Portwein anschleppen lassen und jetzt das. Das gibt es doch nicht, denkt Alfred und überlegt, wie er da jetzt rauskommt. In Cologne, fängt Alfred an, we have special glasses. Do you want to try them? I think that's romantic, lacht der Star, als er wenig später mit Alfred seinen Portwein aus Kölschgläsern trinkt, die schnellstens aus dem Speisewagen gebracht worden waren. Neun Uhr abends am 18. März 1982. Über acht Millionen Zuschauern kündigt die Programmansagerin des WDR die 26. Folge von Bios Bahnhof an und lässt nach Frechen umschalten. Zwei schwarze Jazzsängerinnen eröffnen, eröffnen diesen Abend, der für Alfred zum Höhepunkt seiner gesamten Fernsehkarriere werden soll. Erster Gast ist der Schweizer Kabarettist Emil mit einem kleinen Sketch. Bevor er ein zweites Mal auf die Bühne kommt, plaudert Alfred mit der Operndiva Martha Mödel über ihre Karriere und über die jungen Talente des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper, die Frau Mödel mitgebracht hat, damit sie ihr mit einer Kostprobe aus Mozarts Cosi van Tutte vorstellen können. Später betritt Milwa die Bühne. Als sie vier Jahre zuvor das erste Mal im Bahnhof aufgetreten war, war sie nur Insidern bekannt. Mittlerweile ist sie in Deutschland eine der bekanntesten Italienerinnen. Mit Alfred und Mario Adorf führt sie ein Gespräch über die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem italienischen Publikum. Dann singt sie mit Adorf die Zuhälterballade aus Brechts Dreigoschenoper. Maulwerke heißt nach einem Solo Milwas und einem weiteren Sketch von Emil die nächste Darbietung. Ein experimentelles Musikprojekt, bei dem die Töne mittels Röcheln, Husten und Atemgeräuschen erzeugt und von am Hals befestigten Mikrofonen übertragen werden. Bevor es zur eigentlichen Aufführung des Stückes kommt, stellt Alfred den Komponisten Dieter Schnebel, einen Professor an der Hochschule der Künste in Berlin, sowie den Regisseur und Mitwirkenden Florian Langenscheid vor, der der Arbeitsgemeinschaft Neuer Musik in München angehört. Ein langer weißer Kasten. In ihm schnaufen, quietschen, räuspern und girren drei Männer, einer davon Florian Langenscheid. Seitlich von der Bühne und unsichtbar für den Zuschauer steht der große Kaiser der Unterhaltung und wohnt mit offenem Mund dem Spektakel bei. Nachdem der Applaus verklungen ist, richtet die Kamera ihren Blick wieder auf Alfred, der zu einem einarmigen Banditen geht und zu spielen beginnt. Während sich die Glücksräder drehen, berichtet er von seiner Reise nach Las Vegas, dem Eldorado der großen Unterhaltungshows. Derweil zieht sich der Umbau für den nächsten Gast in die Länge. Alfred wirft noch einmal Geld in den Spielautomaten. In den vorherigen Bahnhöfen war es immer wieder zu solchen Pannen gekommen. Sonst machen sie Alfred überhaupt nichts aus. Er findet, sie seien bei Live-Sendungen sogar erst das Salz in der Suppe. Heute und gerade bei diesem Gast ist er nicht ganz entspannt. Aber, und das ist ja das Wesen einer Panne, man kann sich nicht aussuchen, wann sie kommt. Noch einmal wirft er Geld ein. Diesmal rückt der einarmige Bandit sogar etwas heraus. Endlich das Zeichen, dass er den größten Gast, den seine Sendung je hatte, begrüßen kann. Ladies and Gentlemen, hebt er an, Bios Barnoff proudly presents, for the first time in Frechen, Mr. Sammy Davis Jr. Alfreds Ansage ist noch nicht ganz verklungen, da schwenkt die Kamera auf eine Manhattan-Kulisse mit Freiheitsstatue um und Sammy Davis Jr. beginnt, New York, New York zu singen. Die Zuschauer stehen auf. Innerhalb von Sekunden wird die Stimmung unbeschreiblich. Im Gesicht Alfreds Freude, Glück, Befriedigung, Begeisterung. Irgendwann die letzten Takte. Alfred tritt zu Sammy Davis auf die Bühne, umarmt ihn und sie führen ein kleines Gespräch über Sammys Karriere und das Älterwerden. Dann bittet Alfred ihn um ein weiteres Lied. Sammy nickt. Doch bevor er seinen Song anstimmt, sagt er noch, I would like to say something. I am in Showbusiness for 53 years and I must say that this is the most unique and wonderfully mixed television show I've ever had the pleasure to be in. Das Publikum applaudiert frenetisch, trampelt, pfeift, ist außer sich. Dann singt er einen neuen Song, an dessen Ende applaudiert das Publikum erneut begeistert. Die Kamera schwenkt um auf eine andere Bühne, wo sich inzwischen Alfred mit allen anderen Künstlern des Bahnhofs versammelt hat. Sammy Davis Jr. stellt sich zu ihnen, schaut auf das tosende Publikum. Der Abspann läuft schon und läuft plötzlich auf das Schlagzeug der die Schlussmusik spielenden Big Band zu. Der Schlagzeuger übergibt ihm seine Stöcke, Sammy Davis setzt sich und findet augenblicklich in den Rhythmus des Orchesters. Dann ein Solo. Der Abspann ist schon lange beendet. Acht Minuten später als geplant fährt die ARD mit ihrem Programm fort. Die Gäste machen sich auf den Weg zur Straßenbahn, die sie wieder nach Köln zurückbringen wird. Hinter den Kulissen stehen Alfred und Sammy Davis. I am back to the roots. Thank you, sagt Sammy Davis zu Alfred und nimmt ihn in den Arm. Und Alfred? Alfred fließen angesichts des schönsten Lobes seines Lebens einfach ein paar Tränen über die Wangen. Eine Wohnung in Berlin. Berlin 2005. Alfred und ich betreten das Foyer einer Konzerthalle. Sofort wendet sich uns ein junger Mann zu, nimmt uns unsere Mäntel ab und führt uns zu unseren Plätzen. In der riesigen Halle sitzen tausende von Frauen in jedem Alter. Alle haben sich schön gemacht, haben Rosen, Briefe und Leuchtstäbe in der Hand und die, die Alfred entdecken, stupsen ihre Nachbarinnen an und fangen an zu tuscheln. Guten Abend, Herr Biolek. Hallo Bio. Alfred, was haben Sie denn heute gekocht? Mehrmals wird Alfred um ein Autogramm gebeten. Schließlich geht der Vorhang auf, allgemeine Begeisterung. Und da steht er neben seinem Flügel, eingerahmt von seinem Orchester, Udo Jürgens. Seine Lieder, Lieder der Rückschau, des Abschieds, des Dankes, gewidmet denjenigen, die ihn und sein Singen seit den 60er Jahren begleitet haben. Aber auch Lieder, die vom Weitermachen erzählen. Wie alt ist eigentlich Udo Jürgens? Flüstere ich Alfred ins Ohr. Er ist jetzt 71. Dein Jahrgang also? Ja, er, Nana Muscuri, Rudi Carell und ich. Wir sind alle ein Jahrgang. Ich frage Alfred, ob es ihm gefällt, immer wieder Autogramme geben zu müssen. Ja, auf jeden Fall. Mich freut es, wenn die Leute sich freuen, mich zu sehen. Und mich freut es auch, wenn sie ein Autogramm von mir wollen. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn die Leute zu aufdringlich werden. Aber das passiert ganz selten. Hast du dir auch mal ein Autogramm geben lassen? Ja, zweimal. Das erste Mal von Erich Ponto nach einer Vorstellung des Stuttgarter Staatstheaters. Da war ich noch Schüler. Das zweite Mal von Ella Fitzgerald im Nightclub. Erinnerst du dich an das erste Autogramm, das du selbst gegeben hast? Alfred lacht. Ja, das war ziemlich merkwürdig. Während meiner Zeit beim Kölner Treff ging ich eines Abends in eine Art Club, wo überwiegend junge Leute waren. Ein junger Mann kam zu mir und wollte ein Autogramm. Auf einem Bierdeckel. Ich dachte erst, er erlaubt sich einen Scherz. Aber er wollte tatsächlich ein Autogramm auf einem Bierdeckel. Alles in allem genieße ich die Aufmerksamkeit der Menschen. Es zeigt einfach, dass man im Leben etwas gemacht hat, was die anderen freut und was sie schätzen. Besonders freut es mich, wenn es jüngere Menschen sind, die mich gut finden, weil ich dann merke, dass ich noch nicht zum alten Eisen gehöre, dass ich auch der jüngeren Generation noch etwas geben kann. Es zischt und dampft. Im Topf brät gerade eine Rehkeule. Wir stehen in Alfreds Berliner Küche. Während wir für die Gäste des heutigen Abends das Essen vorbereiten, kehre ich noch einmal zu dem gestrigen Abend mit Udo Jürgens zurück. Wie lange kennst du Udo Jürgens eigentlich schon? Seit den 60er Jahren. Damals war ich beim ZDF, machte die Drehscheibe und wir hatten jeden Tag einen Musiktitel im Programm, den wir ironisch Heuler nannten, weil er meist schrecklich war. Udo und Reinhard May waren da die großen Ausnahmen. Etwas später traf ich ihn in Wiesbaden wieder, wo er ein Konzert gab. Er freute sich, mich zu sehen und schlug vor, noch etwas trinken zu gehen. Und da habt ihr euch angefreundet? Angefreundet ist zu viel gesagt. Udo war in allen meinen Sendungen. Uns verbinden einfach 40 Jahre. Ich mag ihn als Mensch und auch als Künstler. Und ich mag unsere gemeinsame Zeit. Zu dieser Kategorie von guten Bekannten, die vor allem beruflich mit mir verbunden sind, gehören auch Herbert Grönemeyer, Nana Muscuri und Harald Schmidt. Alfred bittet mich für die Vorspeise, die sich die Gäste gewünscht haben, Feigen in Bacon einzuwickeln. Und ich nutze die Gelegenheit, ihn nach seiner besonderen Freundschaft zu Campino zu fragen, der gleich mit seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Carina Kraftschick, zum Essen kommen wird. Du und Udo Jürgens, das passt für mich schon zusammen. Aber du und die Toten Hosen, ein bürgerlicher, gesellschaftlich etablierter, manchmal sogar konservativer Moderator und eine Punkband, wie passt das eigentlich zusammen? Ja, auf den ersten Blick ist es wirklich erstaunlich, dass ich mit den Toten Hosen befreundet bin, dass mir vor allem Campino ein richtiger Freund geworden ist. Angefangen hat alles 1983 oder 84. Damals moderierte ich meine Sendung bei Bio und wollte unbedingt die Toten Hosen einladen. Die Sendung sei doch live, das ginge doch nicht, wurde ich von vielen Leuten gewarnt. Heute spielen sie auch im Burgtheater, aber damals waren die Toten Hosen eine knallharte Punkband, die den Skandal suchte und im Ruf stand, vor nichts zurückzuschrecken. Sie hatten Heino in ihren Auftritten böse verhöhnt, warfen sich ins Publikum und man hörte, dass sie jede Menge Bier, Schnaps und Drogen konsumieren würden. Viele befürchteten, dass sie auch meine Sendung durch irgendeine Aktion ruinieren würden. Ich war jedoch zuversichtlich und dachte mir, dass schon nichts passieren werde. Und dann waren sie tatsächlich ganz reizend und seriös und flippten überhaupt nicht aus. Während ihres Auftritts zogen sie natürlich ihren Punk-Stil durch, aber sie machten nichts, was die Sendung gesprengt hätte. Das fand ich sympathisch. Die Feigen haben wunderbar geschmeckt, der Champagner, den Campino und Carina mitgebracht hatten, natürlich auch. Während Alfred zusammen mit Carina die Soße für das Rehab schmeckt und die Serviettenknödel anrichtet, frage ich Campino nach dem Verhältnis seiner Band zu Alfred. Campino überlegt nur kurz, dann fängt er an zu lachen. Ich denke da an unseren Auftritt in Bios Sendung. Die Toten Hosen hatten sich ja erst Anfang 82 gegründet, als die Punk-Bewegung in London schon für tot erklärt worden war. Doch das scherte uns nicht. Nach und nach wurden wir bekannter, aber hauptsächlich in der Szene. Und dann kam das Angebot vom Bio bei ihm aufzutreten. Wir waren löffelweise vollgestopft mit dieser Anti-Kommerz-Ideologie, aber wir wussten auch, dass diese Sendung für uns eine große Chance sein würde, weil wir dort zur Hauptsendezeit einmal einem großen Publikum unsere Musik und unsere Ideen vorstellen konnten. Dennoch, wir hatten ein wahnsinniges Problem mit der Sendung und fragten uns immer wieder, ob ein Auftritt im Fernsehen die Punk-Bewegung verraten würde. Lange ging es hin und her. Dann beschlossen wir, gut, gehen wir hin. Doch da fingen die Probleme erst richtig an. Wir wussten nicht, wie wir uns benehmen sollten. Einerseits gab uns dieser Mann die Chance, andererseits wollten wir möglichst taff wirken, Haltung zeigen. In der Sendung führte diese Unsicherheit dazu, dass wir vor Aufregung die ganzen Schalen mit Erdnüssen leerten, die auf dem Tisch standen. Ich erinnere mich noch genau. Ich war während des Gesprächs mit Bio so nervös, dass ich nur futterte und es so aussah, als hätte ich die letzten drei Tage nichts gegessen. Als ich mir danach die Sendung auf Video ansah, fand ich mich einfach nur uncool. Was haben wir da für eine Riesenchance versemmelt, was für ein Elfmeter vergeigt, jammerten wir damals. Heute weiß ich, dass das alles sehr schnell Schnee von gestern ist. Das Fernsehen ist ja ein extrem kurzlebiges Medium. Damals aber nahmen wir unseren Auftritt sehr viel wichtiger, als er tatsächlich war. Rührend fanden wir jedenfalls, dass uns Alfred nach der Sendung in den alten Wartesaal einlud. Und obwohl wir dort, pubertär wie wir damals waren, zunächst kräftig bestellt und dann die Zeche geprellt hatten, erneuerte er auch seine Einladung, mal zu ihm nach Hause zum Essen zu kommen. Campino, erinnerst du dich, wie dein Bild von Alfred vorher war? War er für dich eher der liebe Onkel oder war er ein Teil der Fernsehmaschinerie? Ein bisschen von beidem. Seine Sendung respektierten wir, weil dort eine riesige Bandbreite des Musikgeschehens zu sehen war. Wenn überhaupt, dann da, dachten wir uns. Und trotzdem, wir waren solche Hardliner. Alle, die mit dem Fernsehen in Verbindung standen, waren eigentlich Gegner. Deswegen trauten wir Alfred nicht ganz über den Weg. Auch noch, als ihr dann Alfreds Einladung angenommen habt? Auf jeden Fall. Aber wir waren auch neugierig. Also sind wir zu fünft zu ihm nach Köln gefahren und da stand er dann da, alleine gegen fünf tote Hosen und wollte für uns kochen. Er war sehr höflich, das war entwaffnend. Trotzdem blieben wir immer noch in lauer Position. Ein Grund für unsere Vorsicht war das Bier. Alfred wollte uns Düsseldorfern Kölsch anbieten. Ein ganzes Fass stand davon auf seinem Tisch. Normalerweise rührt ein Düsseldorfer niemals ein Glas Kölsch an, aber was sollten wir machen? Von Wein hatten wir alle keine Ahnung. Alle bis auf Trini, unseren Schlagzeuger. Der Rest von uns war hoffnungslos überfordert. Also schickten wir dann Trini vor. Alfred, hast du nicht irgendwo einen Schluck Wein? Alfred war wohl erstaunt, doch er machte sich auf den Weg in seinen Weinkeller. Während er unten war, schütteten wir übrigens das Fassbier in den Ausguss. Den wollen wir jetzt mal beeindrucken, was wir so alles in kurzer Zeit verkraften. Es wäre natürlich eine Sünde gewesen, hätte es sich um Altbier gehandelt. Aber wir hatten ein gutes Gewissen, denn es war ja nur Kölsch. Alfred kam mit einer ersten Flasche zurück und Trini sagte, dass die ganz okay sei. Bei der zweiten fiel Trinis Beurteilung schon euphorischer aus. Echt super, lautete sein Urteil und wir plapperten ihm nach. Alfred ging dann noch mehrmals in seinen Weinkeller, um für uns nur die besten Tropfen hochzuholen. Mir tat er schon ein bisschen leid, weil ich das damals so gar nicht zu würdigen wusste. Nach mehreren Flaschen kamen wir echt in Fahrt und irgendwann führte uns Alfred durch seine ganze Wohnung. Im Badezimmer stand dieser riesige Whirlpool und ein Regal mit einem Haufen von Badeschäumen. Und was machten wir? Während Alfred mal wieder eine neue Flasche holte, drehten wir einfach das Wasser auf, kippten die ganzen Schaumbäder rein und sprangen in das Becken. Alfred war sicher ein wenig geschockt über die fünf Gestalten in einer riesen Schaumwolke, aber er sagte kein Wort, sondern verköstigte uns weiterhin mit Wein. Das war einfach genial, wirklich ein perfekter Gastgeber. Auf dem Weg nach Hause überlegten wir uns, wenn das der Express oder die Bild-Zeitung erfahren würde. Biolek holt sich die toten Hosen in seinen Whirlpool, hätte wohl die Schlagzeile gelautet. So etwas kann ja Karrieren kosten. Wir wussten, dass uns da jemand sein Vertrauen geschenkt hat. Das war entwaffnend. So entwaffnend, dass ich ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, zu irgendjemandem zu gehen und das auszubreiten. Und so war uns auch absolut klar, dass dieses Vertrauen niemals missbraucht werden würde. Dieser Abend vor über 20 Jahren ist ein Geschenk geblieben, von dem wir bis heute niemandem erzählt haben. Heute denke ich, das Entscheidende war mein Misstrauen gegenüber dem Medium Fernsehen. Und dann kam Alfred und seine Offenheit, mit der er sich und sein Leben vor uns ausbreitete. Für mich war das eine große Chance, selbst gegenüber anderen Leuten offener zu sein. Und seitdem bist du mit Alfred befreundet? Ehrlich gesagt, das kam erst später. Es war ein wirklich genialer Abend, aber wir verloren uns trotz der großen gegenseitigen Sympathie zunächst aus den Augen. Das entscheidende Ereignis für die Freundschaft zwischen Alfred und mir war, dass ich später einmal mit meiner Mutter bei Boulevard Bio bei einer Sendung über Mütter und Söhne zu Gast war. Das war das erste und das einzige Mal, dass ich ein Familienmitglied mit ins Fernsehen und damit in die Öffentlichkeit genommen habe. Aufgrund unseres Abends wusste ich zwar schon, dass ich Alfred vertrauen konnte, aber als wir dann da waren, war ich tief beeindruckt, wie er meine Mutter behandelte. Und ich war dankbar für meinen vielleicht besten Fernsehauftritt. In keiner anderen Fernsehsendung war ich so offen und beschützt zugleich. Bis heute ist das eine der schönsten Erfahrungen. In dieser Sendung habe ich sogar einen ganz anderen Draht zu meiner Mutter bekommen. Irgendwie entwickelte sich anschließend ein anderes, engeres Verhältnis zueinander. Die Karten waren neu gemischt zwischen uns. Nach dieser Sendung verbrachten Alfred und ich dann bei ihm zu Hause einige Abende mit Kochen und guten Gesprächen. Und irgendwann lud ich ihn dann einfach auch mal zu mir nach Düsseldorf ein und gab mir sehr viel Mühe mit dem Kochen. Ich hatte Fisch gemacht, aber er war schon kalt, als ich ihn servierte. Alfred sagte höflich, ja, am liebsten mag ich ihn kalt. Mich freut es sehr, dass Campino jetzt auch hier in Berlin wohnt, meint Alfred, als wir am nächsten Morgen am Frühstückstisch sitzen. Wann bist du eigentlich nach Berlin gezogen? Alfred gießt sich etwas Milch in eine Tasse, erst danach den Tee. Dieses Ritual, zuerst die kalte Milch einzuschenken, hat er von Fritz Gruber übernommen, seinem inzwischen verstorbenen Weltgewandtenfreund. Früher war das chinesische Porzellan so fein, dass es bei zu großer Hitze zerbrach. Deswegen zuerst die kalte Milch, hatte Jena erklärt. Auf die Idee, nach Berlin zu ziehen, bin ich Mitte der 90er Jahre gekommen. Ein Freund hatte ausgiebig von Berlin-Mitte und dem Prenzlauer Berg geschwärmt. Da ich diese Gegend von Berlin gar nicht kannte, führte er mich herum. Diese Aufbruchstimmung, die ich da wahrnahm, faszinierte mich und ich war froh, diese Stimmung, nachdem ich sie ja in New York nicht mehr spürte, hier wiederzufinden. 1998 habe ich dann die Wohnung gekauft, 1999 wurde sie umgebaut und im Frühjahr 2000 bin ich dann zusammen mit Konstantin hier eingezogen. Die Faszination für eine neue Stadt, ein neuer Aufbruch. War das in deinem Alter nicht ein sehr großer Schritt? Ja, natürlich. Das war genau wie vieles andere in meinem Leben eine neue Stufe, die ich betreten habe. Ich wusste, irgendwann geht der Boulevard zu Ende, dann würde auch meine Möglichkeit enden, mit interessanten Leuten zu kommunizieren, interessante Gespräche sowohl in der Sendung als auch bei mir zu Hause zu führen. Als ich Ende der 90er Jahre dann konkret darüber nachdachte, aufzuhören, ahnte ich jedenfalls, dass mir das alles fehlen würde. Ich fragte mich, wo ich weiterhin ein Leben mit so vielen interessanten Begegnungen würde führen können. Und da wurde mir klar, nur in Berlin, nur hier in dieser spannenden Weltstadt begegne ich genügend interessanten Menschen, um mein früheres Kölner Leben praktisch weiterleben zu können. Hier verbringe ich ähnlich wie beim Boulevard Abende mit zwei Gästen, mit vier Gästen, manchmal auch mit zehn Gästen, bis hin zu den Hauskonzerten, die einmal im Jahr mit ungefähr 60 Personen stattfinden. Nicht zu vergessen natürlich die Party für die Jury der Berlinale. Nur ein kleiner Teil dieser Menschen wohnt ja in Berlin. Die meisten kommen zu Besuch, zu Berlinale, zu anderen Kulturereignissen, zu Kongressen oder wegen des Regierungssitzes. Viele meiner Freunde haben hier eine Zweitwohnung. Aber einige leben auch hier, zum Beispiel meine Freundin Regina Ziegler und ihr Mann Wolf Gremm, die im Westen wohnen, und natürlich Klaus Wovereit und sein Freund Jörn. Du unterscheidest immer noch zwischen Ost- und West-Berlin? Ja, immer noch, auch wenn es jetzt langsam zusammenwächst. Das frühere Ost-Berlin habe ich ja eigentlich erst kennengelernt, als ich hierher gezogen bin. Davor war ich nur wegen des Theaters hier. In den 60er Jahren habe ich zum Beispiel ein paar Mal das Berliner Ensemble und die Oper Unter den Linden besucht. West-Berlin hingegen kannte ich schon von früher gut. Zum ersten Mal war ich mit der Schule dort. Kennen und lieben gelernt habe ich es aber erst in den 60er Jahren, weil ich sowohl ein Großstadtmensch als auch ein Nachtschwärmer bin. West-Berlin hatte damals die Sperrstunde aufgehoben und entwickelte in kürzester Zeit ein unglaubliches Nachtleben, das nicht nur von Diskotheken, sondern auch von den großartigen Theatern, vielen schönen Bars und der Möglichkeit, noch gegen Mitternacht essen gehen zu können, geprägt war. Das habe ich damals in vollen Zügen genossen. Nach Berlin ziehen wolltest du damals aber nicht. Nein, zum einen konnte ich wegen meiner Arbeit nicht aus Köln wegziehen, zum anderen hatte West-Berlin zwar etwas Großstädtisches, aber aufgrund seiner Insellage und dadurch, dass alles subventioniert war, irgendwie auch eine sehr eigenartige Atmosphäre. Je etablierter ich in Köln etwa durch Bios Bahnhof wurde, desto weniger übte West-Berlin diese Faszination für mich aus. Köln war zwar nicht weltstädtisch, aber mein Leben damals war es, weil eben alle zu mir in die Sendung oder nach Hause kamen. Offen oder öffentlich? Lieber Veit, du hast mich immer wieder gefragt, wie ich mit meiner Prominenz umgehe, ob sie nicht störend sei, ob sie übermütig mache oder gar den Charakter verderbe. Nun, zunächst muss man bedenken, dass ich nicht über Nacht prominent geworden bin. Ich war schon in den 60er Jahren auf dem Bildschirm zu sehen, in Tipps für Autofahrer, in Urlaub nach Maas und vor allem in der Drehscheibe. Da wurde ich auch schon das eine oder andere Mal angesprochen. Dann kam die WDR Talkshow Kölner Treff. Da häuften sich nach dem ersten Jahr die Situationen, wo ich in Köln erkannt und gelegentlich auch schon um ein Autogramm gebeten wurde. Doch erst mit der ARD-Sendung Bios Bahnhof begann die überregionale Prominenz, die natürlich über die Jahre immer größer wurde. Als ich dann mit Boulevard Bio und etwas später mit Alfredissimo jede Woche bundesweit auf dem Bildschirm war, kannte mich wohl fast jeder Deutsche. Ich wurde und werde viel angesprochen, um Autogramme gebeten und gefragt, ob man mich fotografieren darf. Aber ich habe in diesen Situationen nie eine wirklich unangenehme Erfahrung gemacht. Man begegnet mir eigentlich immer mit Respekt und auch mit einer gewissen Distanz. Und ich weiß, dass ich ohne die Zuneigung oder Bewunderung meiner Fans keine Fernsehkarriere gemacht hätte. Auf die häufige Bemerkung, ist das nicht schlimm, immer angesprochen zu werden, antworte ich, schlimm wird es sein, wenn mich niemand mehr anspricht. Ich kann die Arroganz mancher Prominenter gegenüber ihren Fans nicht verstehen. Sie leben alle von ihren Bewunderern. Die langsame Steigerung meiner Prominenz hat auch verhindert, übermütig, eitel oder maßlos zu werden. Ich stelle mir manchmal vor, wie schwierig es für einen jungen Popstar ist, der über Nacht durch einen Hit prominent wird, damit gelassen umzugehen. Viele Künstler der Kategorie sehr jung und plötzlich sehr prominent haben das nur mit schweren charakterlichen, seelischen und auch körperlichen Schrammen überstanden. Oder sind daran zugrunde gegangen. Ich musste mit Rückschlägen, schlechten Kritiken und vielen anderen Hindernissen einen langen Weg gehen bis zu dem Status, den ich heute habe und genieße. Da war kein Platz für Arroganz oder Überheblichkeit. Nur in meinem Privatleben hatte meine Prominenz manchmal etwas unangenehme Auswirkungen. Dabei habe ich besonders, was mein Schwulsein betrifft, nie ein Versteckspiel betrieben. Ich bin in einschlägige Lokale gegangen und habe mich mit jungen, gut aussehenden Männern öffentlich gezeigt. Dabei musste ich natürlich in Kauf nehmen, dass hinter meinem Rücken getuschelt wurde. Viele dachten, ich hätte mit all den jungen Freunden ein Verhältnis bzw. würde meine Prominenz nutzen, um unbescholtene junge Männer ins Bett zu kriegen. Du hast das selbst erlebt, wenn wir zusammen durch die Stadt gegangen sind. Ich nehme das niemandem übel. Schließlich ist ja auch nicht zu leugnen, dass Prominenz auf der einen Seite und Attraktivität auf der anderen Seite zunächst eine gewisse Rolle spielt. Die Frage ist nur, was von beiden Seiten erwartet und was eingelöst wird. Dass es da im Laufe der Jahre immer wieder mal zu falschen Erwartungen und zu unerfreulichen Entwicklungen kam, ist ebenfalls nicht zu leugnen. Zum Glück handelt es sich dabei aber um Ausnahmen. Dass es so etwas wie einen pädagogischen Eros gibt und dass ein älterer Mensch auch väterliche Gefühle ohne Hintergedanken gegenüber jüngeren Menschen entwickeln kann und dass diese ebenso ohne Hintergedanken erwidert werden können, ist für viele Menschen jedenfalls schwer nachvollziehbar. Vor allem ältere Heterosexuelle können sich eine Beziehung zu einer jüngeren Frau ohne Sexualität kaum vorstellen. Ich jedenfalls habe eine ganze Reihe solcher Söhne, zu denen ich über viele Jahre enge Beziehungen aufgebaut habe, die sich von einer echten Vater-Sohn-Beziehung nur wenig unterscheiden. Ich habe ihren Weg in den Beruf begleitet, ihre Höhen und Tiefen miterlebt, mich mit ihnen gefreut und mit ihnen gelitten. Mancher väterliche Rat wurde angenommen, mancher abgelehnt oder belächelt. Wie oft habe ich gesagt, ich kann Türen öffnen, durchgehen müsst ihr selbst. Manchmal war finanzielle Unterstützung gefragt, manchmal moralische. Einige von ihnen haben erstaunliche Karrieren gemacht. Andere haben es trotz aller Unterstützung nicht geschafft. So wie ohne eigene Leistung bei allen guten Voraussetzungen nichts zu erreichen ist, so ist auch trotz persönlichem Engagement oft alles vergeblich, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Zum Thema Prominenz möchte ich abschließend sagen, dass sie mir trotz mancher unangenehmer Erfahrung insgesamt mehr Vorteile als Nachteile eingebracht hat. Die vielen guten Plätze in Restaurants, die Vorzüge der ersten Klasse im Flugzeug, die bevorzugte Behandlung in Arztpraxen, die vielen Einladungen zu interessanten Empfängen und Veranstaltungen und vieles mehr wiegen alles Unangenehme auf. Ich kann es genießen und bin dankbar dafür. Dein Alfred. Die Suche nach Neuem. Bei Bio und Menschmeier. Ewig geht es mit dem Bahnhof nicht mehr, denkt sich Alfred. Was soll danach kommen, fragt er sich 1982 und weiß es nicht. Nach dem Kölner Treff, nach fünf Jahren Bahnhof und nach unzähligen Moderationen, die ich nebenbei gemacht habe, hatte ich einfach das Gefühl, dass eine neue Stufe beginnen muss. Nach einem Aufenthalt in New York geht Alfred mit Andreas Lichter und Thomas Wojtkewitsch irgendwo in der Eifel in Klausur, um nach einem Konzept für eine neue Sendung zu suchen, die Alfred moderieren könnte. Der Bahnhof wurde ja nur sechsmal im Jahr mit einem Riesenaufgebot an Stars gesendet. Das war einfach ein Ereignis, das sich die Leute vormärkten wie einen Opernbesuch. Die Erwartungshaltung, was die neue Sendung betrifft, würde daher natürlich riesig sein, befürchtete ich. Daher wollte ich ein paar Änderungen einführen, so zum Beispiel erstmals einen Gast einladen, mit dem ich acht bis zehn Minuten auf einem Sofa ein ausführliches und fundiertes Gespräch führen wollte. Statt der gigantischen Kulisse vom Bahnhof wollte ich mehr Nüchternheit, statt der großen Namen, wieder mehr Performance und Kleinkunst, wie damals im Senftöpfchen. Am Donnerstag, den 10. März 1983 ist es soweit. Um kurz vor 21 Uhr kündigt die Ansagerin Alfreds neue Sendung bei Bio an. 99 Studiogäste waren da, erinnert sich Alfred, und ich saß auf einem Stuhl neben einem Blumenstrauß, hinter mir war nur eine Pinnwand und neben mir gab es einen künstlichen Baum, vor dem sich viel abspielte. Ein Gast war Ruth Westheimer, mit der ich mich über ihre Sendung im amerikanischen Fernsehen unterhielt, in der sie Fragen von Zuschauern zum Thema Sexualität sehr offen beantwortete. Zum Schluss kam Santana, die damals eine der angesagtesten Rockbands war. Ist das der Neuanfang? Die Kritik glaubt es nicht. Auch beim Bahnhof hatte es anfänglich schlechte Kritiken gegeben, doch hier ist es etwas anderes. Im Rückblick erklärt Alfred den Misserfolg so. Bei Bio hat einfach nicht richtig funktioniert, und das aus vielen Gründen. Erstens hatten wir viel zu wenig Zuschauer im Studio. Da kam überhaupt keine Stimmung auf, und die brauchst du bei einer Musiksendung. Zweitens hätte die Sendung wohl wöchentlich sein müssen, was damals aber noch nicht denkbar war. Das hätte funktioniert. Eine hohe Frequenz hätte die Erwartungshaltung gedämpft und mir zu mehr Routine verholfen. So aber wurde die Show für mich jedes Mal zu einer Art Examen, und die Zuschauer erhofften sich jedes Mal eine Show der Superlative. Viele Menschen wussten gar nicht, dass bei Bio eine neue Sendung mit neuem Konzept war. Sie erwarteten das gleiche große Spektakel mit Superstars auf einer Riesenbühne vor einem Riesenpublikum. Als sie dann das Studio sahen, das wir so nüchtern wie möglich ausgestattet hatten, da waren sie dann natürlich enttäuscht. Alfred und Andreas Lichter erkennen, dass ihr Konzept nicht aufgeht. Bei Bio ist zu nah am Bahnhof dran, um als etwas Eigenständiges wahrgenommen zu werden. Nach einem Jahr sagte ich dann, Schnitt, wir machen etwas ganz anderes, erinnert sich Alfred. Eine Sache, die in ihrer Form sehr trivial ist, nämlich eine Spielshow mit Punkten und Kandidaten, aber in ihrem Inhalt pfiffig und modern. Mit einer Spielshow will also Alfred 1984 den Neuanfang wagen, der ihm mit bei Bio nicht geglückt ist. Der WDR ist von dieser Idee sehr angetan. Unterhaltungschef Hannes Hoff gibt Alfred bereitwillig den alten Sendeplatz am Donnerstag um 21 Uhr. Wir stellten uns eine Spielshow vor, in der in drei Spielrunden drei Kandidaten gegeneinander antreten. Diese Kandidaten waren nicht prominent, sondern normale Menschen wie Meier, Müller oder Schmidt, aber Menschen, die etwas Außergewöhnliches erlebt hatten, von dem sie uns nun berichten konnten. Der Name der Show, Mensch Meier, sollte einerseits signalisieren, dass es sich bei den Kandidaten um normale Menschen handelt. Andererseits sagt man ja auch Mensch Meier, wenn man etwas Tolles erfährt, wenn man sich wundert, sei es über die tolle Geschichte der Kandidaten oder über unsere Spiele. Jede der Spielrunden begann mit einem Gespräch mit einem der Kandidaten. Dann kam ein Spiel, dann kam die Musik und dann wieder ein Gespräch, ein Spiel und wieder die Musik. Das klingt nicht besonders originell, aber wir machten drei Dinge anders als andere Quizshows. Wir waren bei den Musik-Acts sehr hochkarätig. Wir hatten sehr ungewöhnliche Kandidaten und wir versuchten Spiele zu entwickeln, die einen Bezug zu den Problemen unserer Zeit hatten. Im Musikalischen konnten wir große Stars wie Eros Ramazzotti, Sherdy Bessie, Elton John, Paul McCartney, Tom Jones, Katharina Valente und Nigel Kennedy für uns gewinnen. Aber auch das Kronos-Quartett, ein auf zeitgenössische Musik spezialisiertes Ensemble, um die musikalische Bandbreite zu zeigen. Gibt es Kandidaten, an die du dich heute noch erinnerst? Ja, ich erinnere mich vor allem an diejenigen Kandidaten, die wir eingeladen hatten, um über ihre Behinderung zu sprechen, um dem Publikum die Normalität dieser Menschen nahe zu bringen. Für eine Kandidatin, die Kontergan geschädigt war, änderten wir sogar einmal die Grundausstattung, die aus einer Bar und drei Hockern bestand. Denn wir wussten, dass sie mit dem Fuß trinken würde. Das ging auf dem Hocker nicht. Also haben wir zum ersten und einzigen Mal in sechs Jahren die ganze Situation umgebaut. Die Kandidaten saßen nicht mehr auf Hockern an der Bar, sondern in Korbstühlen. Aber eben alle. Und was war an den Spielen das Besondere? Das Format der Sendung war ja sehr trivial. Mit Spielen, mit Punkten, mit Siegern. Dadurch aber, dass die Inhalte der Spiele mit unserer Zeit verbunden waren, dass wir ein wenig gesellschaftskritisch sein wollten, versuchten wir, eine besondere Sendung zu machen. So gab es unter anderem Spiele, die die Vernichtung des Regenwalds oder den täglichen Wasserverbrauch in Deutschland thematisierte. Wir haben immer wieder versucht, auf unterhaltsame Art Denkanstöße zu geben. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, dass wir es nicht immer erfüllten. Es gab einfach tolle Spiele und dämliche. Insgesamt kann ich sagen, dass ich Mensch Meier eigentlich ganz gerne mochte, wegen der engagierten Spiele, der guten Musik und der oft sehr, sehr guten Gäste. Doch ich fühlte mich in der Rolle des Quizmasters nicht besonders wohl. Denn das war ich einfach nicht. Von allen Sendungen, die ich gemacht habe, war das die Sendung, bei der ich am wenigsten ich selbst war. Boulevard Bio. Ich bin angekommen. Wieder fühlt Alfred, dass eine neue Stufe in seinem Leben beginnen wird. Es war eigentlich wie immer, erzählt er. Wir hatten bei Mensch Meier so viele tolle Musiker. Entweder hätten wir die alle noch einmal einladen müssen, oder wir hätten mit dem Niveau eine Kategorie runtergemusst. Wir hatten so interessante Spiele und so gute Kandidaten, aber auch mit ihnen fing es an, sich zu wiederholen. Das Format von Mensch Meier war, genau wie das vom Bahnhof, so speziell, dass es irgendwann einfach vorbei sein musste. Und dieser Punkt war meines Erachtens gegen Ende 1991 erreicht. Was soll nun kommen? Alfred fängt an zu überlegen, bespricht sich mit Andreas Lichter und anderen. Wisst ihr, ich habe einen Boulevard vor Augen, genauer gesagt den Boulevard Saint-Germain. Bettler, Krüppel und Huren sitzen da neben Touristen, Bonvivants und eleganten Damen, da wo sich Emigranten wie Klaus Mann und Josef Roth getroffen haben. Da gibt es wunderschöne Restaurants und das Café Flor, neben Schnellimbissen und am Ende der Straße ist die Nationalversammlung. Das ist für mich das Gefühl Boulevard. Alle Menschen laufen, gehen, wandeln auf ihm, bleiben stehen, unterhalten sich und spiegeln die heutige Gesellschaft wieder. Im Rückblick erzählt Alfred, schon ganz früh in meiner Karriere hatte ich mir gedacht, ich will alles machen, aber eines weiß ich jetzt schon. Wenn ich älter, reifer und gelassener bin und auch etwas zu sagen habe, dann will ich eine Sendung machen, die folgendermaßen ausschaut. Zwei Stühle vor einer Wand, ein Blumenstrauß und ich rede mit einem Gast wie bei mir zu Hause. Mehr brauche ich nicht. Nach dem Bahnhof und nach Menschmeyer brauchte ich nicht mehr die große Treppe und die Big Band. Ich träumte davon, mich stattdessen auf die Gespräche konzentrieren zu können, die ja mit dem Senftöpfchen und dem Kölner Treff auch am Anfang meiner Karriere standen. Und es sollte endlich ein wöchentliches Format sein. Und dann las ich, dass die ARD beschlossen hatte, ab dem folgenden Jahr jeden Dienstag um 23 Uhr eine einstündige Talkshow zu machen. Ich ließ alles stehen und liegen und rannte zu Hannes Hoff, dem ich bereits so viel zu verdanken hatte. Alfred saß bei mir im Büro und war sehr temperamentvoll, erinnert sich Hannes Hoff. Ich habe keine Lust mehr auf Menschmeyer, sagte er. Gerade habe ich gelesen, dass die ARD eine Talkshow machen will. Bio, das ist richtig, antwortete ich ihm, aber es soll eine politische Talkshow werden und keine Kultur- oder Unterhaltungssendung. Ich bewerbe mich trotzdem, entgegnete Bio. Es war mir klar, dass es nicht ganz einfach werden würde, Bio durchzusetzen. Ich musste ja nicht nur die Politikabteilungen des WDR von ihm überzeugen, sondern sämtliche ARD-Anstalten, die ja alle mitzureden hatten und ihre Interessen wahren wollten. Schließlich kam die nächste Programmkonferenz der ARD, auf der über die Talkshow entschieden werden sollte. Es könnte doch eine Talkrunde sein, in der nicht nur Politik, sondern auch Kultur und Unterhaltung stattfindet, habe ich das Projekt vorgestellt und dann in einem zweiten Schritt Alfred Biolek ins Spiel gebracht. Also wenn sich ein Biolek bewirbt, das gilt es zu bedenken, reagierten die Herren genauso wie ich zuvor. Es gab ein Hin und Her. Schließlich endete es mit einem Kompromiss. Der Kompromiss, den Hoff Alfred beim nächsten Treffen anbieten kann, sieht vor, dass zunächst ein halbes Jahr eine Polit-Talkshow namens Veranda mit Dagobert Lindlau ausgestrahlt wird. Anschließend soll dann ein halbes Jahr eine mehr kulturell orientierte Gesprächsrunde mit Alfred Biolek folgen, bevor dann wieder Lindlau einladen sollte. Alfred sagt sofort zu. Er erinnert sich. Wir hatten also ein halbes Jahr Zeit, uns vorzubereiten. Lange dachten wir darüber nach, wie die Sendung aussehen könnte, aber aus dem Rückblick von heute muss ich sagen, dass wir kein wirklich schlüssiges Konzept hatten. Wir wollten einfach mehrere Gäste einladen, meistens mit einem aktuellen Bezug. Die Gespräche mit mir sollten durch Musik-Acts aufgelockert werden oder durch Darbietungen von Künstlern. Vom Konzept her erinnert es ein bisschen an den Kölner Treff. Wie bei mir zu Hause. Diese Worte nimmt sich auch Alfreds Bühnenbildner Dieter Flimm zu Herzen und kommt auf die Idee, Alfred einfach in sein eigenes Wohnzimmer zu setzen. Er baute die Wand mit den zwei Fenstern nach. Nach einigen Jahren verstärkte er diesen privaten Charakter noch, indem er zwei Bilder, die ich bei mir zu Hause hängen habe, kopieren ließ und in die Kulisse integrierte. Auch dadurch wurde es zu einer sehr privaten Show. Ich war Gastgeber eines Gesprächs und die Gespräche hatten meistens mit etwas zu tun, zu dem ich auch etwas sagen konnte. Der Boulevard war wirklich die Sendung, die am nächsten an mir dran war. Irgendwie war ich angekommen. Aber ganz leicht war der Weg dahin auch nicht. Nach den ersten Sendungen war uns klar, dass unser Konzept nicht besonders war. Es gab zwar einige sehr gute Gespräche. Ich erinnere mich, dass das Gespräch mit Schäuble im Rollstuhl allgemein gelobt wurde. Generell aber waren wir nicht glücklich und der Programmdirektor Jörn Klamroth auch nicht. Er bestellte uns zu sich und meinte, ich kann euch auch nicht sagen, wie ihr es machen müsst. Nur wie ihr es jetzt macht, geht es nicht weiter. Wir wussten auch, dass es so nichts ist. Aber wir kamen einfach nicht darauf, was wir ändern mussten. Und dann war es, wie so oft in meinem Leben, im richtigen Moment kam einfach die Lösung. Diesmal kam sie in Gestalt von Horst Königstein, dem bekannten Fernsehjournalisten und Professor an der Kunsthochschule für Medien in Köln, an der ich damals auch unterrichtete. Der hatte sich alle Sendungen angesehen, sich Notizen gemacht und uns eingeladen. Was er uns dann sagte, war nicht viel, aber es war eben das Richtige. Nehmt euch ein Thema, schlug er vor. Aber nicht, um dieses Thema zu diskutieren, sondern damit ihr unterschiedliche Leute einladen könnt, die etwas verbindet. Bei eurem Gespräch muss dann kein Fazit rauskommen. Euer Gespräch ist einfach nur die Recherche zu einem Thema. Am Schluss sollte der Zuschauer selbst die Möglichkeit erhalten, ein Fazit zu ziehen. Wir waren begeistert von Königsteins Idee. Sofort nach der ersten neuen Sendung mit diesem Konzept war klar, dass dies der richtige Weg war. Die inhaltlichen Klammern machten es möglich, dass wir weiterhin sehr unterschiedliche Leute einladen konnten, dennoch etwas Verbindendes in Erscheinung trat. Das führte zu einem sehr interessanten Kontrast. Im Laufe der Zeit kristallisierten sich zwei Sorten von Sendungen heraus. Manchmal war das Thema ein Thema, über das ich nicht nur mit jedem einzelnen Gast sprach, sondern über das die Gäste auch miteinander diskutierten. Zum Beispiel als wir einen Banküberfall rekonstruierten, in dem wir alle Beteiligten einluden. Also neben den Tätern auch die Kassiererin als Opfer. In anderen Sendungen blieb das Thema wirklich nur eine Klammer, über die man gar nicht explizit sprach. So ging es mit der Sendung immer weiter nach oben. Beim Teufelskreis wird alles immer schlimmer, beim Engelskreis hingegen wird alles immer besser. Und so war es dann auch. Ich wurde besser und weil ich besser wurde, kamen bessere Gäste. Und weil ich bessere Gäste hatte, wurde ich wiederum besser und so weiter. Dass dann bei so vielen Sendungen und Highlights auch Lowlights dabei waren, ist ja klar. Man bekommt auch nicht jede Woche eine super Besetzung zusammen und man ist auch nicht jede Woche gleich gut. Das ist eben menschlich. Als Alfred im Sommer 1991 mit dem Boulevard anfing, hatte sich Dagobert Lindlau schon entschieden, seine Polit-Talkrunde Veranda nicht mehr weiterzumachen. Es wird Herbst, es wird Winter und Alfred erfährt nicht, was nach seinem halben Jahr Boulevard kommen soll. Ich bin zum WDR hingegangen und habe nachgefragt, auch weil ich wissen wollte, was mit unseren Mitarbeitern werden sollte. Da sagten sie, sie hätten noch keinen Nachfolger für Lindlau und baten mich, meinen Boulevard ein halbes Jahr zu verlängern. Während dieses halben Jahres suchten sie weiter und fanden wieder niemanden. Eines Tages sagte mir unser Intendant Fritz Pleitgen dann, dass sie nun nicht mehr suchen würden. Und daraus wurden dann zwölf Jahre, in denen ich vom Bundespräsidenten über die beiden Kanzler bis zur Eintagsfliege am Schlagerhimmel vom Nobelpreisträger über den Künstler und Sportler bis zum normalen Menschen mit einer besonderen Geschichte als Gäste begrüßen durfte. Von den eher heiteren Themen, die für mich unvergessen sind, fallen mir natürlich die Sendungen mit den Operndiven ein wie Vier mal hohes C mit Anneliese Rothenberger, Inge Borg, Martha Eggert und Gwyneth Jones oder die Sendung Vier Herzen im Dreivierteltakt mit Lilli Klaus-Dostal, Vera Kallmann, Ingrid Kreuder und Marcel Pravi. Unvergessen bleibt auch die Sendung mit den Operndiven Jesse Norman, Lucia Aliberti und Martha Mödel. Aber wenn ich überlege, welche Sendungen mich besonders beeindruckt haben und mich auch heute noch immer wieder beschäftigen, dann sind das Sendungen zu ernsten Themen. Dazu gehören natürlich die Gespräche über unsere Vergangenheit, über den Holocaust, über das Exil. Als Ruth Westheimer erzählte, wie sie als einzige ihrer Familie überlebte, weil sie mit einem Kindertransport in die Schweiz gekommen war, ging und geht mir das noch immer sehr nahe. Einmal hatten wir einen Stammtisch der Überlebenden aus New York da. Einer war einer der Leibwächter Trotzkis gewesen und die anderen waren Juden, die den Holocaust überlebt hatten, wie die Sekretärin von Schindler, die die berühmte Liste getippt hatte. Dann waren einmal zwei Schwestern da, die das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz nur überlebt hatten, weil eine von ihnen Cellistin im dortigen Mädchenorchester gewesen war. Ein weiteres Thema, ein weiteres Tabu, das ich auch immer wichtig fand, war die Beschäftigung mit dem Tod. Ich wollte den Tod den Menschen näher bringen, wollte zeigen, dass er ein Teil von uns ist, der nicht versteckt werden sollte. In der Sendung mit dem Titel Tabu Tod erzählte eine Frau, die ein Kind tot zur Welt gebracht hatte, wie sie dieses tote Kind zwei Tage lang bei sich behielt, bis sie es beerdigen ließ. Ein anderer Gast erzählte vom Freitod ihres krebskranken Mannes mithilfe eines Schweizer Vereins. Die Schilderung, wie ihr Mann sich morgens sorgfältig ankleidete, sich dann von ihr verabschiedete und dann der Überbringer des Giftbechers an der Tür klingelte, ging unter die Haut. Ein anderes Thema, das mir am Herzen lag, war natürlich die Homosexualität. Insgesamt ging es mir darum, Randgruppen in unsere Mitte zu holen oder der sogenannten Mitte zu zeigen, dass die Leute, die ein bisschen anders sind als wir, auch ein interessantes Leben haben, das wir nicht verachten oder diskriminieren sollten, sondern dass wir durch sie Impulse für unser eigenes Leben bekommen können. In deinen eigenen Sendungen hast du nie von deiner Liebe zu Männern erzählt, hast dich da nicht eingebracht. Trotzdem glaube ich, dass du für die Akzeptanz von Schwulen in der Gesellschaft eine gewisse Wirkung hattest und hast. Bist du dir dieser Rolle bewusst? Frage ich Alfred am Ende unseres Gesprächs über seine Zeit auf dem Boulevard. Meine Rolle als Schwuler wurde mir besonders klar, als Rosa von Braunheim mich geoutet hat. Danach hörte ich immer wieder von jungen Schwulen, wie wichtig es für sie gewesen sei, dass sie ihren Eltern, die Fans von mir waren, sagen konnten, schaut mal, euer Liebling Bio, der ist auch schwul. Noch vor ein paar Tagen hat mir das wieder ein junger Mann gesagt. So glaube ich, dass in diesem Fall das Outing seinen Sinn gehabt hat. Das freut mich heute. Was mich aber damals nicht freute, war das Outing selbst. Für mich war es zwar nicht so dramatisch, weil ich ja keine Alibi-Freundin hatte, aber die Art und Weise war nicht fair. Braunheim hatte uns ja ohne jede Vorwarnung in die Öffentlichkeit gestellt. Ich habe es einmal so formuliert. Ich habe einen Schlag bekommen, der sehr wehgetan hat, aber irgendwo hat dieser Schlag eine Verspanntheit gelöst, die danach weg war. Alfreds Art, das Gespräch zu führen, seine Art zu fragen, war nicht unumstritten. Als zahnlos, als zu weich, als Schoßhund wurde er kritisiert, als jemand, der sich den Politikern oder anderen Prominenten anbietete. Viele Kritiker haben nicht verstanden, dass Alfred Gastgeber war und nicht Journalist oder gar Richter. Der österreichische Dramaturg und Opernkritiker Marcel Pravi erklärte einmal aus Sicht des Gastes, warum gerade bei Alfreds Art des Fragens oft mehr herauskam, als bei einem auf Konfrontation angelegten Gespräch. Wir alle, die wir häufig Gäste in Talkshows sind oder Interviews im Fernsehen geben, sehen uns oft einem eitlen sich selbst zur Schausteller gegenüber, der uns als Gesprächspartner zum Opfer oder zumindest zum Statisten degradiert. In uns erwachen Furcht, Angst, Misstrauen. Nicht bei Bio. Er zeigt echtes Interesse an seinem Gesprächspartner, spielt sich niemals als Star auf und wurde gerade dadurch selbst zum Star. Es gelingt ihm, eine Stimmung des Vertrauens zu erzeugen, die ein Gespräch frei von der Leber weg ermöglicht. Der Partner empfindet Bio sofort als Freund, manchmal sogar als Beichtvater, dem er willig sein Innerstes enthüllt. In zwölf Jahren wird Boulevard Bio zum Prototyp des gepflegten Gesprächs. Nach den ersten zehn Jahren erscheint ein Buch über den Boulevard. In ihm schreibt der frühere israelische Botschafter Avi Primor, welche Wirkung Boulevard Bio für sein Deutschlandbild hatte. Jedes Gespräch mit einem Gast der Sendung, von denen ein jeder allmählich zu einem Vertreter des Mosaiks der deutschen Gesellschaft für mich geworden ist, war eine spannende Erfahrung. Wenn ich langsam den Eindruck gewonnen habe, dass ich das für mich außerordentlich fremde Land Deutschland zu verstehen beginne, dann habe ich dies zumindest teilweise Alfred Biolek zu verdanken. Am meisten hat mich die wiederholte Behandlung der Themen Holocaust, Nazi-Vergangenheit, Vergangenheitsbewältigung und Zivilcourage beeindruckt. Ich glaube, dass ich jahrelang kein Buch zu diesem Thema ausgelassen habe und ich habe mich bemüht, so viel Zeitzeugen wie möglich zu hören. Und dennoch war ich immer wieder von Bioleks Gesprächen über diese Themen sehr berührt. Marianne Koch, die frühere Moderatorin von 3 nach 9, würdigt insbesondere Alfreds Gespräche mit Behinderten. Denn wer außer ihm hat uns gezeigt, dass Fernsehen auch heute noch etwas mit der Würde von Menschen zu tun haben kann. Die Würde seiner Gesprächspartner, sein Respekt vor ihnen, egal ob Opern, Diva, Häftling oder Stotterer, bestimmt den Charakter, den Grundton seiner Talks. Unaufdringlich, aber als festes Fundament, auf dem die Gäste und er stehen. Wenn ich heute noch einmal Bio-Sendungen mit Blinden, mit gehörlosen Gästen oder mit Kontergangeschädigten anschaue und mich darüber freue, wie stark und mutig diese Menschen wirken und wie sie über Lebenspläne und Lebensglück erzählen, dann frage ich mich, warum sie in dieser ihnen so ungewohnten Situation dermaßen unbefangen und sicher agieren. Das Geheimnis scheint mir zu sein, ein blinder Gast ist für Alfred Biolek nicht ein Blinder, sondern er ist Herr X, sein Gast. Er ist ein Individuum. Und erst dann, sozusagen zusätzlich, ist er blind oder gehörlos oder erstottert. So sieht sich Herr C. nicht durch sein Blindsein definiert, sondern wird als die Person wahrgenommen, die er ist. Gehörlose oder Blinde leben in einer anderen Welt als wir. Der Graben ist nicht zu überbrücken. Aber Bio schafft es, uns, seine Zuschauer, für lange Minuten in diese andere Welt blicken und etwas von deren Schönheiten und Schätzen erkennen zu lassen. Eindrücke, die bleiben. Aids in Afrika Lieber Veit, mit dem Boulevard bin ich angekommen, habe meinen Höhepunkt erreicht. Doch nur, was das Fernsehen anbelangt, das ich 40 Jahre lang gemacht habe. Doch es geht weiter und wie es so oft in meinem Leben passierte, ich habe nicht gesucht, sondern gefunden. Plötzlich hatte ich eine neue, wichtige Aufgabe. Ich wurde zum UN-Sonderbotschafter ernannt. Und weil du mich fragtest, welche Aufgaben ich dort habe, warum ich nach meiner Arbeit für die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung jetzt eine eigene Stiftung gegründet habe und um was es eigentlich genau geht, will ich dir jetzt noch einmal schreiben. Erst einmal, es geht um Aids. Die Seuche, an der seit ihrer Entdeckung 1981 mehr als 25 Millionen Menschen gestorben sind. Gegenwärtig sind weltweit etwa 40 Millionen Menschen mit dem tödlichen Virus infiziert, davon etwa 25 Millionen in Afrika. Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe der 15- bis 49-Jährigen. Dass die Ansteckungsrate insgesamt langsam, leider sehr langsam zurückgeht, ist der Arbeit von Organisationen wie der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung zu verdanken. Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung ist eine private Stiftung und somit eine nichtstaatliche Organisation, NGO genannt, die mit dem Weltbevölkerungsfonds der UNO zusammenarbeitet. Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung konzentriert ihre Arbeit auf vier afrikanische Länder, Kenia, Uganda, Äthiopien und Tansania. Da in Afrika das Thema Sexualität tabu ist, erfahren die Jugendlichen weder von ihren Eltern noch von ihren Lehrern etwas darüber, wie es zu einer Ansteckung mit dem HIV-Virus kommt. Das ist der Grund, warum die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung das Projekt Youth to Youth betreibt. Sie bildet in eigenen Ausbildungszentren etwas ältere Jugendliche zu sogenannten Peer Educators aus. Peer bedeutet im Englischen sowohl Angehöriger des britischen Hochadels als auch Gleicher, Ebenbürtiger. Educator sind natürlich die Lehrer und Erzieher. Der Peer Educator ist also ein gleichberechtigter, ebenbürtiger Erzieher in Sachen Aids. Das heißt, er beantwortet die Fragen, wie man sich mit dem HIV-Virus ansteckt und was man dagegen tun kann. Unsere Peer Educators gehen in Jugendclubs, in Schulen, in Dörfer und zu allen Veranstaltungen, bei denen sich viele Jugendliche treffen. So organisiert die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung in Nairobi jedes Jahr ein Fußballturnier und einen Schönheitswettbewerb, ausschließlich für Jugendliche. Aufgeklärt wird in Gruppen, durch Theater und Musik aufführen und in Einzelgesprächen. Ich habe die Arbeit dieser Peer Educators in den Städten und auf dem Land in allen vier afrikanischen Staaten besucht. Was ich dabei im engen Kontakt mit den Jugendlichen erlebt habe, hat mich tief beeindruckt. Wenn man sich darauf einlässt, was man da sieht, nimmt man etwas für das eigene Leben mit. Am eindrucksvollsten ist es zu sehen, wie viel Lebensfreude und Stolz diese Menschen ausstrahlen, obwohl sie in für uns unvorstellbar unwürdigen Verhältnissen leben. Bei den jungen Menschen findet man viele, die trotz widrigster Bedingungen an die Zukunft glauben und sich für sie einsetzen. Man kommt schon ins Grübeln, wenn man das erlebt hat und dann sieht, auf welch hohem Niveau die Deutschen derzeit klagen. Der Brief würde viel zu lang werden, wenn ich dir von all meinen Erlebnissen vor Ort erzählen würde. Daher mag mein Besuch einer Schule im Westen Kenias als Beispiel dienen. Mit einer Privatmaschine ging es zunächst einmal zwei Stunden in eine Provinzstadt. Von dort fuhren wir noch einmal mit dem Jeep mehrere Stunden durch unwegsames Gelände zu der Schule, in der etwa tausend Jungen und Mädchen aus den umliegenden Dörfern unterrichtet werden. Als wir aus dem Jeep stiegen, wurden wir von einer Klasse und ihrem Lehrer mit Gesängen und Tänzen begrüßt. So etwas erlebt kein Tourist. Ich war zutiefst gerührt und fühlte mich auf einer Welle von Sympathie und Begeisterung getragen. Solche Begrüßungszeremonien erlebe ich fast bei allen Besuchen auf dem Land. Für die Bewohner dieser Gebiete ist mein Besuch etwas Besonderes. Nicht, weil ich den Titel UN-Sonderbotschafter trage, noch weniger, weil ich in Deutschland prominent bin. Sondern, weil ich mich für ihre Probleme interessiere und die Mühe auf mich nehme, sie in ihrer Abgeschiedenheit zu besuchen. Wann kommt schon ein Europäer in offizieller Mission in ganz abgelegene Dörfer, um Schulen, Jugendclubs, Ausstellungen und Projekte zu besuchen, die von verschiedenen Organisationen dort realisiert werden? Solche Projekte haben fast immer das Ziel, die Menschen zur Selbsthilfe zu animieren. Handwerkskünste, die bei uns schon fast vergessen sind, werden unterrichtet. Know-how für die Landwirtschaft wird vermittelt und die dafür nötigen Geräte zur Verfügung gestellt. Ich habe erlebt, wie Bauern lernten, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Pflug einzusetzen. In einer ganz zurückgebliebenen Gegend in Äthiopien klärte man die Bewohner darüber auf, was sie mit den im Urwald gepflückten wilden Kaffeebohnen alles machen können. Ganz stolz erzählten sie mir, dass sie jetzt wüssten, dass man Kaffeebohnen in den Boden pflanzen kann, dass dann Stauden wachsen mit Bohnen, die man ernten kann, für den eigenen Gebrauch und zum Verkauf. Die Kombination solcher Projekte mit unseren Aufklärungsaktivitäten ist sehr wichtig, weil man Menschen ohne Hoffnung auf ein besseres Leben nur schwer davon überzeugen kann, sich vor Aids zu schützen. Wie sehr unsere Bemühungen helfen können, habe ich in der erwähnten Schule in Kenia erfahren. Der Rektor erzählte uns, dass sie in den zurückliegenden Jahren im Schnitt pro Jahr 20 Schwangerschaften unter ihren Schülerinnen gezählt hatten. Man könne davon ausgehen, sagte er, dass die Hälfte dieser schwangeren Mädchen mit HIV infiziert sei. Nun hätten sie seit einem Jahr eine ganze Reihe von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung ausgebildeten Peer Educators unter ihren Schülern und die Zahl der schwangeren Mädchen sei auf zwei zurückgegangen. Ich weiß, dass das nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber es heißt ja auch, steht der Tropfen höhlt den Stein. Es ist die Vielzahl der Organisationen, die sich dieser Aufgabe annehmen, die zählt. Und der Druck dieser Organisationen auf die Regierungen der afrikanischen Staaten wächst. Die meisten dieser Regierungen tun selbst nichts, um ihre Bevölkerung in Sachen HIV aufzuklären. Aber was noch schlimmer ist, viele leugnen die Existenz von Aids oder boykottieren die Arbeit der privaten Organisationen. Von den Ländern, in denen wir tätig sind, unterstützt nur die Regierung von Uganda unsere Aids-Aufklärungsarbeit. Das Ergebnis ist, dass die Ansteckungsrate in Uganda zurückgeht. Langsam, aber deutlich registrierbar. Leider stagniert diese Entwicklung seit einiger Zeit, weil die Vereinigten Staaten die Zahlung von Entwicklungshilfe davon abhängig machen, dass als Aids-Prävention ausschließlich Abstinenz propagiert wird. Aber du wolltest ja noch wissen, was es bedeutet, UN-Sonderbotschafter zu sein. Ich werde oft auf diese Funktion angesprochen. Dabei heißt es dann meistens, sie sind doch UNICEF-Botschafter. Ich bin sicher, viele glauben, die UNO sei eine Unterorganisation der UNICEF, weil diese es geschafft hat, über die Jahre im Bewusstsein der Öffentlichkeit überaus präsent zu sein. Nicht zuletzt, weil sie als erste UN-Unterabteilung Sonderbotschafter ernannt hat. Der bekannteste war wohl Sir Peter Ustinov, der sehr viel zur Popularität von UNICEF beigetragen hat. Ich selbst wurde von der UN-Unterabteilung UNFPA, dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, im Dezember 2000 zum UN-Goodwill-Ambassador ernannt. Die Aufgaben eines Sonderbotschafters der UN sind Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, zu Deutsch einfach Geld sammeln. Für beide Aufgaben fand ich den deutschen Namen Deutsche Stiftung Weltbevölkerung von Anfang an nicht sehr hilfreich. Deswegen habe ich im Oktober 2005 die Alfred-Biolek-Stiftung Hilfe für Afrika unter dem Dach der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung gegründet. Schon nach wenigen Monaten zeigt sich, dass wir damit eine gute Entscheidung getroffen haben. Die Spenden erhöhen sich dramatisch. Dabei geht es nicht um die vielen kleinen Spenden, die in der Masse für jede wohltätige Organisation sehr wichtig sind, sondern vor allem um größere Beträge von Firmen oder anderen Stiftungen oder um Erlöse aus speziellen, mit meinem Namen verbundenen Aktionen. Alle Projekte der Alfred-Biolek-Stiftung sind Projekte der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung und werden von ihr durchgeführt. Lediglich das Geld kommt von meiner Stiftung. Ich habe mich schon früh auf Gebieten engagiert, auf denen man die Prominenz sinnvoll einsetzen kann. Seit 1980, dem Jahr der Behinderten, habe ich mich sehr intensiv mit Selbsthilfeorganisationen von Behinderten beschäftigt. Bei der entsprechenden Organisation der Glasknochenkranken bin ich sogar Schirmherr. Neben meinen Sendungen konnte ich auch auf diese Weise einiges zum Selbstbewusstsein der Behinderten und ihrer Akzeptanz in der Gesellschaft beitragen. Ab Ende der 80er Jahre habe ich mich dann stärker für die Arbeit der Deutschen AIDS-Stiftung engagiert, in deren Kuratorium ich sitze. Durch die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung und meine eigene Stiftung bin ich zwar beim Thema AIDS geblieben, aber der Schwerpunkt hat sich inhaltlich und geografisch verschoben. Du siehst, auch in meinem sozialen Engagement hat eine Stufe die andere abgelöst. Auch hier lässt Hermann Hesse grüßen. Dein Alfred Dein Alfred Verspricht Valter Verspricht 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 Vermitt Verspricht Verspricht